Ja, schönen guten Morgen. Ton ist gut. Herzlich willkommen zum Landesparteitag der Piratenpartei in Bayern. Ich kandidiere nicht und deswegen hat Micky mich gebeten, die vorläufige Versammlungsleitung zu machen, was ich selbstverständlich gerne tue. Wir kommen zum ersten Tagesordnungspunkt. Grußworte. Das trifft sich super, dann bleibe ich gleich stehen. Ihr habt vielleicht letzte Woche das Wahlergebnis in Sachsen mitbekommen. 1,1 Prozent ist jetzt nicht das, was man als Wahlerfolg bezeichnen würde. Ich glaube, die Enttäuschung war bei den meisten von uns ähnlich groß. Jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte sagen, wenn die Piraten bei einem Prozent sind, ist das Projekt vielleicht doch gescheitert. Aber das wäre in meinen Augen ein extrem großer Fehler. Drei Tage später, war es drei Tage? Oder war es eine Woche drei Tage später? Ein paar Tage später hat Merkel beschlossen, dass Oettinger EU-Kommissar für Digitales wird. Ich glaube, wir sind uns einig, das ist die größte Fehlbesetzung in den letzten 100 Jahren. Warum ist das für uns Piraten relevant, wenn in der EU ein Kommissar für Digitales bestimmt wird? Ich kann euch sagen, warum das relevant ist. Weil keine zwei Stunden später Julia Reda eine Anfrage von der ARD für die Tagesthemen hatte, was die Piraten zu dieser Personalie sagen. Und es ist eine Weile her, dass die Piraten in den Tagesthemen waren. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Es ist nach wie vor so, dass die Piraten wahrgenommen werden. Es ist nach wie vor so, dass die Piraten von den Medien ernst genommen werden. Ich hatte ein Gespräch mit einem Journalisten und der hat gesagt, was macht ihr mit der digitalen Agenda? Lasst ihr das einfach so stehen oder kommt von euch etwas dazu? Es gibt nach wie vor Themen, für die die Piraten in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Ich hatte vor, keine Ahnung, zwei Jahren mal eine Podiumsdiskussion, wo ich als Gast dabei war, also nicht als Diskutant, einfach nur unter den Zuschauern im Landtag in Bayern. Und es ging um das Thema Facebook und Gefahren von Facebook. Und da waren wirklich Hochkaräter auf der Bühne. Da war unter anderem, wenn mich nicht alles täuscht, die bayerische Justizministerin, jemand von Google, ein Anwalt, also Leute, die sich wirklich auskennen. Und am Ende einer zweistündigen Diskussion im Landtag steht man normalerweise draußen und plaudert so ein bisschen. Ich hatte wie üblich ein Piratent-T-Shirt an. Dann kommt eine Frau Mitte 50 auf mich zu und sagt, Sie sind von den Piraten, Sie müssen mir doch jetzt sagen können, wie gefährlich ist Google wirklich. Das zeigt, es gibt Themen, für die wir sowieso relevant sind. Und um diese Themen müssen wir uns kümmern. Damit können wir Erfolge haben und dafür sollten wir gemeinsam kämpfen. Und ich glaube, dass wir dann auch eine Chance haben, Politik zu machen und zwar in allen Feldern. Wir haben über 450 Mandatsträger in ganz Deutschland von der Piratenpartei. Die genaue Zahl müsste ich mal rausfinden. Das sind Leute, die jeden Tag Politik machen für die Piraten und die brauchen uns als Partei. Es hilft uns also nichts, wenn wir uns hinstellen und sagen, wir haben ein Prozent des Projektes gescheitert. Ganz im Gegenteil. Wir haben im Augenblick eine Flaute und wir werden da sein, wenn die Ergebnisse und die Stimmung wieder nach oben geht und dann werden wir wieder Politik machen und werden wieder Erfolge haben. Und dann wird es ganz am Ende auch heißen, klar machen zum Ändern. Gut, damit kommen wir zum zweiten Grußwort. Ich übergebe das Mikro an Olaf. Danke, Stefan. Piraten, wir gelten als politische Störenfriede. Tatsächlich treten wir nicht an, um einer Wahlarithmetik zu dienen. Wir gelten als notores Streitversessen. Tatsächlich treten wir nicht an, um irgendwie anders zu sein als das, was wir ohnehin schon sind. Wir gelten als politisch wirkungslos. Tatsächlich hat allein schon unsere Präsenz, Stefan hat es erwähnt, zu nachhaltigen Veränderungen geführt. Unser Rahmenprogramm ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Verwurzelt in der Netzgemeinde wirken wir als Partei bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Wir Piraten wollen die digitale Informationsgesellschaft zum Vorteil aller politisch mitgestalten. Das globale Netz ist in unserem Leben zentral. Wir begrüßen eine Cybergesellschaft, deren Eckpfeiler offene Standards, freie Inhalte und Netzneutralität sind. Das geht Hand in Hand mit der Stärkung von Bürgerrechten und einem Plus an direkter Demokratie und Mitbestimmung sowie höherer Transparenz der politischen Entscheidungsprozesse. Deshalb ist für uns erstens die die informationelle Selbstbestimmung fundamental, zweitens die Wahrung der Privatsphäre zentral und drittens der freie Zugang zu Wissen und Kultur elementar. Auf den ersten Blick adressieren wir damit Onliner, also etwa den Digital Native, wie den Silver Surfer, den Computerfreak, wie den Nerd, den Blogger, wie den Gamer, den Softwareentwickler, wie den Webadministrator oder aber auch den Hacker, wie den Sicherheitsexperten. Auf den zweiten Blick erfasst die Digitalisierung tatsächlich jeden. Sie ist das super Querschnittsthema und unser Fokus ist damit allgemein die Gesellschaft. Für wahr gehören zu unserer libertären Geistesgeschichte unter anderem das Hacker-Manifest und die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. Wir Piraten wollen über den Schutz der Freiheit im Netz hinaus, aber auch den Freiheitsraum in der analogen Welt ausgebaut sehen. Dabei begreifen wir uns eins mit einer neuen agilen Gesellschaft und Generation, die nach den Gesetzen des Internets sozialisiert wurde und einen transparenzfördernden Politikstil einfordert. Wir wissen uns zudem in dieser schnelllebigen, globalisierten Welt als Teil einer weltweiten Bewegung. Wir Piraten sind also im Kern freiheitlich orientierte Netzpolitiker mit umfangreichem Programm sowohl für die digitale als auch für die analoge Welt. Unsere Ziele wollen wir in den Parlamenten vertreten, Alternativen bieten und sie umsetzen helfen. Und zwar auf kommunaler Ebene, auf Länderebene und im Bundestag. Wir stehen dabei für das Prinzip der Offenheit gegenüber geschlossenen Systemen und Verfahren. Wir betreiben daher politische mehrdimensionale Kommunikation und keine PR. Und so verstanden ist die Piratenpartei also weder Selbsthilfegruppe noch Flauschkorn, weder Studienseminar noch randständige außerparlamentarische Opposition. Wir Piraten sind überdies weder Streetfighter noch NGO-Vertreter, weder Aktionisten noch Lobbyisten. Wer dennoch meint, die Piratenbewegung mit KAPA-Briefen instrumentalisieren zu können, dem zeigen wir unsere orangefarbene Flagge. Und um es für unsere politischen Mitbewerber in ihren Galären auf den Punkt zu bringen, wir sind weder der Laptop der krachledernen CSU noch die Netz-Community der alten Tante SPD. Wir sind weder der Web-Administrator der analogen Freien Wähler noch die Web-Designerin der marktgläubigen FDP. Wir sind weder elektronische Grüne noch eine Linke mit Internetanschluss. Wir, wir sind Piraten und damit Ur-Demokraten. Jetzt gilt es, einen neuen bayerischen Landesvorstand zu wählen, einige Satzungsänderungsanträge anzunehmen und dann werden wir mit vereinten Kräften an die politische Arbeit gehen und wieder ausrufen, wie es gerade schon Stefan gesagt hat, klar machen zum Ändern. So, gibt es noch weitere Grußworte? Ich glaube, wir sind durch. Das ist das Schöne bei den Piraten, die sind immer relativ kurz. Wir kommen zum Punkt zwei der Tagesordnung, organisatorisches, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sehen kann man es im Augenblick nicht. Und der erste Punkt unter Tagesordnungspunkt zwei war die Abstimmung darüber, ob wir Gäste zulassen wollen. Bevor wir darüber abstimmen, würde ich gerne zwei, drei Sätze ganz kurz zur Erläuterung sagen. Ja, wir stimmen das bei praktisch jedem Parteitag ab. Das wurde sogar bei der Gründungsveranstaltung der Piraten mit abgestimmt. Die Abstimmung darüber hat also eine lange Tradition, wenn man innerhalb der Piraten von Tradition reden kann. Die Abstimmung darüber war aber immer ein klares Zeichen für, ja, wir wollen Gäste, ja, wir wollen Öffentlichkeit, ja, wir wollen Transparenz. Und ich wünsche mir, und ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft so ist und deswegen würde ich jetzt gerne darüber abstimmen. Wollen wir Gäste zulassen? Wer ist dagegen, dass wir Gäste zulassen? Danke. Gäste sind zugelassen. Gut, der Form halber an der Stelle auch ganz kurz die Abstimmung darüber, ob wir Bild- und Tonaufnahmen beziehungsweise Übertragungen zulassen wollen, also die Transparenz auch nach draußen tragen. Nein, ich bin nicht manipulativ. Vielen Dank. Gegenprobe, wer ist dagegen? Jawohl, wir sind also auch an dieser Stelle fast einer Meinung. Damit sind also Übertragungen, Bild- und Tonaufnahmen zugelassen und wir kommen zum nächsten Punkt unter organisatorisch, nämlich die Wahl des Versammlungsleiters. Das ist ein guter Punkt, weil dann seite ich mich gleich los an der Stelle. Mike Saunus. Es gibt einen Kandidaten als Versammlungsleiter, der zusammen mit einem Team angetreten ist und den Job gerne machen würde. Gibt es weitere Kandidaten außer Mike Saunus? Okay, nachdem jetzt niemand aufspringt, würde ich vorschlagen, stimmen wir über den Kandidaten, der hier steht ab. Wer ist dafür, dass Mike Saunus Versammlungsleitung macht? Vorstellen, nee, braucht er sich nicht. Wer ist dagegen? Sehr schön. Mike, ich wollte schon lange mal wieder sagen, du hast den Job. Also ich sage zwar mal vielen Dank, aber das weiß ich immer erst im Nachhinein, ob ich das auch so sagen kann. Also vielen Dank dafür, dass ich die Wahlleitung, die VL hier machen darf. Mein Team besteht aus, und die bestimme ich auch gleich ins Team dann, das ist einmal Claudia Koller, dann der Umrat, Gerd, hier, ihr dürft ruhig mal, damit die Bescheid wissen, mein Jurist ist BIM, und das ist das Team, was die VL machen wird für euch. Dankeschön. Wir haben diesmal einen Vorschlag von Andi entgegengenommen, das bedeutet, wir werden relativ viel zusehen, dass der Ablauf zügig ist. Wir werden euch öfter bitten, an den SKP zu gehen. Der SKP befindet sich genau dort, wo diese drei Leute sitzen. Sie werden alle eure Fragen außerhalb beantworten, sodass wir kein Ping-Pong-Spiel zwischen der Bühne und dem Mikrofon haben, was die Beantwortung der Fragen betrifft. Da werden auch Entscheidungen getroffen. Das heißt also, ihr braucht nicht böse zu sein, wenn ich sage, geht bitte an den SKP. Es wird euch dort geholfen. Es wird euch dort geholfen mit den Stellen von Anträgen und auch bei Auskünften, und sie werden dementsprechend uns die Anweisungen geben, wie wir uns zu verhalten haben. Wir gehen jetzt weiter in der Tagesordnung und sind bei dem Punkt, dass wir Protokollanten brauchen. Wer möchte denn dieses verantwortungsvolle Amt übernehmen? Und zwar da. Wir haben einmal, ich weiß gerade, Maren. Willst du das alleine machen? Das habe ich mir schon gedacht. Also, die Maren möchte das gern machen. Man sagt mir gerade, dass Corinna sich auch gemeldet hätte. Okay. Wo ist Corinna? Also, wir würden schon noch einen zweiten Protokollanten brauchen, damit wir mal eine Pause machen können oder sowas. Das fänden wir schon ganz toll. Klaus. Klaus macht mit, würde sich mit anbieten. Dann würden wir jetzt über Maren und Klaus als Protokollanten... Die Corinna hat die zugesagt, oder? Okay. Auch wenn Corinna noch nicht da ist, würden wir sie jetzt in Abwesenheit einfach verhaften und diese drei als Protokollanten abstimmen lassen. Wer ist dafür, dass... Was? Corinna will nicht. Alles klar. Gut. Dann machen es nur die beiden. Gibt es noch einen dritten, der das gerne machen würde? Das ist eine ganz tolle Aufgabe. Allerdings ist es die wichtigste, auch wenn sie nicht so toll ist. Okay. Ich hoffe, es ringt sich noch einer dazu, wenn die Hilfe brauchen, dass da auch wirklich was passiert. Wer ist denn damit einverstanden, dass die beiden unser Protokoll führen? Ich bitte jetzt um die Ja-Stimmen. Danke. Gegenstimmen. Fürs Protokoll einstimmig. An diesem Punkt würden wir jetzt die Wahlleitung wählen wollen. Wir haben hier einen aussichtsreichen Kandidaten. Gibt es noch mehr Leute, die sich für die Wahlleitung zur Verfügung stellen möchten? Dann würde ich sagen, Andi, stell dich mal kurz vor und sag, wie du dir das vorstellst. Langsam geht nicht. Ihr müsst schneller zuhören. Wie oft muss ich das noch sagen? Also, Mauri und ich würden das gerne machen. Wir haben das jetzt ein paar Mal schon gemacht, bei diversen Landesparteitagen, bei diversen Bezirksparteitagen und Ähnliches. Wie stellen wir uns das vor? Also, wir hätten gerne zehn Wahlhelfer. Die müssen wir dann noch gleich im Anschluss bestimmen. Und mit denen würden wir dann rausgehen und debriefen. Und ihr würdet dann von uns wieder hören, wenn die erste Wahl ansteht. Das wäre der Plan. So, dann haben wir das einmal gehört. Jetzt bitte ich um die Abstimmung für die Wahlleiter. Wer ist dafür, dass die beiden das machen? Ich bitte um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Die Nein-Stimmen. Fürs Protokoll einstimmig. Vielen Dank. So, und dann jetzt das übrige Prozedere. Wir hätten gerne zehn Wahlhelfer. Jetzt möchte ich bitte mal alle Leute, die bereit sind, Wahlhelfer zu sein, bitte mal hier vorkommen. Dann können wir die zählen und auch gleich mitnehmen, sodass wir die briefen können. Und wir machen nicht weiter, bevor wir keine zehn Leute hier oben haben. Wir haben eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Schaut euch also auch bitte die Wahlhelfer jetzt gleich mal an. Wenn da irgendjemand dabei ist, gegen den ihr Einwände habt, dann könnt ihr das jetzt gleich vortragen. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei Freiwillige bräuchte man noch. Wer hat noch? Zwei Freiwillige. Dass die auch ein bisschen Pause machen können. Du bist freiwillig. Okay, aber noch einen. Das sieht ja so aus, als ob der Bundesvorsitzende auch mal was tut, wa? Okay. Ja, hier arbeitet der Vorsitzende noch persönlich. Gut, also wir haben zehn Wahlhelfer. Gibt es gegen irgendeinen oder einen dieser Wahlhelfer Einspruch? Das ist ein Nein, das ist da hinten in der Verwaltung, oder? Genau, okay. Gut, wenn es dann keinen Einspruch gibt, dann vielen Dank. Dann bitte ich die Wahlhelfer einmal kurz zum Protokoll, dass die ihren Namen zum Protokoll geben und dann treffen wir uns gleich draußen, um die Wahlhelfer zu briefen. Vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu der Wahl für die Rechnungsprüfer. Es werden also zwei Personen für die Rechnungsprüfung gebraucht. Eigentlich. Ja, während sich die Rechnungsprüfer auf den Weg zur Bühne machen, bitte ich doch den Landesschatzmeister, zu uns hier hochzukommen. Bitte komm einmal hoch hier. Dankeschön. Wir brauchen wirklich zwei Rechnungsprüfer. Es ist nur eine Formalie. Es ist ein ganz leichter Job. Ja, bitte. Und dann kommt sie zu mir. Ich schlage die beiden Kassenprüfer vor, die die Kasse vor kurzem geprüft haben, auch gestern nochmal nachgeprüft haben. Die haben den besten Einblick in die Unterlagen. Die kennen die Unterlagen. Sie müssen sie eigentlich noch nicht mal mehr anschauen. Wäre das einfachste Prozedere. Wer ist denn das? Ich müsste mal wissen, ihr beiden seid das? Spinni und Mauri. Und ihr seid auch dazu bereit? Sehr gut. Dann kommt er nochmal ganz nach vorne, nur damit sie euch sehen. Ihr wisst wahrscheinlich, wer das ist. Hier, die beiden. Ich bitte um Abstimmung, wer damit einverstanden ist, dass die beiden die Rechnungsprüfung machen. Entschuldigt bitte. Immer erst die Ja-Karten und dann die Nein-Karten. Dankeschön. Jetzt die Nein-Karten. Mit fünf Gegenstimmen. Angenommen. Vielen Dank dafür. Wir haben Rechnungsprüfer. Wir kommen jetzt zu der Abstimmung über die Tagesordnung und die Geschäftsordnung. Wir fangen erst mit der Geschäftsordnung an. Die Geschäftsordnung, so wie sie im Wiki vorliegt und allen gut vorbereiteten Piraten natürlich bekannt ist. Mir wurde gesagt, ich bin das erste Mal hier in Bayern, die Hötte sich nicht geändert. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht angelogen wurde. Keine Einwände, keiner, der zum Mikro läuft. Nehmen wir die Geschäftsordnung so, wie sie jetzt vorliegt, an. Ich bitte jetzt um die Ja-Stimmen. Gegenstimmen. Vielen Dank. Geschäftsordnung ist einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zu der Tagesordnung. Wir haben einmal die Tagesordnung, wie sie im Wiki vorliegt und wir haben jemanden am Mikrofon stehen. Moment, bitte. Habe ich Saft? Okay. Kannst du sie einblenden? Ein bisschen ruhiger, wenn die Dame so ruhig spricht. Wäre super, dann versteht er sie auch alle. Was hast du denn vor? Erklär es mal. Ich möchte gerne zwei Tagesordnungspunkte im Ablauf tauschen. Ja, hervorragend. Also ich würde gerne Top 3 und Top 4 vertauschen. Dass zuerst die Beschlussfassung betreffend der Ordnungsmaßnahme gegen eine Gliederung kommt und danach der Rechenschaftsbericht des Vorstands. Ja, dann haben wir zwei TO-Vorschläge. Gibt es noch weitere TO-Vorschläge? Okay, zum Ablauf. So ein rechtlicher Fuh. Wir werden jetzt einmal darüber abstimmen, über welche TO wir abstimmen und danach nochmal die TO abstimmen. Nur mal so. Also, wir stimmen jetzt einmal dafür ab, wer dafür ist, die, wie im Wiki vorliegende Tagesordnung zu benutzen. Nur die Ja-Karten. Wer ist dafür, nee, ich lasse euch Zeit. Nochmal. Wer ist für die, okay. So, wer ist dafür, die Änderung von Niki ist dann einer praktisch die gleiche Tagesordnung, nur dass Top 3 und 4 vertauscht sind, also Top 4 praktisch vor Top 3 kommt. Wer ist dafür, dass das die Tagesordnung wird, hier, ich bitte um die Handzeichen. Das ist die Mehrheit. Jetzt wird darüber abgestimmt, ob diese Tagesordnung angenommen wird. Wer ist dafür, dass die Tagesordnung angenommen wird? Die Ja-Stimmen bitte. Jetzt die Gegenstimmen. Bei sechs Gegenstimmen ist die Tagesordnung so angenommen. Änderst du das? Bitte? Ändert das bitte auch einer im Wiki? Danke. Dann kommen wir jetzt zu der Beschlussfassung betreffend eine Ordnungsmaßnahme gegen eine Gliederung. Da muss irgendwer was zu sagen. Ja, nach oben. Danke. Also wir sind jetzt bei Top 3 Beschlussfassung betreffend einer Ordnungsmaßnahme gegen eine Gliederung. Die Menschen, die das vorstellen, kommen bitte nach oben auf die Bühne. Die Menschen, die was dazu zu sagen haben, dürfen sich jetzt auch schon zu den Mikros begeben. und wenn der Günther Zeit hört, dann bräuchte ich den mal hier oben auf der Bühne. kann ich bitte Mikro? Jetzt? Okay. Hallo, lieber Landesparteitag. Einige von euch werden es mitbekommen haben. Wir haben... Lauter? Okay. Ich gehe ein bisschen mehr ran. Okay, dieses Kabel ist einfach zu kurz. Also, einige von euch werden es mitbekommen haben. Wir waren vor einigen Wochen auf dem außerordentlichen Bezirksparteitag in Niederbayern. Dieser war notwendig geworden, weil der Vorstand Niederbayern durch Rücktritte handlungsunfähig geworden ist. Auf diesem Bezirksparteitag gab es dann eine Abstimmung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Das hat in der Folge dazu geführt, dass wir uns gezwungen sahen, auf diesem Bezirksparteitag eine Ordnungsmaßnahme gegen den Bezirksverband Niederbayern zu verhängen. Wir haben diesen Bezirksverband dann aufgelöst. Ich werde jetzt noch zu den Gründen einiges sagen. Der Landesvorstand Bayern hat mit der Entscheidung, den Bezirksverband Niederbayern aufzulösen, eine naturgemäß umstrittene und auch polarisierende Entscheidung getroffen. Wir stehen aber nach wie vor zu dieser Entscheidung. Wir haben gesehen, in dieser geheim abgestimmten Entscheidung die Öffentlichkeit von einem Bezirksparteitag der Piratenpartei, in dem es um die Wahl eines öffentlich wirkenden Vorstandes geht, auszuschließen, ist ein gravierender Verstoß gegen die Grundwerte der Partei, also Transparenz und Teilhabe. Und außerdem wurde unserer Partei dadurch ein irreparabler Schaden innerparteilich als auch an der Außenwirkung zugefügt, wenn wir Öffentlichkeit nicht zulassen. Bereits wenige Sekunden, nachdem dieser Ausschluss der Öffentlichkeit bekannt wurde, gingen auf Twitter die ersten Reaktionen los, die waren ziemlich entsetzt. Ein Journalist sagte zum Beispiel, werden die Piraten jetzt zur AfD. Und das ist, glaube ich, was, was sie überhaupt nicht wollen. Man möge sich außerdem vorstellen, wenn auf diesem Bezirksparteitag Journalisten anwesend gewesen wären, die mit dieser Entscheidung der Versammlung verwiesen worden wären, was für ein Presseecho das ausgelöst hätte. Wir tauchen im Moment nicht besonders häufig in der Presse auf, aber ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir erst recht nicht in der Presse auftauchen möchten, dass wir unseren eigenen Idealen zuwiderhandeln. Das bedeutet einen eklatanten Verlust an Glaubwürdigkeit und damit auch an Wählbarkeit, wenn wir nicht mehr unseren eigenen Idealen treu bleiben. In der Vergangenheit haben wir immer angestrebt, nach Möglichkeit live zu streamen, was manchmal aus technischen Gründen nicht geht, aber dann gab es zumindest die Aufzeichnungen, die man sich im Nachhinein anschauen konnte. Diese Aufzeichnungen sind für uns schon immer nur die halbe Miete. Also das ist besser als nichts, aber so richtig glücklich sind wir damit nie. Aber noch nicht mal Aufzeichnungen von so einer Versammlung zu haben, ist, für uns genügt unseren Ansprüchen nicht und entspricht auch nicht von dem, was wir wollen. Und ein Ergebnisprotokoll kann nie die Diskussion auf einem Parteitag darstellen, dass man sie im Nachhinein noch nachvollziehen kann. Aber einen technisch möglichen Livestream, der tatsächlich technisch möglich war, zu verbieten, hat eine ganz andere Qualität. In dem Moment, wo wir die Öffentlichkeit von Parteitagen ausschließen, verlieren wir unsere Identität, unsere Glaubwürdigkeit und beschäftigen uns nur noch mit uns selbst. Wir haben die Entscheidung über diese Auflösung auch getroffen, obwohl die niederbayerische Bezirkssatzung ausdrücklich den Ausschluss ermöglicht. Wir waren dabei auch mit der Fragestellung konfrontiert, ob es überhaupt möglich ist, einen Grundwert piratischer Politikvorstellungen, nämlich Transparenz, den in der Bezirkssatzung wieder festgelegten Regeln untergeordnet sein können, oder ob die Satzung hier schlicht eine überholte Vorschrift enthält, oder eine, die gedankenlos vielfach abgeschrieben und nie hinterfragt wurde. Ich weiß auch nicht, warum es in der Bundessatzung jemals drin stand oder drin steht. Wir sind der Meinung, dass in diesem Fall die Programmatik der Gesamtpartei vorgeht und diese Frage legen wir dem Landesparteitag hiermit vor. Wir werden heute noch einen Satzungsänderungsantrag beziehungsweise mehrere Satzungsänderungsanträge stellen, die explizit den Ausschluss der Öffentlichkeit auf Parteitagen unmöglich machen. Die politische Arbeit gerade in Niederbayern muss jetzt wieder vorangetrieben werden. Wir wünschen uns von den Piraten in Niederbayern, dass sie miteinander klären, wie diese politische Arbeit aussehen kann und wann sie bereit sind, wieder einen neuen Bezirksverband im Sinne eines piratisch-politischen Selbstverständnisses wiederzubeleben. Applaus Ich werde gleich den Antragstext vorlesen. Es ist so, wir haben für beide Fälle eurer Entscheidung jeweils einen Plan in der Tasche. Um den muss sich dann der nächste Landesvorstand kümmern. Es sieht so aus, wenn ihr die Ordnungsmaßnahme bestätigt, werden wir Beauftragte für Niederbayern ausschreiben, die dann für uns die Kommunikation übernehmen oder zumindest teilweise, weil sie halt näher vor Ort sind, näher an den Leuten dran und uns regelmäßig mit den Leuten unterhalten. Wir werden Gebietsversammlungen abhalten, zu denen wir dann entsprechend einladen werden, wo dann die Leute miteinander diskutieren können, wo sie politisch arbeiten können und wir fordern die Niederbayern explizit auf, Gruß zu gründen und uns zu zeigen, dass sie es drauf haben. So, der Antragstext lautet, der Antrag, auf Antrag des Landesvorstands entscheidet der Landesparteitag zustimmend über die Auflösung des Bezirksverbands Niederbayern und bestätigt die Ordnungsmaßnahme des Landesvorstands. Und jetzt bitte Fragen. Wenn jemand was dazu sagen möchte, dann ans Mikrofon begeben langsam. Alles klar? Eine Person? Vielleicht liegt es daran, dass ich nach Unterfranken umgezogen bin und nichts mehr mitbekomme. Meine große Frage in dem ganzen Streit ist, was war eigentlich der Auslöser? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Selbstbestimmung einer Sitzung, einer Versammlung, ob sie allein sein wollen oder nicht, zu einer Ordnungsmaßnahme gegen die Gliederung führen sollte. Wolltest du was sagen? Nein, du wolltest es. Doch, kann ja nur. Es kann alles, was im Vorfeld war, was im Hintergrund abgelaufen ist, darf ja diese Entscheidung gar nicht beeinflussen. Das wäre ja unsinnig. Nein, es ist das gewesen, was auf diesem Parteitag passiert ist. Da wurde ein Antrag gestellt auf Ausschluss der Öffentlichkeit mit der Begründung, es seien Schwierigkeiten an dem Bezirksverband von außen hereingetragen worden und man möchte das Rederecht von Gästen verbieten. Das war wörtlich der Antrag. Das Rederecht der Gäste soll ausgeschlossen werden. Das heißt diese, und damit wurde billig in den Kauf, das ist im Übrigen wortwörtlich auf dem Stream so nachzuhören, damit wurde billig in den Kauf genommen, dass auch alle anderen Gäste entfernt werden, dass der Stream abgeschaltet wird, das wurde vom Wahlleiter so erklärt, das wussten alle, die abgestimmt haben, sie haben trotzdem diesem Antrag zugestimmt und damit wurde unserer Meinung nach die Grundordnung der Partei angegriffen. Denn die Grundordnung der Partei besteht, unsere Grundordnung, unserer Partei, besteht in erster Linie darin, dass wir uns erstmal gegenseitig alle vertrauen, dass wir gegenseitig uns das Vertrauen aussprechen, solange bis jemand explizit das Misstrauen verdient, aber solange das nicht der Fall ist, muss erstmal vertraut werden. Hier ist ein eklatanter Vertrauensbruch geschehen. Hier wurde erstmal grundsätzlich allen misstraut. Das ist ein Angriff gegen die Grundordnung unserer Partei. Und das ist erfolgt von dem obersten Organ eines Gebietsverbandes. Und deswegen konnte auch nur, wir hatten gar keine andere Möglichkeit, als mit einer Ordnungsmaßnahme gegen den Gebietsverband vorzugehen. Das ist keine Ordnungsmaßnahme gegen seine Mitglieder. Die Mitglieder sind damit nicht bestraft, um Gottes Willen. Die sind so wenig bestraft, ein einzelnes Mitglied hat dann noch nicht mal ein Recht vor, am Landesschiedsgericht dagegen Einspruch einzugeben, weil es in seinen Rechten überhaupt nicht eingeschränkt ist. Einzelne Mitglieder können ja trotzdem in der Partei mitwirken. Die brauchen ja nicht ihre Gliederung, um mit der Partei zu wirken. Das sind in anderen Parteien anders. Dort braucht man Gliederungen. In unserer Partei eigentlich nicht. Insofern war es einfach nur eine Ordnungsmaßnahme gegen den Verband, aber nicht gegen Personen. Beantwortet das die Frage? Nein, eigentlich nicht, weil dann stellt sich mir die Frage jetzt, ist diese Frage, wollen wir Gäste zulassen, nur eine rhetorische Frage oder meinen wir das wirklich jedes Mal ernst? Weil wenn wir es jedes Mal ernst meinen, dann müssen wir es auch akzeptieren, wenn einmal mit Nein geantwortet wird. Ja, also unserer Auffassung nach ist es in der Tat eine rhetorische Frage und das mag es mag für viele von euch ein Gewicht, ein schwerwiegendes Argument sein zu sagen, aber die Bundessatzung erlaubt es doch, dann muss es doch möglich sein. Es ist ein Unterschied, ob die Bundessatzung einem ein Recht gibt oder auch die Bezirkssatzung einem ein Recht gibt oder ob ich dieses Recht überdehne, ob ich es überspanne, ob ich es ausnutze und damit die Grundwerte der Partei negiere. Und das ist genau das, was Niki auch gerade gesagt hatte. Wir fassen das nicht als eine Nutzung eines Rechtes auf, sondern eine Überdehnung eines Rechtes. Und damit verkehrt es sich ins Gegenteil. Man muss doch die, man muss auch die Grundsatzung doch interpretieren unter dem, unter der, unter der Bedeutung, was ist die Grundordnung der Partei, eben das Vertrauen, das Gegenseitige. Und wenn ich das, wenn ich auch die Bundessatzung und auch die Satzung des Bezirksverbandes so interpretiere, dann darf ich diese Erlaubnis zur Einschränkung der Öffentlichkeit nicht als eine Pauschaleinschränkung betrachten. Hier wurde der gesamte Parteitag erst mal bis zum Ende komplett zu einer Geheimveranstaltung umfunktioniert. Nicht nur aus gutem Grunde ein Teil davon. Es wurde hier nicht darauf geachtet, dass nur die Persönlichkeitsrechte von bestimmten Personen gewahrt werden. Das wäre hier ein Grund. Das hätte man ja einsehen können. Hier wurde pauschal der gesamte Parteitag zu einer Geheimveranstaltung umfunktioniert. Und das ist ein Angriff auf die Grundordnung der Partei. Danke, Klaus. Wir haben einen GO-Antrag. Ich hätte gerne einen GO-Antrag gestellt und zwar auf Einholung eines Meinungsbildes. Das Meinungsbild lautet wie folgt. Ich wüsste gerne, wer zum derzeitigen Zeitpunkt dem Antrag des Landesvorstands auf Auflösung der Gliederung zustimmen würde. Ihr habt es gehört. Ich bitte um die Ja-Stimmen. Bitte nicht gleichzeitig erst die Ja-Stimmen. Jetzt die Nein-Stimmen. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild überwiegend positiv ist. Weiter in der Diskussion. Nee, Entschuldigung. Erst habe ich noch was zu sagen. Also, ihr könnt draußen Essensmarken kaufen. Und zwar wurde ich gebeten, dass sie relativ früh gekauft werden für das Mittagessen. Eine Preisliste soll da vorne neben Benni auf dem Tisch sein. Mit diesen Essensmarken könnt ihr dann bei der Essensausgabe, wenn das Buffet aufgebaut ist, euer Essen entgegennehmen. Das sollte so schon bis um 11.30 Uhr eure Essensmarken eingekauft haben. Das nur zum organisatorischen Ablauf. Bitte jetzt weiter in der Diskussion. Der nächste Redner. Dankeschön. So, Probleme löst man durch Gespräche und nicht mit Ordnungsmaßnahmen. Die Art und Weise, wie hier vorgegangen wird, ist leider nicht piratig. Wenn man es jetzt hier anschaut, wir stehen hier unten, ihr steht hier oben, das ist einfach eine Distanz. Das zeigt schon auch genauso wie dieser, ja, lacht ruhig, schön, alles demokratisch, was ihr hier macht, wunderbar. Es ist genauso wie dieser Antrag auf Meinungsbild. Es soll einfach per Ordnungsmaßnahme etwas entschieden werden und mit den Leuten nicht gesprochen werden. Auf die Dauer funktioniert das nicht. Wir haben in dieser Partei, in diesem Landesverband 40 Prozent unserer stimmberechtigten Mitglieder verloren in der letzten Periode und darüber ist zu diskutieren. Und eine Form, wie sie hier gewahrt wird, führt eben dazu, dass eine Politikverdrossenheit stattfindet, wenn von oben herab irgendetwas entschieden wird. Zur eigentlichen Problematik möchte ich sagen, nein, jede Abstimmung, ob wir Öffentlichkeit zulassen, sollte eine aktive Zustimmung sein, um zu signalisieren, ja, wir wollen dies ganz explizit, wir wollen die Öffentlichkeit jedes Mal zulassen. Und das ist keine rhetorische Frage, wo man einfach hingeht, in der Demokratie einfach inklusst abstimmt, wo immer das Gleiche ist, jeder, der seine Stimme abgibt, muss in dem Augenblick wissen, was er da tut. Zum Punkt der Transparenz sei gesagt, es war geheime Abstimmungen, geheime Personalwahlen, ist ein Grundprinzip der Demokratie. Personalwahlen finden bei uns immer geheim statt. und die Möglichkeit, mit einem Streaming eine geheime Wahl zu filmen, ist eben nur ein kleiner Teil, der gegenüber den Persönlichkeitsrechten abgewogen werden muss. Was ist da sinnvoller? Wenn man sich anschaut, im Landesverband, der Vorstand zieht sich zurück, entscheidet an Wochenenden Dinge, die die eigentliche Struktur der Partei betreffen, ohne dass diese Sitzungen gefilmt werden, ohne dass vernünftige Protokolle entstehen. Der Landesverband entscheidet, über 110.000 Euro, die zu verteilen sind, in der Parteienfinanzierung, eben nicht öffentlich, nicht transparent. Und deswegen bitte ich, diesen Antrag einfach abzulehnen. Man kann das natürlich machen, jetzt einfach mal abstimmen, zu glauben, man könnte einfach dahergehen, und wir wählen die jetzt mal ab und lösen diesen Gebietsverband auf und dann gründen wir irgendwie der Neue. Das ist kein Konzept, sondern wir haben ein Problem und das Problem ist ursächlich entstanden, weil Oberfelser Piraten einmal nach Blattling kamen, Oberfelser Piraten nach Blattling kamen, mit Silberhütchen und dort vor der Wahl richtig Rabatz gemacht haben. Und wir haben das in vielen anderen Dingen so, diese Störfaktoren von außen, ihr müsst uns schon einmal das Recht zugestehen, dass wir nicht dauernd Personen, die sich für die Politik engagieren wollen, herabsetzen lassen in der Öffentlichkeit. Wir sind ein ländliches Gebiet und da gehört es sich einfach nicht, dass jemand aus Fremden, aus Nachbarregionen kommt und dort auf Parteitage geht und richtig Rabatz macht. Und deswegen bitte ich, die ist nicht abzustimmen, und es kann hier ganz so lustig weitergehen, es soll jeder streamen. Die Frage ist, es sind 40 Prozent der Mitglieder, der Stimmberechtigten sind ausgetreten, man kann gerne so weitermachen, wie das hier ist, man kann Gespräche verweigern, keine Lösungen suchen, einfach niederstimmen, immer drauf, die Politikverdrossenheit wird immer größer. Danke. So, wir haben mehrere GO-Anträge, das heißt, der nächste Redner wird erst nach Abhandlung der GO-Anträge, wir haben einmal den Antrag auf Schließung der Rednerliste vorliegen. Wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? Bitte jetzt die Ja-Stimmen? Danke. Die Nein-Stimmen? Danke. Die Rednerliste wird geschlossen. Bitte noch hinten anstellen. Ich möchte jetzt die Menschen sehen, die noch was zu sagen haben, und die sich dementsprechend anstellen. Ja, ich sehe das. Wer ist der Letzte? Dein GO-Antrag kommt gleich danach. So, du bist die Letzte. Alles klar, dann haben wir das schon mal genäht. Wir haben dann noch, nee, du darfst nach vorne, das ist ein GO-Antrag. Bitte, den musst du... Ja, ist okay, dann bist du der Letzte, aber deinen GO-Antrag musst du jetzt vorstellen. Also, das ist ein GO-Antrag auf Unterbrechung des Landesparteitages, soweit ich verstanden habe. Genau, ich würde den Landesparteitag kurz unterbrechen für fünf Minuten, um was zu klären. Das Landesschiedsgericht hat vorher Stellungnahme rauslassen, dass nämlich keinerlei Möglichkeit besteht, gegen diese Auflösung vorzugehen, weil durch die Auflösung gibt es keinen Bezirksvorstand. Gibt es keine Sachen, die irgendwie dagegen klagen können. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo quasi ein Vorstand einfach schnippt und es gibt nichts dagegen zu unternehmen und das funktioniert nicht. Und das möchte ich kurz klären. Danke für die Rufe aufs Plenum, darauf reagieren wir nicht. So, wir stimmen den GO-Antrag ab. Wer ist dafür, dass die Sitzung unterbrochen wird? Bitte jetzt die Ja-Stimmen. Die Ja-Stimmen. Die Ja-Stimmen. Danke. Wer ist dagegen? Der GO-Antrag ist abgelehnt. Du bist trotzdem weiter der letzte Redner in dieser Liste. Bitte den nächsten Redner. Ich wollte eigentlich noch auf die Frage von vorhin antworten. Entschuldige bitte. Du hast vollkommen recht, das ist mein Fehler. Entschuldigt bitte. Auch beim Plenum. Also, es ist so, Es ist so, es ist so, dass Abstimmvorgänge bei Parteitagen tatsächlich gefilmt werden können, allerdings nur das Einwerfen des Stimmzettels in die Urne, nicht das Ankreuzen auf dem Stimmzettel. Das ist auch was, was wir auf allen Parteitagen, Presse-Teams oder anderen Leuten, die filmen, immer wieder sagen, dass der eigentliche Wahlvorgang nicht gefilmt werden darf, nur das Einwerfen in die Urne. Ach so, ja, und der nächste Punkt war, mit dem Problem, dass im Grunde niemand so richtig antragsberechtigt ist, das ist tatsächlich eine Rechtslücke. Das ist leider so, das müssen wir an anderer Stelle regeln. Ich stand dran. Also, ich habe erstmal eine Verständnisfrage an den Landesvorstand. Und zwar der Landesvorstand hat jetzt hier vorgetragen, es ist ja so ist, wenn die Gliederung sagt, sie lässt also keine Gäste zu, dann ist die ganze Versammlung eine Geheimveranstaltung und ist vollkommen intransparent. So habe ich das jetzt verstanden, was Klaus gesagt hat. Verstehe ich nicht so ganz, weil nach meinem Verständnis von jeder Versammlung gibt es ein Protokoll. Da steht ganz genau drin, wer welche Anträge gestellt hat und wie über diese Anträge abgestimmt wurde und wer gewählt wurde. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, dass dort Vorgänge sind, von denen niemand Kenntnis erlangt, sondern alles das, was dort passiert auf dem Parteitag, kann man später im Protokoll ganz genau nachvollziehen. Das heißt, eigentlich mit der Veröffentlichung des Protokolls und das ist ja eigentlich immer so, dass es veröffentlicht wird, das wird ja auch durch einen Antrag, dass man unter sich diese Versammlung durchführen möchte, heißt ja nicht, dass das Protokoll nicht veröffentlicht wird. Dadurch ist ja eigentlich dieser Vorgang für alle nachvollziehbar. Sehen wir anders. Ein Protokoll, was du hinterher veröffentlicht, ist ein Entscheidungsprotokoll. Da steht dann, Antrag Y wurde gestellt, wurde mit der und dieser und jener Mehrheit angenommen oder abgelehnt. Was du aber nicht nachvollziehen kannst, sind die ganzen Dinge am Rande. Sprich, du weißt nicht, wie die Diskussion gelaufen ist, weil diese Sachen werden im Protokoll nur erfasst, wenn jetzt Draftflow auf Bundesebene das als Wortprotokoll mitführt. Und das ist aber für einen normalen Protokollanten nicht zu leisten. Und deswegen sind diese Streams und die Aufzeichnungen unfassbar wichtig. Okay, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, welche Informationen dir dann halt, oder welche Informationen, wo du der Meinung bist, wenn ich jetzt nicht auf der Versammlung selber dabei bin, dann entgehen mir halt diese wichtigen Informationen und die brauche ich aber unbedingt in meiner Funktion als Landesvorstand. Gutes Beispiel. Diese Diskussion, die im Augenblick hier läuft, wäre nicht im Protokoll. Richtig. Und das finde ich wichtig, dass diese Diskussionen hinterher auch nachvollziehbar sind. Okay, das heißt, du möchtest ganz genau wissen, welcher Pirat sich wie positioniert hat zu bestimmten Anträgen in bestimmten Diskussionen. Nein, nein. Ich verstehe euren Anspruch, aber es artet zu einem kleinen Zwiegespräch. andere Leute möchten auch noch was sagen. Ist das deine letzte Frage? Nein, das ist nicht meine letzte Frage. Bitte? Das ist nicht meine letzte Frage. Das ist aber so auch nicht vorgesehen. Bitte? Wüsste ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt gerne diese Fragen halt hier kurz behandeln. Antworte, wenn du möchtest. Ich habe gesagt, wenn sie möchte. Antworte, wenn du möchtest auf seine Frage. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ist es so, dass du in dem Sinne explizit möchtest, genau wissen möchtest als Landesvorstand, welcher Pirat aus Niederbayern sich in dem Diskurs auf dem Parteitag zu welcher Frage wie genau politisch positioniert hat? Ich möchte das nicht wissen. Das möchten wahrscheinlich alle wissen. Ich mache ja auch, das soll ja keine Gesinnungskontrolle sein. Es geht einfach nur darum, eine Diskussion nachverfolgen zu können. Also das, was wir jetzt untereinander hier diskutieren, soll auch noch nachvollziehbar sein, wenn diese Versammlung vorbei ist, auch für Leute, die nicht hier sind. Und ob sich dann hinterher jemand der Meinung des Landesvorstands oder deiner Auffassung anschließt, bleibt demjenigen ja selbst überlassen. Das können wir ja nicht bestimmen. Wie erklärt ihr euch, dass in der Bundessatzung beispielsweise der Ausschluss der Öffentlichkeit in der Satzung halt der Default wert ist? Das heißt, eine Bundesversammlung ist bei uns grundsätzlich immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, es sei denn, es wird explizit dazu ein Beschluss gefasst, dass die Öffentlichkeit doch mit dabei ist. Wie erklärst du das? Dieses Thema hatten wir schon öfter. Ich habe da eine ziemlich gute Erklärung dafür. Diese Bundessatzung wurde zu Beginn irgendwann mal von die Partei abgeschrieben und die hatten es drinstehen und offenbar hat zum damaligen Zeitpunkt keiner drüber nachgedacht, was für ein Unfug das ist. Okay. Danke schön. Das Interessante an dieser Diskussion ist, dass sie ähnlich verläuft, wie etwa die CSU argumentiert, in den Gemeinderäten, warum sie denn möchte, dass der Livestream nicht an ist. Bitte. Wenn wir als Piraten dort auftreten und den Einsatz des Informationsfreiheitsgesetzes auch für Bayern fordern, dann können wir es doch nicht für unsere eigene Partei ablehnen. Bitte der nächste Redner. An diesem Punkt muss ich allerdings jetzt auch was dazu sagen. Die Argumentation des Landes... Nimm doch einfach das andere Mikro, das ist eh höher eingestellt. Die Argumentation des Landesvorstandes wird aber auch von der CSU also öfters verwendet, wenn es darum geht, auf öffentlichen Plätzen eine Überwachung einzurichten. Also, es gibt, glaube ich, mehrere Punkte, die wollen wir diskutieren müsste. Zum Ersten wären es die formalen Gründe, die also da sind. Der Landesvorstand hat die Aufgaben des Bezirksvorstandes Niederbayern übernommen. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo der Landesvorstand über eine Ordnungsmaßnahme gegen den Bezirk Niederbayern entschieden hat, war gleichzeitig auch der Vorstand des Bezirks Niederbayern. Das ist allerdings wohl einem Landesvorstand nicht als Problem aufgefallen. Das zuständige Gremium für eine Ordnungsmaßnahme wäre schlicht und einfach wegen dieser Interessenskoalition der Bundesvorstand gewesen. Er hat es zu diesem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit, eine entsprechende Ordnungsmaßnahme zu verkünden. Eine Ordnungsmaßnahme ist ein relativ schwerer Eingriff. Der Vorstand war fast in beschlussmäßiger Stärke anwesend. Das Ganze ist als Umlaufbeschluss gefasst worden. Das heißt, ohne dass eine Einladung war, ein Vorstandsmitglied ist laut Protokoll nicht anwesend gewesen. Das heißt, Ordnungsmaßnahmen werden, obwohl es sehr gewichtige Maßnahmen sind, ohne ausreichend Diskussion und ohne eine formelle Einladung durchgeführt. Der Landesvorstand, der anwesend war, hätte die Möglichkeit gehabt, nach diesem Beschluss seine Bedenken mitzuteilen. Allerdings sind alle Landesvorstandsmitglieder ganz schnell verschwunden und sind nur einmal noch mal reingekommen, beziehungsweise du bist noch mal reingekommen und hast uns dann also verkündet, Niederbayern ist aufgelöst worden. Auch das ist also noch mal eine Frage. Kinderordnungsmaßnahmen einfach verhängt werden, ohne dass man mit den Betroffenen überhaupt redet. Wir haben nur einen Beschluss verkündet bekommen. Die Begründung ist dann nachgereicht worden. Interessanterweise kommt dann auch als Begründung, dass in Twitter relativ schnell irgendein Journalist sich gemeldet hat. Allerdings wir waren noch beschäftigt damit zu diskutieren, wie es auf der Versammlung weitergeht. Von uns hat das an Twitter mitgeteilt, dass die Nichtöffentlichkeit hergestellt worden ist. Das sind jetzt reine formale Punkte. Was mir wichtiger ist, das ist, dass ein Grundsatz der Piraten jetzt sehr hoch gewertet wird. Es wird so getan, dass eine satzungsmäßige Möglichkeit, es steht in der Satzung, das ist das Grundgesetz unserer Partei, dass eine satzungsgemäße Möglichkeit ausgenutzt worden ist, also von der Untergliederung aus gutem Grund, weil wir Konflikte gehabt haben und diese Konflikte in der Nichtöffentlichkeit zuerst einmal ausdiskutiert werden sollten. Allerdings hat das der Vorstand ja nicht mitgerückt, weil das Treffen, das zuvor war, das in Eigenorganisation passiert ist, da war kein Landesvorstandsmitglied also anwesend. Was aus meiner Sicht völlig außen vor bleibt, das sind Fragen wie Persönlichkeitsrechte, Persönlichkeitsrechte gegen Transparenz. Also auch das ist also ein Punkt, der bei den Piraten sehr hoch zu bewerten ist. Und ich sowas gegen die Öffentlichkeit habe, sondern weil ich damit dokumentieren wollte, dass es durchaus auch Gründe geben kann, warum eine Versammlung auch einmal nicht öffentlich stattfindet. Und ein letzter Punkt, der für mich eigentlich der wichtigste Punkt ist. Die Frage ist, wie halten man es denn mit der Demokratie? Wer entscheidet, was in Niederbayern stattfindet? Entscheidet das der Landesvorstand? Und die Niederbayern haben oder gibt es sowas wie eine Basisdemokratie bei den Piraten? Wenn unterschiedliche Meinungen bestehen, dann können die durchaus ausdiskutiert werden. Derzeit wird das Instrument der Ordnungsmaßnahme dazu verwendet, um schlicht und einfach Positionen durchzusetzen. Und das ist ein Weg, wenn die Piraten weitergehen, dann wird das ganze Projekt nicht mit Ändern enden, sondern mit Scheitern. Wollte dazu Stellung nehmen? Eine kurze Einlassung zu dem Punkt des Interessenskonflikts. Ein Interessenskonflikt läge dann vor, wenn der Landesvorstand mit dem kommissarischen Bezirksvorstand, der in diesem Fall selber war, irgendeine rechtsgeschäftliche oder wie auch immer eine Kommunikation hätte. Aber in diesem Fall geht es darum, dass der Landesvorstand und der Bezirksverband der Ansprechpartner ist, der Landesvorstand ist beim Bezirksverband nicht stimmberechtigt und der Bezirksverband oder der Bezirksparteitag ist entsprechend höher anzusiedeln als der kommissarische Bezirksvorstand und insofern liegt da unserer Auffassung kein Interessenskonflikt vor. Der Bezirksparteitag hat eine ganz klare Aussage getroffen, was er von dem Grundsatzprogramm der Piraten Partei Deutschland hält und dementsprechend war der Landesvorstand dann in der Pflicht, da entsprechend zu reagieren. Entschuldigung. Der zweite Punkt, wie der Beschluss an sich zustande gekommen ist, es ist durchaus üblich, Umlaufbeschlüsse zu treffen, es waren sechs von sieben stimmberechtigten Landesvorstandsmitglieder anwesend, wir haben selbstverständlich telefonisch mit dem siebten Vorstandsmitglied Kontakt aufgenommen und wie gesagt, ein Umlaufbeschluss ist durchaus etwas, das jetzt angesichts der kurzen Zeit angezeigt war. Dann, was die schon vorgeschobene oder schon vorgebrachte Argumentation, es steht ja in der Satzung angeht, es gibt auch das Institut des Rechtsmissbrauches, wie bereits erläutert worden ist, es spricht nichts dagegen aus gutem Grund, von einzelnen Punkten die Öffentlichkeit einer Versammlung auszuschließen, aber pauschal daraus eben eine Geheimveranstaltung zu machen, ist eben aus unserer Sicht rechtsmissbräuchlich und widerspricht ganz klar den Grundsätzen der Piratenpartei. Es ist auch nicht so, dass diese Entscheidung undemokratisch ergangen wäre, denn einerseits ist es natürlich so, dass die niederbayerischen Piraten in ihrem Bezirk basisdemokratisch entscheiden sollen, was dort passiert, auf der anderen Seite haben diese Beschlüsse sich selbstverständlich den Beschlüssen der Basis des Bundesverbands unterzuordnen und wenn es ganz einfach eine Beschlusslage auf Bundesebene gibt, die Transparenz vorschreibt, dann ist es ganz einfach was, was auch in Niederbayern gilt. Wenn man das auf die Spitze treiben würde, dass ein Bezirksverband Niederbayern beispielsweise in anderen Gründen von unserem grundsätzlichen Programm abweicht und dadurch auch den Charakter, den die Piratenpartei in der Öffentlichkeit hat, dann negieren würde, dann ist es selbstverständlich auch Pflicht des Landesverbands auf die Einheit der Piratenpartei hinzuwirken, indem er dann entsprechende Maßnahmen ergreift. So, nee, der darf nicht reden. Wir haben einen GO-Antrag. Bitte? Nein, im Moment habe ich aktuell einen GO-Antrag vorliegen auf Begrenzung der Redezeit auf 2,5 Minuten für die gesamte Versammlung. Ich würde gerne den Antragsteller bitten, sich einmal kurz zu zeigen, weil ich würde gerne ganz kurz was klären, das ist ein bisschen missverständlich, das würde nämlich bedeuten, das würde nämlich bedeuten für die gesamte Versammlung, dass jeder Redebeitrag der gesamten Versammlung auf 2,5 Minuten begrenzt wird, das wurde bestimmt nicht damit gemeint, sondern die Kandidaten werden später sicherlich ausführlicher Zeit haben, sich vorzustellen, könnte ich mir vorstellen. Das wäre jetzt mal kurz zu klären. Ich hätte gesagt, für alle Debatten, aber nicht für die Vorstellung. Alles klar, das haben wir verstanden. Also, dann präzisiere ich den GO-Antrag nochmal. Wir haben, oder ist das ein Alternativantrag? Nein, das ist nicht. Dann darfst du nichts sagen. Okay, dann darfst du was sagen. Sag ich doch. Okay, ich würde vorschlagen, den Antrag abzulehnen, nicht weil ich jetzt unbedingt noch unglaublich viele Leute hier stehen haben möchte, die unglaublich viel sagen, sondern weil ich es für dramatisch halte, jetzt herzugehen und für den Rest der zwei Tage festzulegen, wie lange die Leute dann reden dürfen, wenn es ein völlig anderes Thema in einem völlig anderen Zusammenhang ist. Vielleicht findet sich ja jemand, der einen alternativen GO-Antrag stellt und die Begrenzung der Redezeit auf diese Debatte festlegt, dann ist das Thema erledigt. Ja, so wie das aussieht, passiert das ja nicht. Okay, dann mache ich das. Ich stelle einen alternativen GO-Antrag. Mein Gott, alles muss man selber machen. Ich stelle einen alternativen GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit für diese Debatte auf zwei Minuten und dreißig Sekunden. Junger Mann, wir nehmen Rücksicht auf Menschen, die noch nicht so oft bei Parteitagen gewesen sind. Also, wir haben einmal diesen auf, was hast du gestellt, auf wie viele Minuten? Auf diese Debatte. Zweieinhalb Minuten für diese Debatte. Ja, für diese Debatte. Hinter dir sind nur noch zwei Redner. Also, wir machen das jetzt so, wir stimmen einmal ab, wir stimmen erst mal ab, welcher GO-Antrag abgestimmt wird. Ihr hattet das Prozedere eben gerade schon mal bei konkurrierenden Anträgen. Das heißt, einmal stimmen wir jetzt ab auf Begrenzung der Rednerzeit für 2,5 Minuten außer Kandidaten. Wer möchte diesen abstimmen? Es wird mit Ja-Karten, nur die Ja-Karten will ich sehen. Also, wer das möchte, so, alles klar. Wer möchte die Begrenzung der Rednerzeit auf 2,5 Minuten nur für diese Debatte, nicht während eines laufenden GO-Antrags, aber danach, alles klar. Wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir das nur für diese Debatte machen. Also noch einmal bitte die Karten hoch dafür, wer für diesen GO-Antrag ist. Ja, alles klar, der GO-Antrag ist angenommen. Wir haben jetzt 2,5 Minuten Redezeit innerhalb dieser Debatte. Wir haben einen nachfolgenden GO-Antrag. Ich bitte den Redner ans Mikrofon. Vorstellung des GO-Antrags. Ja, ich habe eigentlich schon gewunken, bevor der Stefan gewunken hat. Ins Mikro bitte und ein bisschen lauter, ich verstehe dich warum. Ich habe schon gewunken, bevor der Stefan gewunken hat. Ich wollte eigentlich den Alternativen stellen, aber anders. Und zwar, dass er eben, dass keine Redezeitbegrenzung bei diesem wichtigen Thema erfolgt. Ich glaube, es hat jeder Pirat verdient, hier die volle Diskussion führen zu dürfen. Okay, das verstehe ich. Ich biete dir eine Lösung an. Ansonsten, beim nächsten Mal, wenn du ein Alternativ, also es gibt immer nur einen Alternativ-Antrag pro GO, so habe ich das zumindest gelesen. Entsprechend einen Alternativ-Antrag. Ja, stimmt. Es gibt immer nur einen. Das heißt, du stellst im Grunde genommen einen GO-Antrag auf Aufhebung dieser Regelung und den würden wir jetzt kurz abstimmen, wenn das okay ist für dich. Gibt es da eine Gegenrede zu? Ist das okay für dich so? Das wäre die Lösung, die ich hier anbieten würde. Wir haben ja einen Stream, wir können ja schauen, dass ich vor dem Stefan gewunken habe, das ist bestimmt drauf und dann bin ich übergangen worden, deshalb kann das nicht sein. Denn der Alternativ-Antrag ist ganz einfach. Ich biete dir an, dass du deinen GO-Antrag jetzt, wir haben das formal anders abgemacht, dann haben wir einen Fehler gemacht, auch wenn das so passiert ist. Fakt ist aber, du kannst ja den GO-Antrag stellen auf Aufhebung dieser Regelung. Wenn der Parteitag das dann positiv bescheidet, ist diese Regelung wieder aufgehoben. Es ist aber umständlicher, erst was so schon gelassen ist. Das ist egal. Das ist vollkommen egal. Ich nehme diesen GO-Antrag so entgegen. Möchtest du den so stellen? Ich will, dass der... Bitte da vorne hin. Das war's. Okay. Der nächste Redner. Liebe Piraten, wir haben soeben gesehen, wie das funktioniert, einen Parteitag auszubremsen und zwar ziemlich effektiv. Man kann lange diskutieren über nichts. Wir haben im Augenblick das Problem, dass der... Wir haben im Augenblick das Problem, dass der Bezirksverband Niederbayern in einem Parteitag einen Beschluss gefasst hat, der in dieser Partei mit ziemlich großem Erstaunen und auch ein bisschen Entsetzen über die mögliche Außenwirkung aufgenommen wurde. Wir haben einen Landesvorstand, der zügig gehandelt hat und in dem Fall eine Ordnungsmaßnahme beschlossen hat und dafür gesorgt hat, dass etwas in der Form möglichst nicht nochmal passiert und das ist etwas, was in meinen Augen sehr, sehr positiv zu begrüßen ist. Jetzt würde ich darum bitten, den Antrag des Landesvorstands, dem Antrag des Landesvorstands zuzustimmen. Hey, ich habe noch eine Minute 37, könnte ich jetzt ausnutzen, weil ich könnte auch ein bisschen trollen. Ich würde darum bitten, den Antrag des Landesvorstands zuzustimmen. Er zeigt dem Vorstand, dass er für die Basis handelt, weil genau das wollte er. Es geht nicht darum, irgendwer in eigenes Ego möglichst hoch aufzuhängen und jemandem anders zu zeigen, dass er ein Depp ist, das macht man anders. Es ging darum, festzulegen, dass in dieser Partei Grundsätze und grundsätzliche Werte eine bestimmte Relevanz haben müssen und dass der Vorstand dafür gewählt ist, dafür zu sorgen, dass diese relevanten Werte auch gelebt werden. Danke. Nee, das war ein Statement. Trotzdem dürfen Sie, wenn Sie möchten, aber alles klar. Nein, ich möchte mich nicht äußern. Gut, danke. Was ist das für ein Handzeichen? Das erkenne ich so nicht. Ansonsten einmal da vorne hingehen, mit den Leuten sprechen, das ist das VL-Team. Tatsächlich muss ich sagen, die Jungs da unten haben recht. So, der nächste Redner, bitte. Ja, also ich, als ich von der Ordnungsmaßnahme gehört habe an dem Tag, habe ich gedacht, Mist, scheiße, dass es so weit gekommen ist, aber es ist nachvollziehbar. Es ist sehr unschön. Wir haben uns damit als Landesverband durchaus ins Knie geschossen, aber Schuld daran ist nicht der Landesvorstand. Sondern das sind einzelne Personen aus dem Landesverband Niedersbayern. Wenn Sie sich in Ihrem Persönlichkeitsrecht nicht zu sehr verletzt fühlen, nenne ich Sie auch gern beim Namen. Und der Punkt ist, wenn in Niedersbayern nochmal was gehen soll, dann müssen wir neu anfangen. Die Ordnungsmaßnahme musste sich beziehen auf diesen Vorfall beim Parteitag, das ist auch völlig korrekt so, aber man muss ja jetzt nicht so tun, als wäre in dieser Konflikt irgendwie sechs Wochen alt und es hätte keiner miteinander geredet. Es gab mehr als genug Sprechangebote, es gab Gespräche. Ja, es gab auch die Weigerung zu sprechen und zwar auch ganz deutlich auf der Seite der Leute, die diesen Bezirksverband und ihren Kreisverband, den es auch schon nicht mehr gibt, dazu genutzt haben, um Nachtspielchen durchzuziehen. So sieht es nämlich aus und ich finde, das sollte man in diesem Stream auch mal sagen. Ich habe das, als ich noch im Landesvorstand war, bis letztes Jahr selber erlebt und ich hatte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, bevor ich zu den Piraten gekommen bin und einige Menschen in Niederbayern erlebt haben, dass es solche Leute überhaupt gibt. Und dann frage ich mich, was möchtet ihr eigentlich erreichen? Weil inhaltliche Arbeit passiert ja da nicht. Und jetzt dem Landesvorstands vorzuwerfen, er würde irgendwelche Positionen durchsetzen wollen. Der Landesvorstand hat, glaube ich, vor, endlich mal wieder politische Arbeit zu ermöglichen. Das haben wir nämlich seit einem Jahr nicht gemacht. Und Salafo ist seit einem Jahr damit beschäftigt, Feuer zu löschen und die Arbeit anderer Leute zu machen, weil irgendwer meint, man kann seine Machtspielchen im Rahmen der Piratenpartei machen, weil wir leider manchmal so blöd sind, jeden reinzulassen. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Gut. Dann der letzte Redner. Bitte. Ja, ja, kreuz gemacht. Alles gut. Bitteschön. Dann start mal. Die Uhr läuft noch nicht. Die läuft, wenn du losgehst. Ja, zur Auflösung. Erst einmal, Seko redet hier von Trollen. Ich sehe hier eine Machtdemonstration von Obersticht unter, wieder einmal, diesmal halt hier. Das Landesschiffsgericht hat ein Statement abgegeben, dass es gegen diese Entscheidung keinen Rechtsweg gibt, innerparteilich. Wenn das ein Fehler ist oder eine Lücke, dann müsste zuerst die Lücke geschlossen werden, dass das rechtlich dann auch überprüft werden kann. Dann zu den Behauptungen, es wäre hier eine, es wäre ein Antrag gewesen, über den abgestimmt worden ist. Das stimmt überhaupt nicht. Es wurde nur über den Tagesordnungspunkt abgestimmt. Ganz einfach. Da gab es einen Antrag auf geheime Abstimmung und nichts anderes war es. Es wurde nicht irgendwie gesagt, wir wollen alle ausschließen oder alle raushaben oder sonst irgendwas. Wir wollen Gäste kein Rederecht geben. Das hat dann der Thoralf, sage ich mal, für sich interpretiert als Versammlungsleiter und hat dann noch eine feurige Rede gegen den Antrag gehalten beziehungsweise gegen, dass man den Tagesordnungspunkt praktisch nicht negativ bescheidet. Dann hätte ich noch eine Frage. Gab es eigentlich einen Stream über die Versammlung, wo die 110.000 Euro pro Parteienfinanzierung in den Bezirken verteilt worden sind? Das wäre doch mal interessant, wie das, ja, transparent und nachvollziehbar, das wäre mal eine interessante Geschichte. Wollt ihr euch dann jetzt selber auch auflösen oder weil es da keinen Stream davon gibt? Auch die Behauptung, es gibt Aufzeichnungen und hin und her, es gibt eine Aufzeichnung vom letzten Bezirksparteitag von Niederbayern, die unter Verschluss gehalten wird, die wird nicht veröffentlicht. Genauso wie zwei Aufzeichnungen von Mammelsitzungen von dem vorvorherigen Bezirksvorstand. Es sollen Beauftragte eingesetzt werden. Werden die von der Basis gewählt oder wird die Basis einfach übergangen und der Vorstand setzt ein, wen er gerade lieb hat, passt und zum Interessenskonflikt die Auflösung, die ihr beschlossen habt, wem hättet ihr denn die mitteilen sollen, wenn nicht euch selber als kommissarischer Vorstand? Wir haben die Auflösung dem Parteitag mitgeteilt und wir haben sie dem kommissarischen Bezirksvorstand Niederbayern, sprich uns selbst, tatsächlich zugestellt. Ist im Wanninger. Wir hatten die 2,5 Minuten, ich kann dich nicht weiterreden lassen. So, auch wenn ich es wollte. Damit ist die Rednerliste geschlossen und wir haben einen Geo-Antrag. Jetzt darfst du reden. Geo-Antrag auf Wiedereröffnung der Rednerliste, weil ich habe einen wichtigen Punkt und es hat noch jemand einen wichtigen Punkt, der eben nicht herangekommen ist, zum Beispiel, ob das fehlende Lern des Vorstandsmitglied tatsächlich vor Beschluss telefonisch erreicht worden ist. Entschuldigung, das ist alles gut. Geo-Antrag auf Wiedereröffnung der Rednerliste, der wird nun abgestimmt. Ne, ne, wir fangen an mit den Ja-Stimmen, so wie immer. Also mittlerweile solltet ihr mich kennen. Also, wer dafür ist, die Rednerliste wieder zu eröffnen, hebt bitte jetzt die Hand klar und deutlich und zwar so lange, bis ich sage, dass es vorbei ist. Damit meine ich auch die Leute da hinten. Jetzt die Gegenstimmen, bitte. Der Geo-Antrag ist abgelehnt. Damit ist die Debatte beendet. Ja, wir haben einen Geo-Antrag auf geheime Abstimmung vorliegen. Laut eurer Geo ist es jetzt so, dass sich per, also per Akklamation, das heißt also, ich brauche jetzt zehn Piraten, die ihre grüne Ja-Karte nach oben heben, damit dieser Antrag positiv beschieden wird. Wenn ich zehn Karten sehe, dieser Antrag, über den wir gerade reden, die Ordnungsmaßnahme gegen die Gliederung, die Auflösung, Moment, ich habe gerade den Antrag, ich sage es dir gleich noch mal, Moment. Welcher Zettel? Da hat uns jemand was weggenommen. Schaltet ihr mal das Mikro ab. Also, der Antrag des Landesverbandes entscheidet der Landesparteitag zustimmend über die Auflösung des Bezirksverbandes Niederbayern und bestätigt die Ordnungsmaßnahme des Landesvorstandes. Das ist der Antrag, über den wir jetzt abstimmen werden. So, und jetzt noch mal. Der GO-Antrag sagt aus, ich brauche zehn Stimmen, bitte haltet eure Karten hoch, damit ich einmal durchzählen kann, ob das geheim abgestimmt wird. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, das war's. Andi, dein Part, ich bitte dich. Er kommt nach oben, ihr dürft nach unten gehen, Andi regelt jetzt den Rest. Haltet euch bitte an das, was er sagt, er ist ein guter. So, meine lieben Piraten, wir kommen also zur ersten geheimen Abstimmung dieses Tages. Erster Punkt, was ist es, worüber wir tatsächlich abstimmen? Ihr habt den Antrag gerade gehört. Für die, die das nicht genau wissen, die Paragraf 6 der Landessatzung sagt in Verweis auf Paragraf 6 der Bundessatzung, dass Ordnungsmaßnahmen gegen Gliederungen, die vom Vorstand der übergeordneten Gliederung verhängt werden, von dessen Parteitag, also in diesem Fall vom Landesparteitag bestätigt werden müssen. Das heißt, alles, was ihr hier jetzt entscheidet, ist, ob diese Ordnungsmaßnahme, die der Landesvorstand hier jetzt ausgesprochen hat, ob die bestätigt wird. Wenn ihr das nicht bestätigen solltet, dann ist dieser Ordnungsmaßnahme vollkommen hinfällig. Dieser Parteitag hat keinerlei, oder die Entscheidung, dieses Parteitag hat keinerlei Einfluss auf irgendwelche rechtlichen Klärungen. Das hat damit erstmal nichts zu tun. Es geht nur darum, ob diese Ordnungsmaßnahme überhaupt quasi bestehen bleibt. So, ich nehme an, ihr habt einen solchen Stimmzettelblock bekommen, den werden wir jetzt gleich brauchen. Wir stimmen mit dem Stimmzettel Nummer 1 ab, der hat diese schöne orange Farbe. Auf diesem Stimmzettel befinden sich insgesamt zwölf Felder. Wir haben hier einen Antrag, wir stimmen über den Antrag mit Ja oder Nein ab. Das sind diese beiden Felder hier rechts unten. Das heißt, ihr macht jetzt dann gleich ein Kreuz, entweder bei Ja oder bei Nein oder bei keinen von beiden. Das heißt, maximal ein Kreuz und nur bei einem dieser beiden Felder, sonst nirgends. Der Antrag braucht laut Satzung die einfache Mehrheit. Das bedeutet, er braucht mehr Ja als Nein-Stimmen. Hat der Antrag mehr Ja als Nein-Stimmen, ist er angenommen. Enthaltungen zählen explizit nicht mit in die Mehrheit. Für die, die es nicht wissen. Ja, einfache Mehrheit bedeutet mehr Ja als Nein-Stimmen und sonst nichts. Gibt es Fragen zu diesem Wahlverfahren, der einfachen Mehrheit? Das ist nicht der Fall. Gut, dann bitte ich jetzt als erstes die Wahlhelfer, sich jeweils eine Urne da vorne zu schnappen und sich im Raum zu verteilen. Schunkzeit Nummer 1, Orange. Ich würde gerne Bea bitten, in die Nähe der Bühne zu kommen. Bea Hilpert, in die Nähe der Bühne. Für die, die es noch nicht genau wissen, wie das jetzt abläuft, kurze Erklärung nochmal dazu. Damit ihr eure Stimme abgeben könnt, braucht ihr euer Bändchen, das muss angebunden sein, nicht aus dem Umschlag, sondern euer Bändchen am Arm und die Rückseite eures Stimmzettel-Blocks. Es ist diesmal nicht die Stimmkarte, sondern die Rückseite des Stimmzettel-Blocks. Die braucht ihr. Auf der Rückseite des Stimmzettel-Blocks werdet ihr abgekreuzt. Das heißt, ihr zeigt dann den Wahlhelfern jetzt gleich sowohl die Nummer auf eurem Bändchen als auch die Nummer auf der Rückseite eures Stimmzettel-Blocks. Danach dürft ihr eure Stimme einwerfen. Gut. So. Wenn Sie die Wahlhelfer verteilt haben? Nein, ja ist dafür. Nochmal, ja ist dafür, nein ist dagegen. mehr ja als nein Stimmen ist der Antrag angenommen. Ja, ja. Eins nach dem anderen. So. Die Wahlhelfer haben sich verteilt. Dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer die leeren Urnen zu präsentieren. Wir sehen die leeren Urnen. Dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer die Urnen zu verschließen. Und damit ist dann der Wahlgang eröffnet. noch eine kleine Ergänzung. Ihr macht den Wahlhelfern das Leben leichter, wenn ihr eure Armbandnummer auf die Rückseite des Stimmzettelheftes eintragt. Da ist oben ein Feld, wo drauf steht Kontroll-Armbandnummer. Und wenn ihr die deutlich nochmal eintragt, dann tun sich die Wahlhelfer erheblich leichter, das zu kontrollieren. Es ist für die Leute gedacht, die ein bisschen kurzsichtig sind und die Nummer unten nicht so deutlich lesen können. Na jetzt? Ja, aber du bleibst jetzt hier und wenn er die Wahl nicht so deutlich lesen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte alle, die noch nicht gewählt haben, bitte an die Urnen. Also, das mit dem Willen ist wichtig, deshalb auch gerade der Aufruf. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, wenn ihr was essen möchtet, dann müsst ihr jetzt eure Essensmarken kaufen. Und jetzt bedeutet wirklich jetzt, euren Wahlzettel in die Ohne einwerfen und zum Tresen gehen nach vorne, um euer Essen zu kaufen. Ansonsten werdet ihr nichts bekommen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden und ich war nicht zu leise. Wenn ich zu leise bin, könnt ihr mir das gerne sagen. Bitte alle vier Wahlurnen, wenn ihr fertig seid, wenn ihr fertig seid, deutlich nach oben. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Wer seine Stimme abgeben möchte, bitte jetzt. Wer seine Stimme noch nicht abgegeben hat, bitte jetzt gleich abgeben. Ich schließe den Wahlgang. Drei, zwei, eins. Der Wahlergang ist geschlossen. Hallo, ganz kurz etwas total Unkontroverses, nämlich die Abendplanung. Wir haben für heute Abend einen Saal reserviert und da hätte ich gerne gerade mal die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Also, Abendplanung. Unser sehr freundlicher Restaurantbesitzer wüsste gerne, wie viele Leute so ungefähr heute Abend kommen, so ab 9, Goldenes Fass, Spiegelgasse. Bitte mal Hand hoch, wer heute Abend mitkommt. Ernsthaft, Leute? Alle anderen wollen nicht mitfeiern? Da gibt's Augustina. Okay, und jetzt hätte ich gerne noch eine extra Handhebung. Wer will warmes, vegetarisches Essen? Fast niemand, fast niemand will warmes, vegetarisches Essen? Okay, geht klar. Super, wir sehen uns heute Abend in der Spiegelgasse, Goldenes Fass, hinten durchgehen. Freue mich auf euch. Wenn jemand alternative Vorschläge will, weil er kein bayerisches Essen mag, addpannatanyone auf Twitter, das bin ich, ich helfe euch. Dankeschön. Ja, traditionell ist es während den Wahlgängen immer etwas lauter, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ja hier das Plenum ist. Auch die Gruppe da vorne, wir sind in einem laufenden Landesparteitag. Wenn ihr euch unterhalten wollt, geht ihr bitte raus. Hallo? Sag mal, ist das hier ein Witz oder was? Dankeschön. Also noch mal. Wir sind im laufenden Landesparteitag, der ist nicht unterbrochen. Wer sich unterhalten möchte, der darf dafür gerne rausgehen. Bei den Wahlgängen ist immer etwas Unruhe im Plenum und das ist auch gut so. Aber dass die Redner hier am Podium auf einmal anfangen müssen, so zu schreien, das ist nicht normal. Ich bitte euch da bitte, ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Das macht uns unsere Arbeit auch leichter. Wir würden jetzt zu den Rechenschaftsberichten des Vorstandes kommen. Moment mal, ich will kurz was abklären, ob die Wahlhelfer damit einverstanden sind. Ich brauche nur zwei Minuten, aber im Grunde genommen sollte sich der Vorstand jetzt bereithalten für seine Rechenschaftsberichte. Da ich der vorgeschlagenen Lösung, ist ein GO-Antrag eingegangen, der ist wichtig. Also ich schlage vor, die Versammlung zu unterbrechen, bis die Auszählung abgeschlossen ist, weil dieses Thema ist zu wichtig, dass wir das erst abschließen möchten, bevor wir zu den Rechenschaftsberichten kommen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Dann wird darüber jetzt abgestimmt. Wer ist dafür, dass die Sitzung unterbrochen wird, bis zum Ende der Auszählung? Bitte die Ja stimmen. Dankeschön. Gegenstimmen? Einstimmig angenommen. Ich unterbreche bis zur Verkündung durch Andi Popp. Günter, ich bräuchte mal kurz deine Hilfe. Danke. 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 Magst du noch mal zu uns kommen? Das ist ganz lieb, danke schön. Die Claudia will dich sehen. Ja. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gab. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die Und die Wir haben wichtige Themen, die aktueller sind als je zuvor. Und wir haben auch etwas dazu zu sagen. Wir haben Forderungen und Veränderungsvorschläge für Politik und Gesellschaft. Aber sobald irgendein Parteimitglied etwas Dummes sagt oder tut, sind tausende Piraten bereit, alles stehen und liegen zu lassen und auf denjenigen draufzuhauen in aller Öffentlichkeit und sich dann nach dem nächsten Wahldebatte gegenseitig die Schuld an dem Desaster vorzuhalten. Wollten wir nicht alles anders machen? Also anders im Sinne von besser? Meinungsbild. Können mal diejenigen die Ja-Karte hochhalten, die meinen, dass diese Art von Selbstbeschäftigung zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen kann? Gut. Sonst hätte ich euch jetzt aufgefordert zu gehen, weil ihr eure und unsere Zeit verschwendet. Diejenigen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, werde ich bei Zeiten daran erinnern. Macht euch klar, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster, um den Überwachungsstaat wenigstens zu bremsen und die Freiheit zu retten. Wenn ich mir die Wahlergebnisse der letzten Wahlen so ansehe, denke ich, dass wir jetzt auf dem Stand sind, auf dem wir ohne den Hype wären. Wenn man von Hypes getragen wird, verlernt man es selbst zu laufen. 2009 wird nicht zurückkommen. Die alten Zeiten kommen nicht wieder. Aber es kommen neue Zeiten. Ich fordere euch heraus. Zeigt mir, dass ihr es noch drauf habt. Werft eure Demotivation auf den Müll. Wagen wir den politischen Neuanfang. Gründet Cruz, plant politische Aktionen, schreibt Positionspapiere, führt inhaltliche Debatten. Ich hätte gerne inhaltliche politische Debatten auf den Mailinglisten in der gleichen Intensität wie sonst die virtuellen Wirtshausschlägereien. Applaus Habt ihr das noch drauf? Also das mit der Politik? Ich muss noch einige Dankesworte sprechen. Als erstes möchte ich dem letzten Landesparteitag danken. Danke für dieses tolle Team, was ihr in den derzeitigen Landesvorstand gewählt habt. Ohne dieses Team hätten wir als Vorstand diese Parteikrise kaum überstehen können. Der Landesvorstand war untereinander sicher nicht immer einer Meinung. Aber wir hatten Zusammenhalt. Kriegen wir das für den nächsten Landesvorstand wieder so hin? Ich möchte Claudius Roggenkamp danken, der leider jetzt aus beruflichen Gründen noch nicht da ist. Der sich aufgrund seiner juristischen Expertise leider primär mit Ordnungsmaßnahmen befassen musste und seine politischen Ideen aufgrund der Parteikrise nicht zum Tragen kam. Ich danke Olaf Krüger für seine politische Arbeit, für seine Planungsarbeit, für sein unfassbares Wissen, die vielen unglaublich guten Diskussionen und dafür, dass er sein Amt nicht nur ernst nimmt, sondern auch perfekt ausfüllt. Ich danke Klaus Jaroslawski für die Nächte, die er sich mit Buchungen, für Rechenschaftsberichte und anderem Finanzkram um die Ohren geschlagen hat. Wir können uns glücklich schätzen, jemanden mit seinem Know-how als Schatzmeister zu haben. Ich danke Mark Krüger für seine engagierten Reden, seine eigene Meinung und oft genug half er uns, in schwierigen Situationen eine Position zu finden und dafür, dass er ein Satzungsnerd ist. Ich habe ihn nur unter erheblichem Protest an den Bund abgegeben. Ich danke Marion Ellen für die richtigen Worte im richtigen Moment. Wie oft hat uns Marion wieder auf den Teppich geholt, wenn wir uns in Diskussionen vergaloppiert hatten. Danke auch für dein Engagement in der SG Digitale Medien, mit den Beauftragten und überhaupt für alles. Und ich danke Thomas Knoblich, der das eigentlich nicht hören will, für seinen Job als zweiter Gensek. Sein unfassbares Organisationstalent, sein Sinn für Gerechtigkeit und sein gelegentliches Poltern. Es war bisweilen notwendig. Danke auch an unseren Presseadministrator David Kritschek für Know-how, Zuverlässigkeit, Engagement und Organisationstalent. Der Mann, der schneller arbeitet als sein Schatten und der trotzdem politisch ist. David, ich wäre froh, mit dir in einem Vorstand sein zu dürfen. Und auch danke an Nadine Engelhardt, die in einer schwierigen Situation als Pressekoordinatorin kurzfristig einsprang und trotz der Kürze der Zeit und wenig Einarbeitung einen hervorragenden Job gemacht hat. Zum Schluss. Parteivorsitzende zu sein, muss man lernen. Politischen Instinkt muss man entwickeln. Ein Jahr reicht dafür nicht aus. Ich will diesen Landesverband neu motivieren, sowohl personell als auch politisch weiterentwickeln, die innerparteiliche Bildung voranbringen und unsere Themen in Bayern stärken. Weitere Volksbegehren auf den Weg bringen, Bündnisse eingehen und stärken. Danke. Piraten. Ich habe in meinem Wikiprofil alles Wichtige für den Geschäftsbereich politische Geschäftsführung, was den achten Landesvorstand betrifft, niedergeschrieben. Was also die Tätigkeit an und für sich betrifft, bitte ich darum, geht einfach aufs Profil Licked Dealer und da werdet ihr alles in Gänze, in ausführlichen Worten wiederfinden. Ich möchte an dieser Stelle diesem Vorstand danken. Es ist nicht selbstverständlich und damit danke ich auch euch, dass es einen Vorstand gibt, der als Team sich begreift und so agiert. Dieser Vorstand war sehr gut. Und ich möchte ein paar Dinge an dieser Stelle kurz und knapp erwähnen, die wir trotz einiger Nackenschläge haben realisieren können. Für diesen bayerischen Landesvorstand gehörten dazu im Wesentlichen sieben Fortschritte. Erstens ein Upgrade der Zusammenarbeit unter den Landesverbänden und mit dem Bundesverband. In Kürze werden wir zum Beispiel auch ein Grußwort des nordrhein-westfälischen Landesvorstands hier verlesen können. Zweitens hatten wir ein Programm zur stabilen Kooperation zwischen dem Landesverband und den Bezirken. Das wäre sehr gut auch weiterzuführen. Drittens hatten wir einen Versionssprung in der vernetzten, kollaborativen Pressearbeit auf unterschiedlichen Ebenen der Partei. Ich danke an dieser Stelle explizit auch den politischen Geschäftsführern in den Bezirken, dass sie regelmäßig an den neu eingeführten Mammelsitzungen teilgenommen haben. Wenn sie nicht konnten, hatten sie wenigstens einen triftigen Grund oder haben einen Beitrag dazu geleistet, dass wir orientiert waren untereinander und als Landesvorstand, was in den Bezirken passiert, auch pressetechnisch. Viertens hatten wir ein Firmware-Update der Finanzverwaltung, die uns in einen Stable-Bereich geführt hat und die Landesgeschäftsstelle erhalten hat. Das war ja ein Punkt auf dem letzten Landesparteitag. Wie stehen wir zur Landesgeschäftsstelle in München? Fünftens hatten wir ein Major-Update der Mitgliederverwaltung und des IT-Bereichs. Danke, Marc. Sechstens ein kräftiges und kräftigeres Standbein in der Kommunalpolitik. Vielen Dank an alle Piratinnen und Piraten, die mitgeholfen haben, in widrigen Umständen Unterschriften zu sammeln, vor Ort sich hinzustellen, die Leute anzusprechen. Es war unheimlich toll, was ihr gemacht habt. Und wie wir gerade schon gehört haben, wir haben ja auch Kommunalmandate gewonnen. Also nicht nur jetzt sind wir in den Bezirken vertreten, nicht in allen, aber das kommt bald, sondern auch kommunal. Und last but not least, siebtens hatten wir einen Auf- und Ausbau der innerparteilichen Bildung. An dieser Stelle mein Appell für den nächsten, den neunten Landesvorstand. Die innerparteiliche Bildung ist nicht nur aus Bundessicht, sondern auch aus Landessicht eines der Standbeine im nächsten und in darauffolgenden Jahren, wie wir als Piraten vorankommen. Führt dies bitte fort. Das ist, wie gesagt, das Verdienst von vielen, die an einem Strang gezogen haben. Und mit der Klärung der Zustände auf Bundesebene können wir uns jetzt wieder verstärkt der politischen Arbeit zuwenden. Abgesehen davon, was in meinem Wiki als Tätigkeitsprofil steht, möchte ich an dieser Stelle eins bitte erwähnen dürfen. Das ist nämlich die sogenannte Dreiecksstrategie unserer politischen Mitbewerber. Wie sieht die aus? Wir Piraten erleben derzeit einen Hype der sogenannten Digitalpolitik. Gerade habe ich schon gehört, das hieß doch auch bei den Piraten mal Digitalpolitik. Mag sein, wir sprechen aber von Netzpolitik. Mitte August hat das Bundeskabinett zum tiefgreifenden digitalen Wandel eine umfassende digitale Agenda beschlossen. Die Große Koalition identifiziert Handlungsfelder in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Konsequent und sozialverträglich soll die digital vernetzte Welt erschlossen werden. Voraussetzung der Digitalisierung ist laut Agenda ein Turbo-Internet mit flächendeckender, leistungsstarker Infrastruktur. Hört, hört. Diese mögliche Innovation, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und gesellschaftliche Teilhabe sollen darin stehen. Die positive Wirkung der Digitalisierung solle von allen gesellschaftlichen Gruppen angenommen und aktiv mitgestaltet werden. Deutschland so zum digitalen Wirtschafts- und Wachstumsland Nummer 1 in Europa aufsteigen. Piraten, was sagen wir eigentlich seit Jahren? Die Ordnung der sozialen Marktwirtschaft solle dabei geschützt werden, dass offene und freie Internet erhalten bleiben. Ja, Herr de Maizière. Und auf der Bundespressekonferenz dann sagen, das Wort Überwachung kommt in der digitalen Agenda nicht vor, weil wir es nicht benutzen. Netzpolitisch präsent ist ebenfalls die Bayerische Staatsregierung, die mit dem Projekt Bayern Digital durchgestartet ist. Sie verspricht Millionen Investitionen in die digitale Infrastruktur und den Breitbandausbau auch in ländlichen Regionen. Ich muss zugestehen, selbst in Oberaudorf, aus dem ich komme, hat sich der Gemeinderat damit befasst und wird investieren. Endlich. Bislang habe ich nur Edge. Ministerpräsident Horst Seehofer will Bayern mit einer Digitalisierungsoffensive zur Leitregion des digitalen Aufbruchs machen. Die Strategie Bayern Digital hat also vier Schwerpunkte. Erstens, den Ausbau der Infrastruktur. Das habe ich schon mal gehört. Also Breitbandversorgung. Zweitens, Förderung der IT-Sicherheit. Ein heißes Thema. Drittens, gezielter Ausbau von Förderung, Technologietransfer und Qualifizierung. Und viertens, Förderung von Existenzgründungen in der digitalen Wirtschaft. Wir raten. Damit müssen wir uns befassen. Das ist auch unser Spielfeld. Und wir holen uns den Ball wieder zurück. Wie sieht es mit den anderen aus? Obendrein widmen sich inzwischen verstärkt einige Landespolitiker von Bündnis 90 Die Grünen und der SPD-netzpolitischen Themen. Diese Parteien können Themen wie NSA, BND und sogar Asyl für Snowden aufgrund ihrer Landtagspräsenz besser popularisieren, denn wir als außerparlamentarische Piraten. Der Grund ist ganz einfach. Sie können auf umfangreiche Ressourcen zurückgreifen und werden von den Massenmedien wegen ihrer Oppositionsrolle im Landtag wahrgenommen. Die Journalisten bleiben hier tatsächlich fixiert auf gewählte und bekannte oder exponierte Funktionsträger der langzeit etablierten Parteien. Ich nenne hier gar nicht mal die Freien Wähler. Die sind woanders aufgestellt. Die im freien Fall befindliche außerparlamentarische FDP wiederum versucht sich in Bayern als Basispartei aufzustellen, will Mitgliederrechte massiv ausbauen. So sollen künftig der Parteivorsitzende und die Spitzenkandidaten für Landtag und Bundestag durch Mitgliederentscheide bestimmt werden. Oh, ob der FDP dieser Imagewechsel gelingt? Naja, wollen wir mal schauen. Wenn gleich grundsätzlich begrüßt werden muss, dass Netzpolitik endlich einen höheren Aufmerksamkeitswert erhält, so ist die Piratenpartei jetzt aus meiner Sicht in der Pflicht, als kritischer Taktgeber zu fungieren. Besser noch, wir müssen Agenten setzen. Meine Bitte also an den kommenden Vorstand. Werdet politisch aktiv. Lasst euch durch Widrigkeiten nicht herabsetzen. Und es gibt einige laufende Projekte, die wir euch übergeben. Der Geschäftsbereich, politische Geschäftsführung, vererbt sozusagen dem neunten Landesvorstand zehn Projekte. Wollen wir mal anfangen mit dem Opt-out-Day 2014 am 11.10. Das könnt ihr also schon mal in eurem Kalender, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt, rot einkreisen. Die Dezix-Großdemonstration glücklich ohne Überwachung am 1. November. Die Marina Kassel. Interessanterweise bei der Kandidatenbefragung für diesen Landesparteitag hat sich herausgestellt, es gibt einige Kandidaten, die schon mal von der Marina Kassel gehört haben, aber noch nie da waren. Dann gibt es als nächstes Projekt die LAFO-Schulung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die zweite in diesem Jahr. Eine Schulung zur Kommunalarbeit. Wir arbeiten daran in den Inhalten. Eine Kampagne Freifunk und offenes WLAN. Und in der mittelfristigen Perspektive bitte ich jetzt schon, kreuzt euch in eurem Kalender an, den achten Gründungstag des Landesverbands Bayern am 6. Januar. Da haben wir auch das Drei-König-Treffen und danach eine ganz tolle Aktion und eine Sicherheitskonferenz der Piraten. Diese Sicherheitskonferenz wird der Knaller werden, Ende Januar. Dazu kann später oder in der Pause könnt ihr den Alex Kohler mal ansprechen. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Wahrscheinlich wird es bald Fragen geben im Laufe des Parteitags. Wir haben einiges geschafft. Ich bin dankbar, nochmal sagen zu können, dass es in diesem Vorstand reibungslos, verschleißarm geklappt hat. Danke, Nicole. Danke alle, die mitgewirkt haben, auch Beisitzer und alle Piraten, die mitgearbeitet haben, an den Protokollen, an den Pads etc. Ohne euch wäre das hier nichts. Danke. Kurz eine Anmerkung zwischen Reihen. Das Essen wird es um 1 Uhr geben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von 13 bis 13.30 Uhr eine Sitzungsunterbrechung machen. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen? Da ist Mittagspause. Ich bin Mitglied dieses Landesvorstands geworden vor einem Jahr, dank euch. Herzlichen Dank nochmal dafür, um im Hintergrund Verwaltungsarbeit machen zu können. Ich bin der Auffassung, dass diese Partei nicht gegründet worden ist, um Verwaltungsarbeit zu machen. Sie sollte Politik machen. Mein Wunsch war es, diese Verwaltungsarbeit im Hintergrund zu erledigen, möglichst reibungsfrei. Das ist mir nicht gelungen. Es gab viel zu viele Diskussionen um all das. Es sind immer nur Schattendiskussionen. Es geht immer nur darum, sich um die eigentlichen Themen zu drücken und sich dort zu kaprizieren, wo man meint, dass man etwas beitragen könnte. Und bei der Verwaltung sind das halt leider sehr viele Köche, die meinen, da mitmischen zu können. Ich sehe es ein bisschen anders. Wir haben doch tatsächlich in den ganzen KVs, auch leider nicht in allen Bezirken, genügend aktive Schatzmeister, sodass diese Verwaltungsarbeit im Team geleistet werden kann. Ich wünschte mir das anders. Ich wünschte mir das anders und ich wünsche mir das anders für die Zukunft. Aber es ist leider doch sehr viel an uns im Landesverband hängen geblieben. Ganz am Anfang, vor einem Jahr, war da diese Aufgabe mit dem Rechenschaftsbericht 2012. Da hatten wir dieses Problem mit den fehlenden Unterlagen aus Unterfranken. Das ist Gott sei Dank gelöst worden und das läuft alles wieder wunderschön. Manchmal wurde jetzt noch so in der letzten Zeit, auch im Zusammenhang mit Niederbayern, von dem Problemverband Unterfranken gesprochen. Das ist kompletter Blödsinn. Es gab nie einen Problemverband unter Franken und den gibt es auch überhaupt nicht mehr sowieso, jetzt nicht mehr, es läuft dort alles wunderbar. Wir haben alles wieder in geregelte Bahnen bekommen. Ich glaube, das war auch ein Erfolg dieses Landesvorstandes. Auch wenn es nach außen hin Reibungen gegeben hat, leider. Es ist halt immer die Frage, wer hat die verursacht. Ich erzähle das deswegen, weil aus dieser Sache heraus mir noch etwas anhängt. Es gibt einen Mitglied, das mir einen Strafantrag gestellt hat, das ist zur Polizei gegangen, hat einen Strafantrag gestellt. Ich habe jetzt erfahren, das ist auch in die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Das heißt, man wird wahrscheinlich sagen müssen, gegen mich läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Das ist nicht schön. Gut, ich rechne damit, dass das eingestellt wird, weil die Begründung dieses Strafantrags ist hanebüchend. Ich habe sie widerlegt, das ist völlig objektiv falsch, was da behauptet wurde. Aber es ist halt nun erstmal so. Ich denke, ihr habt auch ein Recht darauf zu erfahren, dass das so ist. Aber damit sei dann mal der Punkt auch abgehandelt. Ansonsten habe ich mich schon am Anfang dieses einen Jahres darum bemüht, dass ihr Transparenz in eure eigenen Mitgliedszahlungen bekommt. Dass ihr selber die Möglichkeit bekommt, zu kontrollieren, ist meine Mitgliedsbeitragszahlung auch tatsächlich korrekt gebucht worden? Ist sie auch dem richtigen Ja zugeordnet worden? Habe ich meine Stimmberechtigung oder nicht? Damit nicht erst auf dem Parteitag geklärt wird, welcher Fehler es passiert, sondern dass es schon im Vorfeld geklärt werden kann. Denn es gibt leider bei der Mitgliedsbeitragszahlung ganz viele Dinge, die schief laufen können. Da ist dann eine Minderung nicht eingetragen. Und obwohl man seine 12 Euro bezahlt hat, ist man trotzdem nicht stimmberechtigt. Da ist man umgezogen von einer Gliederung zu einer anderen, auch über den Landesverband hinweg. Und die Daten sind nicht rübergekommen, weil man ja eigentlich keinen Zugriff hat auf die Daten der anderen Landesverbände und so weiter. Also es gibt viele, viele Pannen, die nicht unbedingt schuldhaft sind. Und solche Fehler, solche Pannen müssen geklärt werden. Und deshalb hatte ich ein Tool eingeführt, sodass jeder von euch online seinen Mitgliedsbeitrag kontrollieren kann. Wer es nicht weiß, auf den Webseiten des Landesvorstandes gibt es ein Menü und da gibt es ein Untermenü, wo ich meinen Mitgliedsbeitrag kontrollieren kann. Dort muss ich eine PIN eingeben, das ist eine Buchstabenkombination. Wer die nicht seinerzeit, kurz vor Weihnachten, letztes Jahr, per Brief bekommen hat oder wer sie versehentlich weggeschmissen hat, der kann gerne jetzt die Tage auch nochmal zu mir kommen und sich diese PIN von mir geben lassen, sodass er mit dieser dann auch online seinen Mitgliedsbeitragszahlungen kontrollieren kann. Und ich habe das auch ausgebaut oder werde es noch ausbauen, unabhängig jetzt heute von den Vorstandswahlen, dass auch dort die eigenen Spendenzahlungen zu sehen sind. Dass man auch da eine Kontrolle hat und sehen kann, ist etwas vergessen worden, ist etwas unter den Tisch gefallen, damit möglichst früh im Vorfeld sowas erkannt werden kann und nachher es keinen Ärger gibt mit den Spendenbescheinigungen, wie das leider in der Vergangenheit immer wieder der Fall war. Das war, denke ich, so ein Highlight der ersten Hälfte dieses Vorstands. Und ansonsten habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, vielleicht kann man die auf dem Beamer sehen. Geht das? Aha, wunderbar. Also, der Hintergrund ist schon da, jetzt muss noch der Vordergrund erscheinen. Ich habe mal versucht zusammenzutragen und ich will euch da jetzt nicht zu sehr mit Zahlen langweilen, aber ein paar, denke ich, sollten schon nach einem Jahr mal präsentiert werden. Jawohl. Ich habe mal versucht zusammenzutragen, was haben wir als Vorstand, die Personen im Vorstand, die sieben Personen, was haben die eigentlich an Reisekosten produziert in diesem Jahr? Das war ja früher auch gerne mal ein schönes Thema. Das sind also gute 6.000 Euro, 6.100 sowieso. Die Zahl dahinter in Klammern bedeutet, das ist der Prozentsatz dessen, was wir sieben Personen davon auch wieder rückgespendet haben. Also, knapp die Hälfte davon ist tatsächlich dann nicht aus Parteikosten bezahlt worden, sondern ist wieder als Spende zurückgeflossen. Schade, dass es nicht mehr als die Hälfte war, hätte ich mir gewünscht. Vielleicht kommt ja noch die eine oder andere rückgespendete Reisekostenabrechnung hinterher, dass wir das noch über 50 Prozent heben. Damit die anderen, deren Reisekosten wir bezahlt haben, nicht besser dastehen als wir, die haben nämlich 51,2 Prozent rückgespendet von den 2.400 Euro. Gut, das ist so mehr ein Anstoß nach innen hin. Der dritte Posten hier mit diesen knapp 1.500, das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Das sind noch die Nachwehen dieser Geschichte mit den Unterlagen damals, die nicht rausgegeben worden sind. Die Geschichte mit dem Strafantrag gegen mich hat letzten Endes nur damit zu tun, dass versucht wird, zu verhindern, dass wir diese Kosten von demjenigen, den wir dafür für verantwortlich halten, auch wieder zurückerstattet bekommen. Darum streiten wir noch, dass diese 1.500 Euro zumindest zu 80 Prozent, denn da gab es mal einen Richterspruch, der das so festgelegt hatte, der wurde leider mittlerweile aufgehoben. Wir kämpfen dafür, dass das wieder rückgängig gemacht wird, dass wir zumindest 80 Prozent von diesem Geld auch wiederbekommen werden. Nur um das geht es eigentlich und da wird dann mit solchen Mitteln gearbeitet, mir ein Strafverfahren an den Hals zu hängen, weil ich angeblich eine eidesstattliche Versicherung falsch geleistet hätte, was definitiv nicht stimmt. So, ansonsten hatten wir große Fördertöpfe. Wir hatten uns angewöhnt, in diesem Jahr über Fördertöpfe Finanzenmittel zu vergeben. Das hat nämlich den Charme, dass die Entscheidung, wofür das Geld im Einzelnen ausgegeben wird, nicht von uns selber getroffen wird. Dass also nicht wir von oben herab über Geld beeinflussen und unsere Agenda durchdrücken, sondern wir haben einfach pauschal gesagt, das ist so viel Geld, so viel können wir zur Verfügung stellen für die und die Dinge. Die Anträge kommen von euch. Ihr entscheidet, ihr Bezirke, ihr KVs, ihr entscheidet, wofür dieses Geld verwendet werden soll. Und ich denke, wir haben da relativ großzügige Töpfe aufgemacht. Das waren nämlich 30.000 Euro für Kommunalwahlkampf, 9.000 für die Unterschriftensammelei, 21.000 für den Wahlkampf selber. Von diesen 30.000 Euro wurden dann nur knapp 17.000 abgerufen. Da hätten auch 30.000 Euro abgerufen werden können, das lag nicht an uns. Für den Europawahlkampf hatten wir 25.000 Euro bereitgestellt und hätten sicherlich auch noch mehr bereitgestellt, wenn das denn auch Sinn gemacht hätte, wenn es abgerufen worden wäre. Es sind aber nur knapp 22.000 abgerufen worden. In erster Linie für Plakate, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das einer der Dinge, auf die ich nicht wahnsinnig stolz bin, weil ich hätte mir gewünscht, dass wir gute Plakate aufhängen und nicht diese. Aber vielleicht lernen wir daraus und können uns in Zukunft Strukturen geben, die dafür sorgen, dass wir schlagkräftiger werden und strategiefähig werden. Denn das hat in diesen Wahlkämpfen immer gefehlt. Ich wünsche mir eine Piratenpartei, die nach außen hin als Einheit wirkt, nach innen hin viele Meinungen zulässt, aber die Strukturen gibt, die Strukturen möglich macht, dass diese Meinungen auch tatsächlich fair ausgefochten werden können und so nach außen getragen werden, dass die Auseinandersetzung im Inneren, die ja auch notwendig ist, nach außen nicht den Schwerpunkt bildet. Nach außen hin müssen wir geschlossen wirken, denn nur dann sind wir glaubwürdig und Glaubwürdigkeit ist die Voraussetzung dafür, auch mal wieder Wahlen zu gewinnen. Fördert-Hoff-Präsentation, der war auch 20.000 Euro angelegt. Er ist leider nicht von allen Bezirken genutzt worden. Da war auch die Hoffnung, dass die Bezirke die Mittel, die sie selber nicht nutzen, dann anderen Bezirken zur Verfügung stellen. Da sollte bewusst eigentlich auch ein Miteinander in den Bezirken entstehen. Das ist nur zu einem ganz geringen Teil geglückt. Vielleicht gelingt das im nächsten Jahr etwas besser. Dieser Fördert-Hoff-Präsentation wird von mehreren Bezirksverbänden genutzt, um Geschäftsstellen zu betreiben, unter anderem eben auch Oberbayern. Da vorhin wurde schon kurz die Landesgeschäftsstelle angesprochen. Da haben wir im Landesverband eben vor jetzt knapp einem Jahr eine grundlegende Veränderung herbeigeführt. Wir haben gesagt, diese Geschäftsstelle wird nicht mehr vom Landesverband betrieben, sondern vom Bezirksverband Oberbayern. Da habe ich aus den Kandidatenbefragungen auch gemerkt, dass da durchaus noch Missverständnisse herrschen. Die Geschäftsstelle in München ist primär eine Geschäftsstelle des Bezirksverbands Oberbayern, die auch vom Landesverband genutzt wird. Die Adresse wird genutzt. Wir nutzen dort ein Büro für gerade mal 400 Euro im Monat mit allem Pipapo-Infrastruktur drum und dran. Das ist das, was wir eigentlich als Landesverband nur noch beitragen für die Geschäftsstelle. Der Rest geht über den Fördertopf. Das ist also die Entscheidung des Bezirksverbandes selber. Ja, und weil das so ist, weil wir da die Adresse nutzen und dort auch ein Büro benutzen, deswegen nennt sich diese Bezirksgeschäftsstelle eben Landesgeschäftsstelle. Mehr ist das eigentlich ja gar nicht mehr. Und ob die Geschäftsstelle weiter betrieben wird oder nicht, ist auch nicht Entscheidung des Landesverbandes. Es ist die Entscheidung des Bezirksverbandes selber. Er ist der Betreiber und er wird zukünftig entscheiden, ob er diese Geschäftsstelle weiter betreibt. Wir stellen einfach nur pauschal Fördermittel zur Verfügung, nennen das Präsentation. Wir wollen eine Außenwirkung damit erzielen. Und wie die Bezirke das umsetzen, ist ihr Ding. Das heißt, unsere Politik war, wir verwalten diese Mittel, stellen sie zur Verfügung, bestimmen aber nicht, wofür sie eingesetzt werden. Setzen allenfalls grobe Rahmenbedingungen, was mit dem Wort Präsentation zum Beispiel gesetzt ist. Weil es vielleicht auch für manchen noch ein Aufregerthema war, habe ich noch die Zahl für die Busse hingeschrieben. Busse nach Halle, da hatten wir ein Budget über 3.000 Euro plus Spenden, plus Verdoppelung der Spenden. Es gab Spenden, wir lagen also dann deutlich unter dem Gesamtbudget. Das war am Schluss dann etwa 4.000 Euro. Hatten wir also nicht ausgeschöpft, dieses Budget. Ich glaube, es war richtig, das alles zu organisieren, weil es schlicht und ergreifend wichtig ist, dass auf Parteitagen so viel wie möglich Mitglieder erscheinen. Nur wenn eine große Anzahl an Mitgliedern erscheint, ist die Gefahr, dass Zufallsergebnisse am Schluss entstehen, geringer. In dem Moment, wo die Beteiligung auf Parteitagen zu gering ist, kann es passieren, dass eine kleine Minderheit auf einmal dominant wirkt und nicht mehr die Gesamtpartei repräsentiert. Wir haben ganz bewusst, das ist ja, ich sprach ja vorhin davon schon, das ist ja Teil unserer Grundordnung, es ist die Grundordnung, dass wir erstmal jedem Piraten vertrauen, dass er sich einbringen kann in diese Partei, dass er selber auf jedem Parteitag erscheinen kann, dass er Anträge einbringen kann, sie selbst vortragen kann. Damit das funktioniert und nicht von Einzelnen missbraucht werden, damit das Risiko des Missbrauchs minimiert wird, ist es notwendig, dass so viele wie möglich auf Parteitagen erscheinen. Dann funktioniert das auch. Dann ist es auch möglich, jedem erstmal pauschal zu vertrauen und ihm das zuzulassen. Und deswegen wollten wir, dass so viele wie möglich Leute auf dem Bundesparteitag erscheinen. Wer dann in den Bus eingestiegen ist und wen der wählt, wurde nicht vorher abgefragt. Ganz bestimmt nicht. Ja, gut, die Dinge um Niederbayern herum haben wir jetzt wirklich genügend diskutiert, da muss ich nichts großartig erzählen. Da geht es Gott sei Dank auch nicht wirklich um Finanzen. Die Finanzen des Bezirks Niederbayern sind geregelt. Da ist auch eine Kassenprüfung noch vor diesem außerordentlichen Parteitag gemacht worden. Da ist alles für gut befunden worden. Die zwei Dinge, die noch gefunden worden sind, sind auch noch korrigiert worden, noch rechtzeitig vor dem Parteitag. Das ist alles in Ordnung. Wir haben noch ein Problem mit den Unterlagen aus dem KV Landshut. Das ist auch bekannt. Das ist aber finanziell so gering, dass es sozusagen im Rauschpegel bleibt. Das macht uns für den Rechenschaftsbericht 2013 keine Probleme. Ansonsten zum Rechenschaftsbericht 2013 ist zu sagen, der ist im Prinzip unter Dach und Fach. Es ist alles fix und fertig gebucht. Es wird für 2013 für keine einzige Gliederung in Bayern noch irgendeine Korrekturbuchung nötig sein. Es ist alles fertig. Ich habe für einige Gliederungen auch bereits die Rechenschaftsberichte ausgedruckt. Ich habe es leider nicht geschafft, sie noch jetzt fertig zu binden. Ich wollte sie eigentlich gerne hier auf dem Parteitag auch schon an die Leute, soweit sie da sind, verteilen, damit das dann nicht mit der Post geschickt werden muss. Das wird jetzt dann leider doch mit der Post hinterhergereicht werden müssen. Aber wir haben September. Am 30. September läuft offiziell die Frist aus, wo die Gesamtpartei ihren Rechenschaftsbericht wird abgeben. Das ist eigentlich der Termin, der im Parteiengesetz steht. Das ist Usus und war bisher auch nie verhindert worden, dass dieser Rechenschaftsbericht bis Ende Dezember, erst am Ende Dezember abgegeben wird. Wir wären in Bayern fertig genug gewesen, schon vor Wochen eigentlich, um diesen Termin zu halten. Es gibt ein paar andere Landesverbände. Da sind noch ein paar Buchungen offen. Da fehlen noch die Rechenschaftsberichte. Deswegen wird wahrscheinlich der Termin 30. September für die Gesamtpartei so nicht gehalten werden. Aber wenn man das vergleicht mit den Jahren davor, sind wir dramatisch schneller geworden. In den Jahren davor haben wir immer auf die letzte Minute im Dezember das alles noch fertig bekommen, im Jahr darauf. Jetzt haben wir Mitte des Jahres September alles fertig und könnten ihn abgeben. Und mein Wunsch ist, nächstes Jahr noch ein paar Monate schneller zu sein. Von dieser Schnelligkeit, von diesem Durchsatz, Buchungen so schnell wie möglich fertig zu bekommen, damit nämlich die Mitgliedsbeitragszahlungen im System zu haben, weil daraus berechnen sich ja die Stimmberechtigungen. Das ist so elementar wichtig. Da geht es ja um eure Rechte. Wenn das nicht schnell genug gemacht wird, dann geht es um eure Rechte. Ihr seid in euren Rechten beschnitten, wenn das nicht beschleunigt wird. Und die Parteienfinanzierung schon lange im Vorfeld prognostizieren zu können, geht nur, wenn wir schnell gebucht haben. Nur wenn wir die laufenden Einnahmen kennen im laufenden Jahr, können wir eine Prognose machen, wie wird sich in den weiteren Jahren die Parteienfinanzierung entwickeln. Nur dann können wir auch langfristig Finanzplanung machen. Und das ist mein Bestreben. Darauf ziele ich ab, das zu beschleunigen. In diesem Sinne werde ich nachher auch Satzungsänderungsanträge vorstellen. Die muss ich jetzt nicht behandeln, das machen wir nachher. Aber da ist so ein roter Faden in meinem Handeln, der sich dann auch in diesen Satzungsänderungsanträgen ausdrückt. Danke. Applaus Ja, tatsächlich ist es üblicherweise üblich, dass Fragen gestellt werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Bayern ist, aber normalerweise ist es üblich, dass gerade, eigentlich auch immer nur dem Schatz meistern. Aber es wird in anderen Landesverbänden auch so gemacht. Dementsprechend machen wir das mal. Klar. Bitteschön. Eine Frage hat jetzt in der Liste irgendwie gefehlt. Du hast gesagt, 400 Euro im Monat für die Geschäftsstelle gibt der immer noch aus. Sind 5000 Euro im Jahr, die auf der Liste nicht drauf waren? Du meinst jetzt diese Liste, die eben zu sehen war? Genau, ja. Ich habe dort nicht alle Zahlen aufgeführt. Das ist nur ein Auszug. Ich habe dort nur das aufgeführt, wo ich mir dachte, das sei für euch das Interessanteste. Ansonsten sind diese Zahlen, was du jetzt gerade angesprochen hast, ich veröffentliche die ja auch jedes Mal über die Vorstandssitzung. Wir haben auf den Wiki-Seiten des Landesverbandes, haben wir auch eine Unterseite Finanzen und dort gibt es einen Link auf eine Statusseite. Und auf dieser Statusseite versuche ich ja regelmäßig alle Posten aufzuführen, was noch offen ist, was unsere Verpflichtungen sind, unsere Verbindlichkeiten, unsere Forderungen. Und da taucht auch das mit der Geschäftsstelle auf und das versuche ich jeden Monat auch eben um diese 400 Euro zu kürzen. Weil es wird ja immer weniger, was noch offen ist. Hallo, ja. Gibt es denn für 2014 schon einen Haushaltsplan? Naja, das ist ja nur eine bekannte Frage. Also, wir hatten bislang tatsächlich keinen Haushaltsplan, das ist bekannt. Ich habe versucht, das über diese Statusübersicht aber trotzdem transparent zu halten. Aber tatsächlich habe ich vor, jetzt im kommenden Jahr, so ihr mich noch einmal wählen solltet, auch einen Wirtschaftsplan oder einen Haushaltsplan anzufertigen. So, dass wir tatsächlich einen Überblick, dass wir Budgets haben und einen Überblick haben, wie wird die finanzielle Entwicklung sich gestalten. Da muss auch die Parteienfinanzierung mit berücksichtigt werden mit ihrer Komplikation der Vorauszahlungen und nachträglichen Abrechnungen im Folgejahr. Das muss da auch mit hinein, da müssen auch eventuell Rückgelagen gebildet werden für den Fall, dass unsere Gesamteinnahmen bundesweit so weit runterrutschen, dass dann auch plötzlich noch die, dass die innerparteiliche Umverteilung der Parteienfinanzierung sich verändert, dass wir vielleicht sogar vom Bayerischen Landtag weniger Mittel bekommen, als uns eigentlich nach 50 Cent pro Stimme zur Landtagswahl zustehen, etc. Diese Dinge möchte ich tatsächlich im nächsten Jahr auch transparent machen, eben im Sinne eines Wirtschaftsplans oder eines Haushaltsplans. Das war im letzten Jahr schlicht und ergreifend nicht möglich, weil es erstmal erforderlich war, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Die Buchhaltung zu konsolidieren, dafür zu sorgen, dass wir auch aus den Kreisverbänden die ganzen Informationen bekommen. Da ist auch noch Arbeit zu leisten, aber ich denke, wir sind jetzt so weit, dass wir es für die Zukunft machen können. Wenn du praktisch bis jetzt, weil der Haushaltsplan noch nicht vorliegt, noch immer keinen gescheiten Überblick hast, wie triffst du dann deine Entscheidungen oder der Landesvorstand auf welcher Grundlage finanziell, meine ich jetzt? Ich habe ja gerade gesagt, dass der Überblick sehr wohl vorhanden ist. Das sind genau diese Statusseite, die ich regelmäßig veröffentliche, ständig aktualisiere. Das ist ein wunderbarer Überblick. Es ist nur nicht eine Planung ein Jahr lang voraus. Aber jetzt ist dieses eine Jahr zu Ende. Ab jetzt fängt das Spiel wieder neu an. Jetzt wird es nötig werden, für das nächste Jahr diese Planung zu machen. Ich habe ja gerade gesagt, das will ich auch. Vor einem Jahr war es einfach technisch noch nicht möglich. Einen noch. Bloß vielleicht der Hinweis, es handelt sich um Kalenderjahre, die der Haushaltsplan gemacht wird und nicht um Vorstandsjahre. Du hast also sehr wohl noch Zeit, einen Haushaltsplan anzufertigen für die restlichen drei Monate. Danke. Okay, ich nehme den Hinweis an. Ja gut, wenn keiner weitere Fragen hat, dann darfst du dich auch erstmal wegbewegen und der nächste darf reden. Danke dir, Klaus. So, hallo. Ich möchte einen kurzen Rechenschaftsbericht über meine Amtszeit abgeben. So, der größte Teil, das ist immer dieses Tagesgeschäft, Tagesgeschäft. Das liest du immer im Protokoll. Vielleicht ganz kurz, was man sich darunter vorzustellen hat. Also natürlich Tickets, die so im Wanninger eintrudeln und so weiter. Dann wird auch mal eine Einladung verschickt oder mal eine Umfrage. Dann werden mal solche wunderschönen Akkreditierungsunterlagen produziert oder so. Das ist alles das, was irgendwie so darunter fällt. Bei uns im Landesvorstand, wir hatten das so organisiert, dass wir ein wöchentliches Arbeitsmammel hatten. Das ist auch so etwas, was irgendwie so ein kontinuierlicher Punkt war. Und da war ich natürlich auch immer mit dabei. Und das fasse ich so auch so als Tagesgeschäft mit auf, auch wenn es wöchentlich ist. Ansonsten habe ich mich bemüht, mich um die Vernetzung zu kümmern. Und zwar sowohl innerhalb des Landesverbands als auch mit anderen Landesverbänden und auf Bundesebene. Ich war deswegen auf den ganzen Treffen, die wir so hatten. Es gab ein Schatzmeistertreffen in Nürnberg, da war ich mit dabei. Da hatten wir das Verwaltungstreffen in Kipfenberg. Das war auch gut besucht. Das waren immer aus fast allen Bezirken die Verwalter eben mit dabei. Und ich denke, dass das extrem wichtig ist, dass man auch mal direkt miteinander sprechen kann und so Sachen so am kleinen Dienstweg irgendwie ausräumen kann. Ansonsten ist es natürlich das Wichtige, dass wir von Missständen auch erfahren müssen. Und darum bitten wir euch, rührt euch bitte direkt bei uns und nicht irgendwie auf dem Stammtisch oder sonst irgendwo rentet drüber ab, sondern sagt uns wirklich konkret Bescheid, wo der Schuh drückt und dann können wir uns auch darum kümmern. Wie gesagt, was die Vernetzung angeht auf Bundesebene, es gab ein Bundesverwaltungstreffen, das war dieses Mal in Vorheim, also in Bayern und dementsprechend in Franken. Und dementsprechend waren wir da natürlich auch vor Ort. Dann gab es, genau auf der Südhessen-Konferenz war ich noch mit dabei, da ging es um Wahlkampf. Das war doch ganz interessant, auch mal da die Leute kennenzulernen und deren Fehler kennenzulernen, damit wir die nicht auch noch mal machen. Und die Marina Kassel natürlich, die wurde schon angesprochen, da war ich natürlich auch mit dabei. Das ist so das wichtigste Treffen, würde ich jetzt mal so benennen. Denn da sollte man auf jeden Fall dabei sein, weil da wirklich viele Sachen geklärt werden können und auch gleich erledigt werden können. Ja, ansonsten war ich natürlich auf den wichtigen Veranstaltungen irgendwie dabei. Politische Aschermittwoch, Dreikönigstreffen, diverse Parteitage auf Kreis- und Bezirksebene, auf Schiedsgerichtsverhandlungen für die BPT. Es war immer so Akkreditierungsvorbereitung und so weiter zu erledigen. Und das war im Prinzip so groben Überblick über meine Amtszeit. Es waren keine tollen, herausragenden Ereignisse, weil eben der Job des Gensex keine herausragenden Ereignisse zulässt, sondern das ist eigentlich eher immer was, was eher relativ gleichartig abläuft. Und die entsprechenden Nerven, das entsprechende Gemüt braucht man auch dazu, um das irgendwie drei Jahre durchzuhalten. Die richtig fade Arbeit hat ja sowieso der Thomas meistens erledigt, also die ganzen Tickets und so. Dafür möchte ich ihm herzlich danken. Der hat, glaube ich, auch immer entsprechend schnell geantwortet und die Sachen immer schnell erledigt. Dann möchte ich ihm noch beim Andy Ehrenfahrt bedanken. Der hat diese Neu-Mitglieder-Mails immer verschickt und hat dafür gesorgt, dass auf dem Mitgliedsantrag auch schon eine schnelle Reaktion kommt. Und dafür auch herzlichen Dank. Zum Schluss möchte ich mich noch vom Landesvorstand, von den anderen Kollegen bedanken. Es war wirklich ein tolles Team. Es war eine super Amtszeit dieses Mal. Und wir hatten ein internes super Verhältnis. Ich denke, das hat man auch mitgekriegt. Wir hatten keine Streitereien und so gut wie keine Streitereien. Und fast keine Meinungsverschiedenheiten, auch wenn sie nicht immer auf mich gehört haben. Dann vielen Dank euch. Ich bleibe euch ein bisschen erhalten, weil ja vom Bund her auch immer wieder mit der Mitgliedsverwaltung in Bayern eine Kommunikation stattfindet. Aber werde diesmal nicht mehr antreten, weil einfach die Arbeitsbelastung dann insgesamt zu groß wird. Vielen Dank euch. Hi, ich weiß nicht, ob ich es ganz so kurz habe. Hallo, von mir jetzt auch einen Rechenschaftsbericht im Wiki unter m.pirat. Es ist ein bisschen detaillierter. Da habe ich dann, wo ich war und was ich gemacht habe. Ansonsten war ich in der Laut-GO zuständig für die interne Kommunikation und die innerparteiliche Transparenz und die Beauftragung. Soviel zur Theorie. Die Praxis sah etwas umfangreicher aus. In Wahlkampfzeiten habe ich plakatiert, Unterschriften in München und Regensburg gesammelt, an Wahlkampfauftaktveranstaltungen teilgenommen und letztendlich das ganze Zeug auch wieder wegräumt. Wie vielleicht teilweise bekannt ist, haben wir uns innerhalb des Vorstandes mal dann umorientiert und uns rein fokusmäßig auf Verwaltung und Politik konzentriert. Das war dann auch der Zeitpunkt, an dem ich den Jungs nicht mehr in der Verwaltung rumgefuscht habe. Und nach der Teilung habe ich dann auch mit der IK angefangen, jetzt pure Repräsentation der Piratenpartei Bayern. Dann habe ich irgendwann angefangen mit den Social-Media-Accounts, die lagen bis auf Twitter brach. Ich kannte mich zu dem Zeitpunkt mit Facebook noch nicht so aus, ich lerne auch immer noch dazu. Und habe erst angefangen, so vorsichtig ein bisschen rumzuteilen und habe festgestellt, Mensch, da ist der Bürger, die lechzen nach Informationen. Und durch das pure Teilen sind schon unsere Zugriffszahlen um 1500 Prozent gestiegen. Wir haben dann nachher noch selbst produzierten Content plus Werbung dazu geschaltet. Und das ist dann in Wahlkampfzeiten, sind unsere Zahlen da explodiert. Als David die kommissarische Leitung übernahm, konnten wir uns die Arbeit teilen. Danke, David, das war super. Seit Juni bespielen wir auch da den Google-Plus-Account. Da brauchen wir aber noch ein bisschen, um die Leute wieder zurückzugewinnen. Seit der Zeit bin ich übrigens auch bundesweit mit den Admins vernetzt. Die haben sich uns proaktiv an uns gewandt und uns Hilfe angeboten. Die haben wir dankend angenommen. Danke an der Packi und danke an den Schnappi. Nach dem Vorbild der Bundes-Admins haben wir nun auch eine bayerische Facebook-Admin-Gruppe gegründet. Wenn ihr KV-Seiten, BZV-Seiten, was auch immer betreut, bitte meldet euch bei David oder mir mit der Angabe, welche Seite ihr betreut. Denn wir möchten, also es sind einige Seiten ein bisschen verwaist und wir möchten uns in der Gruppe absprechen, wenn jetzt Content gewesen ist, dass wir es teilen können. Wir möchten die Strategien absprechen, wann was gesendet wird und ein leichteres Teilen. Und das soll die Arbeit letztendlich uns erleichtern. Die interne Kommunikation. Sagen wir mal so, ich habe mir sehr bald eine All-Net-Flat zugelegt. Ich habe viel telefoniert mit euch, mit euch geschrieben. Wir haben alle möglichen Wege genutzt, um miteinander zu kommunizieren. Danke, dass ihr sie alle genutzt habt. Ein Mittel für die interne Kommunikation war noch der Feuermelder und der Wunschzettel, dessen Ziel die Bündelung der Anfragen war. Also, dass ihr sicher sein konntet, es hat uns erreicht und das hat bisher auch ganz gut funktioniert. Ein anderes Mittel war der Laforletter. Den hat es dann leider nur zweimal gegeben. Irgendwie fehlten mir dann doch die Worte und die Zeit dazu. Bei den Beauftragungen, da mussten wir leider feststellen, dass das über die Aufschreibung nicht funktioniert. Wir haben auf dem Vorstandsportal immer noch eine Menge offener Posten, zu denen sich kein Pirat berufen fühlt. Bitte schaut auf diese Seite. Und wenn ihr jemanden kennt, der Ideal dafür wäre, bitte sprecht ihn an. Wir können immer nur so gut sein wie ihr. Wenn da Leute schlafen, schlafen wir auf dem Gebiet ebenso. Die meisten Beauftragten sind übrigens am Ball geblieben. Sie sind aktiv und da unglaublich aktiv. Wir hatten überlegt, ob wir jeden Namen einzeln vorlesen der aktiven Piraten in der Verwaltung, in der IT. Dann wären wir aber jetzt dann mit dem Zeitplan arg hinterher. Ich kann von daher nur sagen, vielen Dank an der Stelle, an alle Beauftragten, die diesbezüglich uns zur Seite gestanden haben. Da ich bei Danke bin, es sind wirklich nur noch ein paar Worte. Ein Jahr zuvor hat Astrid hier an der Stelle einen Appell gerichtet, wählt ein Team. Das habt ihr gemacht und vielen Dank dafür. So hart und nervig es manchmal war, es hat viel Spaß gemacht. So viel, dass ich bereit bin, es nochmal zu machen. Niki, Schäfin, du bist eine ganz wunderbare Vorsitzende. Du hast jetzt alles zusammengehalten und ich würde mich freuen, wenn wir beide uns noch oft verfahren und Dinge wie den Feuermelder, den Wunschzettel ausdenken, beim Fahren von Traunstein über Traunstein. Danke, Niki. Olaf, danke dir, du weltbester Polgev aller Zeiten. Mark, danke für die gemeinsame Zeit, danke für deinen Humor und danke für dein engagiertes Reden. Klaus, auch wenn wir so verschieden sind, danke, dass es doch immer wieder passt. Thomas, Thomas, du schwatzt da im Hintergrund. Mein Zwilling, du bist ein unglaublicher Mensch, ein Arbeitstier, ohne Ende dich zu kennen und mit dir zu arbeiten, ist traumhaft. Meine Lieben, es war mir eine Ehre, mit euch Vorstand zu sein und meine liebe verrückte Partei, danke an euch fürs Vorstand sein, es war mir ein Fest. Applaus Ja, also die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich kein großer Redner bin. Ich bin vielleicht ab und zu mal ein Schwätzer, aber ich möchte mich trotzdem bei ein paar Leuten bedanken. Dazu gehört als erstes meine Frau und ich glaube, das geht vielen hier so, dass die, die zu Hause sitzen, trotzdem sie ja zwar Mitglied in der Piratenpartei sind, aber teilweise schon viel mitmachen müssen bei den verrückten Piraten, die so Ideen haben, Wochenenden irgendwo auswärts verbringen. Ich möchte mich aber auch bedanken bei dem Vorstand, den wir jetzt gehabt haben. Ich glaube, es ist einer der besten Vorstände gewesen, die ich so mitbekommen habe. Wir waren uns nicht immer grün, aber es hat relativ gut funktioniert. Wir haben unsere, ja, nicht immer einfachen Entscheidungen gut getroffen. Wir haben sie gut überlegt getroffen. Ja, ansonsten habe ich einen Rechenschaftsbericht schon der Maren geschickt, dass sie ihn im Protokoll verlinkt. Lest nach, alles, was Marc nicht gemacht hat, habe ich dann hinterher übernommen. Ich habe mir Mühe gegeben mit Gliederungen, die an mich herangetreten sind, irgendwelche Dinge haben wollten, ziemlich schnell zu antworten. Ja, und ich finde, es hat relativ gut funktioniert. Die beste Chefin Effa habe ich selber gewählt. Also insofern habe ich alles richtig gemacht. Ja, und ansonsten Fragen bitte gern an mich oder, ja, nächste. Applaus Kippst du mir dann, das tut mir mit dem Herz. Lass aber nur ein kleines Herz drauf. Danke euch! Applaus Bitte, 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 bitte mal hier. Wer jetzt vor der Bühne geht, den knöpfe ich mir persönlich vor. Lieber scheidender Vorstand, wir finden es super, dass ihr euch bei uns bedankt und wir möchten das ebenfalls tun. Liebe Niki, du bist als Niki angetreten und hast eine steile Karriere gemacht. Über die Landesmutter zur Agentin, man munkelt, du baust an deinen eigenen Todesstern. Danke dir! Und du hast uns immer toll vertreten. Olaf, der Mann mit Fachwissen und Kompetenz ohne Ende. Wenn ich darüber reden würde, es würde Stunden dauern und du würdest das vermutlich tun. Ich fasse mich kurz und bedanke mich. Applaus Klaus Als Schatzmeister bist du einfach ausgezeichnet. Du weißt immer, was in der Kasse ist, du weißt, was wo geht. Ich danke dir dafür und gebe dir mit, fass dich manchmal kürzer. Mark, du bist hier gänseg seit Uhrzeiten. Ich glaube, wahrscheinlich kann sich niemand mehr erinnern, wann du angefangen hast. Es ist unglaublich, was du geleistet hast. Wir bedanken uns bei dir und wünschen dir viel Erfolg im Bufo. Marion Du hast dich um die Kommunikation gewöhnt und hast die Social Media zum Laufen gebracht und vieles, vieles mehr. Wir danken dir dafür und mögest du uns nicht so viele DMs schicken. Thomas, unser Verwaltungsguro, wie wir es eben gehört haben, auch für die langweiligeren Tätigkeiten. Nichtsdestotrotz und auch wenn ich mir jetzt Ärger einhandle, der Mann reagiert genauso schnell wie die Bayern-IT. Danke dir. Wir danken natürlich nicht nur den gewählten Piraten. Wir danken natürlich auch der Bayern-IT, Wolfgang. Als Pass pro Toto, weil er den Laden am Laufen hält und weil er es einfach drauf hat, ein wunderbares Team zu leiten und es wirklich echt genial macht und das ohne ihn einfach nicht laufen würde. Wir danken natürlich den Verwaltungspiraten, allen, die es so gibt. Wir danken hier in Regensburg der Orga, Benni, dass ihr uns heute hier ermöglicht, einen neuen Vorstand zu wählen, weil, naja, der Alte ist schon. Egal, danke. Und wir danken dem Landesschiedsgericht, das im Hintergrund einige Dinge getan hat, von denen ich leider keine Ahnung habe, aber das ist auch gut so. Wo ist eigentlich BIM? Vielen Dank. Also vielen, vielen Dank an alle, die hinten im Hintergrund auch noch Dinge getan haben. Und dem, der Versammlungsleitung auch. Danke. Vielen Dank. Also erstmal die Rechnungsprüfer, bevor wir hier entlasten, weil das gerade so aus dem Plenum ankam. Das heißt also, die Rechnungsprüfer geben jetzt ihren Bericht ab, bitte. Und da das ja auch gleichzeitig die Kassenprüfer sind, habt ihr da jetzt echt einen schlagkräftigen Bericht, hoffentlich. Die Kassenprüfer sprechen lassen, witzigerweise. Das ist ein wenig hell. Okay. Mauri und ich sind neben, ich glaube, zwei anderen Personen im letzten Jahr zu Kassenprüfern gewählt worden. Die beiden anderen haben wir irgendwie nicht wieder gesehen, oder? Ja. Genau. Wir haben den gesamten Buchungszeitraum von der letzten Vorstandswahl bis gestern geprüft. Die Hauptprüfung war am 20. August. Das heißt, da sind Mauri und ich in die Landesgeschäftsstelle gefahren, haben wir uns mittags mit Klaus getroffen und haben dann den ganzen Tag geprüft. Gut, das war schon lange. Die restliche Kasse, die restlichen Buchungen, die dann noch waren, also vor allen Dingen die Buchungen auf dem Girokonto, das sind ja die hauptsächlichen Umsätze, die wir haben, haben wir dann gestern Abend geprüft. Ich möchte an dieser Stelle Klaus und seinem Team, aber vor allem Klaus, ein großes Lob aussprechen. Er hat, das kann man sehen, sehr viel Arbeit reingesteckt, den ganzen Wust, der so ein Landesverband mit sich bringt. Und sehr ordentlich, sehr übersichtlich, sehr sauber abzulegen. Es ist hundertprozentig nachvollziehbar, wo welches Geld hingegangen ist. Es sind alle Belege vorhanden. Die Belege, die bei der Prüfung nicht vorhanden waren, hatte uns im Prinzip noch am selben Tag beschafft. Er hatte sie halt irgendwo falsch abgelegt, aber sie waren alle da, es war alles komplett nachvollziehbar. Ebenso die Barkasse und sämtliche anderen Konten, ebenso die Spendenliste. Ich glaube, dass jetzt der Rechenschaftsbericht für 2013 uns noch nicht vorlag, ist okay. Die Frist ist noch nicht um, das heißt, es muss dann die nächste Kassenprüfung mitmachen, aber ich sehe da überhaupt keine Probleme. Klaus hat ja auch gesagt, er ist im Prinzip fertig. Ich habe mich zumindest mit meinem Bezirksschatzi aus Mittelfrangen auch unterhalten, um ihn zu fragen, wie er das so sieht, die Zusammenarbeit. Und er ist auch sehr zufrieden und ich habe auch das Gefühl, dass wir hier ein ganzes Ende weitergekommen sind in einem einen Jahr. Und wir empfehlen eindeutig die finanzielle Entlastung des Vorstandes. Ja, das war kurz, knapp und heftig. Achso, der Prüfbericht ist im Wiki auf der Finanzseite verlinkt seit August, also kann man die Details nachlesen. Im Wiki? Ich wollte nur uns Spaß machen, alles gut. Ist schon okay, na wo sonst? Ja, gut. Keine Fragen dazu? Dann kommen wir jetzt zu der Entlastung des Vorstandes. Da ich keine Anträge vorlegen habe, ist das eine Gesamtentlastung. Ich bitte jetzt darüber abzustimmen, ob der Vorstand entlastet wird. Bei mir, wie immer, erste Jahrkarten. Wer möchte diesen Vorstand entlasten? Und wer möchte diesen Vorstand nicht entlasten? Bei vier Gegenstimmen ist der Vorstand entlastet. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt dieses Landesparteitages. Und zwar werde ich von 13 bis 13.30 Uhr für die Mittagspause unterbrechen. Es steht der Tätigkeitsbericht des Schiedsgerichtes an, also machen wir es anders. Ich unterbreche von jetzt bis 13.30 Uhr den Landesparteitag für die Mittagspause. Ich wünsche euch allen guten Appetit. Bitte seid pünktlich wieder da. Ich fange pünktlich wieder an. Ach nein, ich übergebe die Versammlungsleitung an einen anderen Versammlungsleiter und der macht dann um 13.30 Uhr weiter. Ja, genau. Ihr dürft auch ruhig weiter essen. Das dürft ihr mit vollem Mund. Umso leiser seid ihr und könnt mir lauschen. Hiermit wieder eröffne ich den Landesparteitag. Und bevor wir zu der weiteren Tagesordnung kommen, habe ich noch etwas zu sagen. Also, ich bin nicht nur Versammlungsleiter, ich bin auch Pirat. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass hier auf dieser Veranstaltung unerlaubt private Gespräche mitgeschnitten wurden. Die Betroffenen haben selbst die Wahl, dagegen strafrechtlich vorzugehen. Und aus diesem Grund werde ich jetzt etwas verlesen, nämlich den Paragraf 201 des Strafgesetzbuches. Die Verletzung des vertraulichen Wortes. Mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt das nicht öffentliche gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Den zweiten Teil schenke ich mir, den könnt ihr jetzt nachlesen, den haben wir da drangehauen. Ich möchte jedem nochmal darauf hinweisen, dass wir hier eine Piratenveranstaltung haben und dass das ein absolutes No-Go ist, auch wenn das gegen das Strafgesetzbuch verstößt und man sich dagegen auch vor ordentlichen Gerichten wehren kann. Wie gesagt, die Betroffenen, die diese Befürchtung haben, haben das Recht, dagegen vorzugehen. Sollte das jemand gemacht haben, ist er auch noch immer in der Lage, diese Aufnahmen zu löschen. Das war das, was ich jetzt zu sagen hatte. Wir gehen jetzt weiter am Text und kommen zu dem Bericht der Schiedsrichter. Darf ich bitte die Landesschiedsrichter zu ihrem Bericht nach oben bitten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ist ein GO-Antrag gewesen, wa? Ach ja, ich habe was vergessen. Diese Sache kam mir jetzt dazwischen und ich war ein bisschen aufgeregt und ich habe was vergessen. Also, es findet eine Datenschutzschulung statt und zwar oben auf der Balustrade. Und ich habe vergessen, wann. 14 Uhr. Danke, 14 Uhr. Um 14 Uhr findet diese Datenschutzschulung oben auf der Balustrade statt. Ihr könnt also rein theoretisch weiter am Landesparteitag teilnehmen. Mir wurde gesagt, auf der Balustrade. Ab 14 Uhr. Meldet euch bei Benni. Wer zur Bartenschutzschulung will, ab 14 Uhr meldet euch bei Benni. Es ist übrigens auch immer dringend erforderlich, dass es Leute gibt, die sowas haben. Aber naja. Alles klar. Jetzt bitte das Landesschiedsgericht. Liebe Piraten, ihr habt auf dem letzten Landesparteitag mit dem Landesvorstand ein Team gewählt, der als solches angetreten ist und heute auch jeder für sich einzeln bestätigt hat, wie wichtig es ist, zusammen als Team zu arbeiten. Das Gleiche ist das Landesschiedsgericht letztes Jahr auch als Team angetreten und es ist auch als Team über die Ziellinie gegangen. Wir hatten zwar bedauerlicherweise einen kleinen Schwund, weil der Thomas Mayer zum Vorsitzenden des Kreisverbandes München gewählt wurde. Aber auch bei uns im Schiedsgericht wurde es als sehr wohltuend empfunden, dass wir kommunikativ gleichgetickt haben, uns von Anfang an und zwar auch schon im Vorfeld miteinander verständigt haben, wie wir arbeiten wollen, als Team gewählt wurden und dadurch einiges weiter schaffen konnten. Dafür zunächst mal Dank an euch. Des Weiteren möchte ich mich vorab gleich bei meinen Kollegen bedanken, die hier stehen, Holger und Feng. Die anderen sind aus Zeitgründen heute nicht hier. Es hat mit euch richtig Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass es weiter Spaß macht. Wir haben, was den Workflow anbetrifft, haben wir grundsätzlich alle Entscheidungen gemeinsam getroffen. Wir haben nicht darauf geschaut, wer ist der Satzrichter, wer ist zuständig. Einzige Ausnahme war selbstverständlich Befangenheiten. Und wir haben keine einzige Entscheidung, sei sie organisatorisch oder sachlich, mehrheitlich getroffen. Sämtliche Entscheidungen im vergangenen Jahr sind einstimmig gefällt worden. Diesen Teamgedanken halten wir für extrem wichtig und möchten ihn auch weiter fortentwickeln, sofern uns das ermöglicht wird. In sachlicher Hinsicht ist Folgendes passiert. Wir haben im vergangenen Jahr im Landesschiedsgericht mehr Fälle bearbeitet, als in allen anderen Schiedsgerichten in den Jahren zuvor zusammengenommen. Es waren 18 Entscheidungen. Einer wurde zusätzlich noch zurückgezogen. Wir haben uns eine interne GO gegeben. Das war allerdings das allerkleinste. Wir sind von einem Grundsatz in der Schiedsgerichtsordnung abgewichen. Und zwar haben wir grundsätzlich physische Sitzungen, Mammelsitzungen vorgezogen. Das hat für uns einen nicht unerheblichen Mehraufwand bedeutet, aber sowohl in der Verwaltung als auch bei den Verhandlungen hat sich gezeigt, wenn man sich Auge in Auge gegenüber sitzt, also gerade bei den Verhandlungen, ist das wesentlich sinnvoller, weil Argumente doch besser gehört werden und auch besser ausgetauscht werden können. Wir haben auch bei den mündlichen Verhandlungen auf Belange von Antragstellern Rücksicht genommen und haben deswegen beispielsweise eine mündliche Verhandlung in Nürnberg abgehalten, was für sämtliche Schiedsrichter örtlich sehr ungünstig war, aber das war völlig in Ordnung. Wir haben die Aktenzeichen neu vergeben, um eine bessere Übersichtlichkeit über den Verfahrensstand zu bekommen, um auf den ersten Blick zu sehen, wie viel der Verfahren ist, wer ist der Berichterstatter und dergleichen mehr. In der Folge haben wir die Administration der bundesweiten Schiedsgerichtsliste übernommen. Die Administration hat derzeit Holger inne. Hintergrund war der, dass wir erkannt haben, das war auch durchaus im Austausch mit einigen Richtern des BSG, dass es bei den Landesschiedsgerichten durchaus an einer Kompetenz hapert, nicht weil die Leute blöd sind oder ähnliches, sondern weil einfach die Leute vielfach nicht gewusst haben, wie gehe ich an einen solchen Fall ran. Demzufolge haben wir ganz zum Anfang bei uns im Landesschiedsgericht eine Schulung durchgeführt. Da habe ich als der einzige Jurist ein Prüfungsschema erstellt. Das haben wir gemeinsam besprochen. Dieses Prüfungsschema war die Grundlage für die weiteren Entscheidungen, die auch ohne meine Mitwirkung gefällt wurden. Und wenn ich mir die so im Nachhinein durchgelesen habe bei den Fällen, wo ich befangen war, musste ich sagen, wunderbar, ich habe mich überflüssig gemacht. Genauso muss das bei Schiedsgerichten laufen, langfristig. Das bedeutet, es bedarf einer gewissen Fluktuation innerhalb der Schiedsgerichte. Immer eine Mischung aus Neuen und denjenigen, die das dann gegebenenfalls auch weitertragen. Wir haben auch auf diese Erkenntnis aufbauend im vergangenen Jahr relativ früh angefangen, eine Marina Kassel zu planen, analog der Vorstände Marina in Kassel, mit dem Ziel, dass sich dort sämtliche Schiedsrichter bundesweit treffen, um zunächst mal am gemeinsamen Know-how zu arbeiten, aber gegebenenfalls auch die Schiedsgerichtsordnung fortzuentwickeln, die durchaus ihre Lücken hat. Auf das komme ich dann später noch, zumindest in einem Einzelfall. Diese Planung wurde zunächst sehr positiv aufgenommen von allen Beteiligten. Diese Initiative wurde dann vom BSG sehr aktiv an sich gezogen, was wir auch für sinnvoll erachtet haben, um es zu koordinieren. Und dann kam leider die Phase des K-Bufo, in der auch zumindest das Engagement des Bundesschiedsgerichts in diesem Bereich etwas nachgelassen hat und das Ganze eingeschlafen ist. Ja, das waren unsere Tätigkeiten. Nachdem ich schon gesagt habe, was wir alles erkannt haben, möchte ich auch noch einen Ausblick wagen. Grundsätzlich kann unseres Erachtens ein Schiedsgericht nur dann funktionieren, wenn das Team kommunikativ an einem Strang zieht. Und wenn ich das jetzt so sage, möchte ich betonen, dass das abweichende Meinungen in der Sache ausdrücklich nicht mit einschließt. Eins der Hauptprobleme innerhalb der Piraten ist der Umgang miteinander und die Diskussion über die für meisten außerhalb der Parteiarbeit selbstverständliche kommunikative und menschliche Grundregeln. Es ist aus unserer Sicht schon sehr häufig befremdlich, dass man über die Berechtigung allgemeiner Kommunikationsregeln überhaupt diskutieren muss. Aber es ist erforderlich und dafür gibt es dann eben auch ein Schiedsgericht. Aber hier ist zunächst jeder einzelne Pirat selbst gefordert. Und wenn das, und das war in der Vergangenheit leider massenhafter Fall, das nicht funktioniert, brauchen wir eine effizient arbeitende Schiedsgerichtsbarkeit. Und, mindestens genauso wichtig, diese Schiedsgerichtsbarkeit muss von einer überwältigenden Mehrheit der Piraten als solcher akzeptiert sein, als eine unabhängige Instanz akzeptiert sein. Und dazu gehört auch, dass jeder Schiedsrichter sich seines Amts bei jeder seiner Äußerungen innerhalb der Partei bewusst ist, und zwar auch außerhalb seines konkreten Amts als Schiedsrichter, weil er ein Amt repräsentiert. Andernfalls ist es nicht möglich, dass er als ein Repräsentant des Schiedsgerichts Respekt vor dem Schiedsgericht und seinen Entscheidungen wecken kann. Das Schiedsgericht muss wahrgenommen werden als ein Gremium der drei innerparteilichen Gewalten. Und der LAFO, der wird in den letzten Jahren, das ist natürlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen, trotz des persönlich extrem guten Verhältnisses bestätigen können, dass wir keineswegs immer nur der Meinung des LAFO waren. Des Weiteren kam es durchaus zu mehr oder weniger offenen Unterstellungen einer Parteilichkeit, was das Schiedsgericht anbetrifft. Wir haben versucht, in mehrfacher Hinsicht dem entgegenzuwirken. In einem Fall, das war in dem Fall Unterfranken, haben wir eine öffentliche Stellungnahme abgegeben und haben euch dadurch die Möglichkeit gegeben, Einblick zu nehmen, wie wir arbeiten, welche Fragestellungen für uns relevant sind, und auch um aufzuzeigen, wie klein es wirklich wäre, eine Entscheidung parteilich zu beeinflussen, wenn man sich nicht nur wirklich konsequent an die Regeln hält. Wir haben die Frage, und das ist in der gesamten Schiedsgerichtsbarkeit der Piratenpartei sicherlich nicht unrelevanter Fall, wir haben die Frage der Befangenheit einzelner Richter extrem weit ausgelegt. § 5 Absatz 3 der Schiedsgerichtsordnung weist da unseres Erachtens eine Lücke auf. Ein Befangenheitsantrag kann von jedem Verfahrensbeteiligten einschließlich der Richter gestellt werden, wenn die Besorgnis der Befangenheit besteht. Das entspricht der Regelung in der Zivilprozessordnung oder auch in der Strafprozessordnung. Besorgnis der Befangenheit heißt, dass es nicht auf die objektive Frage ankommt, ob ein Richter befangen ist, sondern ob man besorgen muss, dass ein Richter befangen ist. Das allerdings nach objektiven Kriterien. Wenn man also beispielsweise sagt, ein Schiedsrichter liegt regelmäßig mit einer Verfahrenspartei im Bett, dann kann man durchaus besorgen, dass diese Partei befangen ist. § 5 Absatz 3, der die Entscheidung über die Befangenheit allerdings dann regelt, der redet nicht mehr von der Besorgnis der Befangenheit, sondern nur noch der Befangenheit. Also es kommt hier auf das objektive Vorliegen einer Befangenheit an. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das geht nicht weit genug. Es kommt nicht darauf an, ob nicht nachvollziehbar jemand tatsächlich befangen ist oder nicht, sondern es geht darum, aus Respekt, also auch aus den Gründen, diesen Respekt vor einem Schiedsgericht zu schaffen, muss in jedem Zweifelsfall, in jedem vernünftigen Zweifelsfall, dass ein Richter befangen ist, dieser Richter von einer Mitwirkung an einer Entscheidung ausgeschlossen werden. Mit anderen Worten haben wir unsere eigenen Entscheidungen, ob ein Richter innerhalb unseres Gremiums befangen ist, an der Besorgnis der Befangenheit festgemacht. Des Weiteren haben auch die Richter des Schiedsgerichts selbst sehr ausgiebig Gebrauch gemacht von der Stellung von Befangenheitsanträgen gegen sich selbst. Es ist des Weiteren auch sehr wichtig, dass die Strukturen, die im Schiedsgericht sind, nachvollziehbar sind. Dafür sind wir ein Schiedsgericht. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ein Schiedsgericht ein gewisses Selbstorganisationsrecht hat. Dazu gehört auch, dass die theoretische Möglichkeit eines Missbrauchs des Amts nicht durch Strukturen zwingend ausgeschlossen wird. Um euch ein Beispiel zu geben, wenn ein Richter befangen ist, steht in der Schiedsgerichtsordnung drin, hat er an dem Verfahren nicht teilzunehmen. Das hat für uns nicht bedeutet, dass dieser Richter komplett von jeder Kommunikation abgeschlossen war. Das hätte nämlich im Ablauf für uns bedeutet, wir hätten für jeden einzelnen Fall und das auch noch differenziert nach den Richtern eine eigene Mailingliste aufbauen müssen. Und da haben wir gesagt, wir haben ein Ethos. Das bedeutet, wenn ein Richter befangen ist, das ist übrigens völlig parallel zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, Gerichtsbarkeit, wenn ein Richter befangen ist, dann hat er die Möglichkeit, wenn er das überhaupt möchte, Kenntnis zu nehmen, aber er hat sich nicht zu äußern und er hat schon gleich gar nicht Einfluss auf das Verfahren zu nehmen, in welche Richtung auch immer. Und das haben wir auch sehr konsequent durchgezogen. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass wir als ein großes Manko angesehen haben, die fachlichen Defizite bei manchen Richtern, die allerdings mit relativ überschaubarem Aufwand zu beheben sind. Und demzufolge, wir sind ja gerade beim Ausblick, möchten wir eine ständige fachliche Weiterbildung installieren. Das bringt relativ wenig, wenn wir das nur auf Bayern beziehen, sondern wir müssen das auch darüber hinaus machen und werden dazu auch alle Beteiligten einladen. Des Weiteren müssen wir natürlich auch in Bayern wirken und werden im nächsten Jahr auch die Möglichkeit bieten, für Vorstände, diejenigen, die Ordnungsmaßnahmen beschließen oder auch beantragen können beim Landesschiedsgericht, entsprechend zu schulen, damit sie die fachlichen Möglichkeiten bekommen und auch gegebenenfalls erkennen, welche Fälle nicht geeignet sind, um als eine sinnlose oder unzulässige Ordnungsmaßnahme wichtige Ressourcen zu blockieren. Aus diesem Grund, haben wir gesagt, werden wir die ursprüngliche Initiative, die von uns ausgeht mit einer SG-Marina, im kommenden Jahr weiterverfolgen. Wir werden alle Schiedsgerichte in der Piratenpartei und gegebenenfalls auch noch weitere Interessierte dazu einladen, hieran mitzuwirken. Wir haben bei der ersten Initiative von etlichen Landesvorständen schon eine sehr positive Rückmeldung bekommen und würden uns freuen, wenn wir in dieser Richtung die Piratenpartei insgesamt unterstützen könnten, das zu machen, wofür sie existiert, nämlich Politik für den Erhalt unserer Bürgerrechte einzustehen und nicht in Selbstbeschäftigung zu verfallen. Dankeschön. Ja, da das beim letzten Mal vielleicht nicht so ganz rausgekommen ist, solltet ihr noch Fragen an die Leute haben, dürft ihr das, aber die werden nicht entlastet. Ja, dann bedanken wir uns jetzt alle. Du möchtest? Ja. Ja. Hallo, ich hätte die Frage, ob ihr noch objektive Zahlen sagen könntet, wie viele Verfahren hattet ihr und wie viele davon würden zum Beispiel vom Bundesschiedsgericht wieder aufholen und wie viele Beschwerden wegen Untätigkeit habt ihr bekommen? Danke. Ja, ich habe eingangs bereits gesagt, wir haben 18 Entscheidungen getroffen und zusätzlich wurde ein Antrag dann noch zurückgezogen. Nach meiner Kenntnis, aber korrigiert mich, hat das Bundesschiedsgericht mit Ausnahme einer Eilentscheidung sämtliche unserer Entscheidungen bestätigt. Untätigkeitsbeschwerden hatten wir drei, vier, zwei. Also, es gab einige, aber es hielt sich in Grenzen. Ja, dann bedanken wir uns für die Arbeit beim Schiedsgericht und dann dürfen Sie die Bühne verlassen. Bis auch du, Bim. Wie kommst du hierher? Ja, okay. So, ich möchte nämlich jetzt eine Pause machen und werde die Versammlungsleitung an Christian übergeben, der das zusammen mit Thoralf erstmal weitermachen wird. Wir werden dann zu dem Top 8 kommen, Satzungsänderungsanträge mit Einfluss auf die Zusammensetzung und Amtsdauer des Landesvorstandes und Schiedsgerichtes. Meiner Kenntnis nach haben wir da aktuell nur einen und zwar den SA12. Das wird aber jetzt schon Herr Christian machen. Ich übergebe an ihn. Gut, wir haben jetzt Satzungsänderungsantrag 12. ist der Antragsteller im Raum. Mir wurde gerade zugetragen, Joffrey wollte den Antrag vorstellen. Bitte schön. Danke. 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 Geht das? Ja, gut. Also, Entschuldigung für die Verspätung. Ich brauche bloß den Antrag, das ich als Vorlage, weil er ja nicht von mir ist, sondern ich den Antrag vorstelle in Vertretung für Entropy, der heute nicht da ist. Also, der Antrag lautet darauf, dass wir beschließen mögen, in die Satzung folgendem Passus mit aufzunehmen. Ämter gleicher Bezeichnung oder ein Amt und dessen Stellvertreter können in einem gemeinsamen Wahlgang gewählt werden können, wobei die Besetzung in der Reihenfolge der Höhe des Wahlergebnisses des jeweiligen Kandidaten geschieht. Das hieße jetzt, man hat ein Szenario, drei Kandidaten für den Polgraf zum Beispiel, man wählt in einem einzigen Wahlgang, der erstplatzierte in diesem Wahlgang wird politischer Geschäftsführer, der zweite Wahlgang wird stellvertretender politischer Geschäftsführer. Jetzt in diesem Beispiel natürlich unter der Prämisse, dass man auch ein Amt eines Stellvertreters zu besetzen hat. Dieser Antrag oder dieses Prozedere, wenn man das so vorschreibt, kann natürlich einem in einer entsprechenden Konstellation einen Wahlgang ersparen und damit einem Parteitag Zeit ersparen. Ich kann dazu nicht viel mehr sagen, da ich ihn, wie gesagt, nur als Proxy vorstelle und werde natürlich trotzdem gerne Fragen dazu beantworten, soweit ich das aus meiner Blickwinkel oder aus meinem Blickewinkel tun kann. Ich denke, das wäre es dann soweit. Dankeschön, dann steigen wir in die Diskussion ein. Am Kontramikrofon steht die Niki. Okay, ja, jetzt geht's. Ich möchte euch bitten, diesen Antrag abzulehnen, weil es Piraten gibt, die explizit nur auf die Stellvertreterpositionen kandidieren und nicht in der ersten Reihe stehen möchten, egal für welches Amt. Danke. Bitte schön, Andi, immer schön abwechselnd. Vielleicht gleich als Antwort darauf. So wie ich den Antrag lese, steht, da können. Also das heißt erstmal explizit kann der Parteitag natürlich dieses Ämter getrennt wählen. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, so wie ich jetzt Entropie kenne und da gehe ich vielleicht jetzt, ich will Ihnen da jetzt nicht unrecht tun, aber so wie ich ihn kenne, hat er gemerkt, dass wir das schon seit geraumer Zeit sowas häufig machen. Zum Beispiel Beisitzer in einem Aufwasch zu wählen und dann die ersten drei, vier zu wählen. Jetzt gibt es im Vereinsrecht diese lange Diskussion über das Blockwahlverbot, was das im Prinzip betrifft. So wie ich diesen Antrag jetzt derzeit lese, würde er nur ein Verfahren, das wir schon sehr lange anwenden, rechtlich absichern. Hätte also eigentlich keinerlei Auswirkung auf das Prozedere, wie wir es bisher haben. Ob jetzt der Parteitag die Ämter einzeln wählen will oder nicht, würde ihm ja immer noch zur Entscheidung vorliegen. Das ist meine Ansicht über diesen Antrag. Danke. Gibt es weiteren Redebedarf? Ja, da kommt noch jemand angerannt. Ja, ein Pirat. Okay, nur für mich zum Verständnis. Das heißt, wenn ich dann vier Leute habe, die für den Schatzmeister und den stellvertretenden Schatzmeister kandidieren wollen und einer nur für den stellvertretenden Schatzmeister, dann kann er das so nicht mehr. Das heißt, er müsste sich beim ersten Wahlgang mit zur Verfügung stellen, auch wenn er den Schatzmeister gar nicht haben will. Das wäre in der Praxis die Konsequenz daraus. Wenn jetzt allerdings natürlich man eine Konstellation hat, in der man am Schluss auf der Bühne dann vier Kandidaten stehen hat, die sagen, ich würde beides machen, einer sagt, ich würde aber nur stellst machen, dann wird jeder Parteitag, in dem noch ein Rechtsschwarmintelligenz vorhanden ist, wahrscheinlich dann entscheiden, dann bringen wir dieses auf einmal Wahlverfahren in dieser Szenario nicht zur Anwendung, weil ansonsten nämlich der Kandidat einfach nicht mit abgestimmt werden könnte oder nur sozusagen unter dem Risiko, dass er auch als Schatzmeister gewählt werden könnte. Das ist also, es ist ein Kann-Kriterium, wie eigentlich richtig festgestellt wird. Also hier steht, je nach Bedarf, die Formulierung ist explizit auch nur noch in der Antragsbegründung dort drin. Okay, danke. Gibt es weiteren Redebedarf? Klaus, bitte schön. Ja, nochmal zur Konkretisierung. Würde das dann in der Praxis bedeuten, dass ein Antrag vor der Wahl, vor diesem Wahlgang oder den Wahlgängen an den Landesparteitag gestellt werden könnte, bitte entscheidet, dass das getrennt gewählt wird. Und wenn der Parteitag das entscheidet, dann müsste es auch getrennt gewählt werden. Müsste das explizit beantragt werden? Also dieses Kann sagt zu wenig, es ist zu schwammig, es sagt nicht klar aus, wie das Prozedere denn ist in so einem Fall. Also ich kann jetzt da nur mutmaßen, weil ich im Gegensatz zu Entropie nicht die Qualifikation einer Satzungsgottheit habe, aber ich würde jetzt vermuten, dass das eine Frage ist, die vom Parteitag auf den Parteitag dann entschieden wird, ähnlich wie die Frage, ob man jetzt Approval Voting machen möchte oder nur eine Stimme zulassen möchte, ist es ähnlich eine Frage zum Wahlverfahren und müsste dementsprechend dann vor der Wahl eben abgefragt werden, eben bei dem Punkt vor einer Wahl, wo gefragt wird, wie wollt ihr abstimmen? Aber dazu, wie gesagt, Disclaimer, der Antrag ist nicht von mir und ich habe auch nicht annähernd die Qualifikationen wirklich von mir zu behaupten, ich würde die Satzung besonders kompetent kennen. Gut, mein Problem ist ein bisschen, dass das zwar nicht gemeint ist, aber der Parteitag, das mehr oder weniger sich als Automatismus entwickeln könnte. Wir haben hier dann möglicherweise die Konstellation, dass die ersten drei Ämter so gewählt wurden und dann kommen wir zum Schatzmeister. Wir haben beschlossen, dass wir einen Schatzmeister und einen Stellvertretenden Schatzmeister wollen. Einen der Kandidaten wollen wir, egal in welchem Amt, und den anderen wollen wir nicht, egal in welchem Amt. Wir könnten diesen zweiten Kandidaten nicht mehr abwählen. Der würde automatisch zum Stellvertreter werden. Dankeschön, einen Pro haben wir noch frei. Also dann antworte ich nochmal darauf. Ich sehe mich jetzt gerade auf der anderen Seite der Leute, wo ich normalerweise immer in der gleichen Schlange einreihe, deswegen möchte ich vielleicht kurz dazu noch was sagen. Also grundsätzlich verstehe ich ja alle Bedenken, die wir haben. Aber jetzt diesen Satzusänderungsantrag vor der Mutmaßung, dass es eventuell jetzt schief gehen könnte, gleich abzulehnen, ist meines Erachtens vielleicht ein bisschen verfrüht. Vielleicht noch die Frage vorhin zu antworten, wie wird das entschieden? Naja, also da steht die Satzung, sagt jetzt, also es kann so gewählt werden, es kann aber auch einzeln gewählt werden. Das ist die Entscheidung des Parteitags, wie er sich entscheidet, welches Wahlverfahren er benutzt. Im Zweifel steht das in der Geschäftsordnung, dafür haben wir Geschäftsordnungen. Also nochmal, so wie dieser Antrag da steht, ermöglicht er nur, dass wir grundsätzlich Wahlverfahren, die wir jetzt schon benutzen, schaut uns der Beisitzerwahl an, ich glaube genau auf die ist hier angespielt, Wahlverfahren, die wir so schon benutzen, rechtlich absichert. Wir können diesen Antrag annehmen, können alles genauso machen wie vorher, ändern gar nichts und sind dann halt nur auf der sicheren Seite, mehr ist es nicht. Also dieser Antrag schreibt uns nichts vor, er lässt uns vollkommene Freiheit. Dankeschön. Damit wären wir durch. Gibt es weiteren Gesprächsbedarf? Dann müsste ich darüber abstimmen lassen, ob wir weiter diskutieren. Wollte dich nicht demotivieren, Spinnen. Okay. Wenn Andi alles gesagt hat, deiner Meinung nach, und sonst keiner mehr was zu sagen hat, dann könnten wir zur Abstimmung über den Antrag kommen, nachdem der Antragsteller das ein Schlusswort gehalten hat. Von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu sagen. Was Argumente angeht, meistens das, was Andi sagt und das, was ich gerade eben als Antwort auf das theoretische Szenario von Sikor gesagt habe, deckt eigentlich meiner Meinung nach alle Eventualitäten und alle Bedenken soweit ab. Ob man das mit reinnehmen möchte, bleibt dann letztlich auch überlassen. Gut. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung. Nachdem es sich um einen Satzungsänderungsantrag handelt, brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Ich würde die Versammlung zunächst bitten, wer dafür ist, hebe jetzt die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer dagegen ist, bitte die rote. Nochmal die grüne, bitte. Das ist bestenfalls eine leichte, einfache Mehrheit. Damit ist der Antrag abgelehnt. Gut. Kommen wir zu Top 9. Beschlussfassung über die Zusammensetzung des Vorstands. Wir haben in § 9a unserer Satzung geregelt, dass der Vorstand aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem Schatzmeister und dem Generalsekretär besteht. Der Landesparteitag kann allerdings noch die Wahl weiterer Mitglieder beschließen. Deswegen die Frage in die Runde. Gibt es hierzu Anträge? Ich nehme einfach mal das Mikro. Muss ich den schriftlich aufsetzen? Nein. Also ich hätte gerne 1V, 2V, Schatzmeister, stellvertretenden Schatzmeister, Polgev, stellvertretenden Polgev, Gensek und zwei Beisätze. Gut. Wenn es dir recht ist, fasse ich das jetzt mal zusammen und nenne nur die Vorstands... Also wir klären jetzt gerade noch, ob das schriftlich eingreicht werden muss. Können wir es auch schriftlich einreichen, ja. Aber ich habe jetzt zunächst mal für Leute, die etwaige Alternativanträge stellen wollen, den Antrag von Nicole, dass zusätzlich zu den von mir bereits genannten Vorstandsämtern ein stellvertretender politischer Geschäftsführer, ein stellvertretender Schatzmeister und zwei Beisitzer zusätzlich in den Vorstand gewählt werden. Ich unterbreche jetzt mal kurz wegen des Einwarnens, ob der schriftlich gestellt werden muss. Der Michael Bachinger möge bitte mal zur Bühne kommen. Ganz kurz, ich habe eine Frage. Das sind, glaube ich, zwei mehr Ämter als bisher, oder? Das sind zwei Ämter mehr als im letzten Vorstand. Niki? Warum so viele? Kannst du nur erklären, warum die zwei mehr? Wir haben festgestellt, dass gerade, was im Schatzmeisterbereich passiert, unfassbar viel Arbeit ist und dass es für einen absolut zu viel ist. Ähnlich stellt sich das beim politischen Geschäftsführer dar. So, meine Assistenten müssen sich gerade noch etwas einpegeln. Also, der Antrag, wie der Vorstand zusammenzusetzen ist, ist nicht schriftlich zu stellen. Demzufolge ist der Antrag von Niki gültig. Aber du schreibst es eh. Also, ich darf es jetzt nochmal zusammenfassen. Stellvertretender politischer Geschäftsführer, stellvertretender Schatzmeister und zwei Beisitzer. Wir haben einen weiteren Antrag reinbekommen, dass und zwei Beisitzer, stellvertretender Schatzmeisterin, Gut, also, wir haben jetzt zwei konkurrierende Anträge. Der erste genannte von Niki, den ich nicht nochmal wiederhole, zumindest nicht an dieser Stelle. Und des Weiteren ist der Antrag gestellt, dass der Vorstand zusätzlich noch aus einem stellvertretenden Schatzmeister sowie zwei Beisitzern bestehen soll. Die Anträge unterscheiden sich demnach im Bereich des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Gibt es weitere Anträge? Das ist nicht der Fall. Dann müssen wir zunächst mal klären, über welchen dieser Anträge wir letztlich abstimmen. Ich darf nochmal kurz zusammenfassen. Ich sage jetzt, Antrag 1 ist stellvertretender Schatzmeister, stellvertretender politischer Geschäftsführer und zwei Beisitzer. Antrag 2 ist stellvertretender Schatzmeister sowie zwei Beisitzer, also ohne stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Wer lieber über den Antrag 1, also stellvertretender Schatzmeister, stellvertretender politischer Geschäftsführer und zwei Beisitzer abstimmen möchte, hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Wer lieber über den zweiten Antrag abstimmen möchte, stellvertretender Schatzmeister und zwei Beisitzer, hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Das ist relativ stark überwiegend für den Antrag 1, das ist relativ stark überwiegend für den Antrag 1, über den wir jetzt endgültig abstimmen. Wer also dafür ist, dass der Vorstand sich neben den satzungsgemäßen Positionen zusätzlich noch aus dem stellvertretenden Schatzmeister, stellvertretenden politischen Geschäftsführer und zwei Beisitzer zusammensetzt, hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer dagegen ist, die rote. Damit ist der Antrag angenommen und wir wählen einen großen Vorstand. Dann kommen wir jetzt zu Top 10. Vorstellung der Kandidaten für den Vorstand. Jetzt habe ich hier gerade eine Verständnisfrage. In Top 10 und Top 11 steht Vorstellung und Wahl des Vorstands. In der Vergangenheit ist es immer so gelaufen, dass wir die einzelnen Kandidaten, die Vorstandsamt sich haben, vorstellen lassen. Danach wurden die gewählt und danach kam er zu dem nächsten Amt. Wenn man die Tagesordnung, so wie sie jetzt hier vorliegt, richtig, wörtlich nimmt, dann wäre es so, dass sich sämtliche Kandidaten für sämtliche Vorstandsämter vorstellen, um anschließend nacheinander die Positionen zu wählen. Meine Frage an die Versammlung, ist es in eurem Sinne, wenn wir so verfahren, wie es auf den letzten Landesparteitagen auch immer so war, dass sich die Kandidaten vorstellen für bestimmte Vorstandspositionen, danach wird diese Vorstandsposition gewählt und danach gehen wir zu der nächsten. Wer das so sieht, bitte die grüne Stimmkarte heben, das ist ein Meinungsbild, weil ich die Tagesordnung jetzt so auslege. Wer das anders sieht, bitte die rote Stimmkarte heben. Gut, dann war das bei der Erstellung der Tagesordnung offensichtlich ein redaktionelles Versehen. Kommen wir also zur Wahl des ersten Vorsitzenden für den Landesvorstand und ich darf die Kandidaten bitten, sich auf die Bühne zu begeben und sich vorzustellen. Wir haben uns im Versammlungsleiter-Team im Vorfeld besprochen, was die Redezeit anbetrifft, da gibt es keine Vorgaben. Wir haben jetzt mal eine Hausnummer von sechs bis maximal sieben Minuten je Kandidat hergenommen. Wer fängt an? Spielen wir schnick, schnack, schnack? Ich fange einfach an. Gut, die erste Kandidatin bitte. Ich schon wieder. Hallo Landesparteitag. Ich bin vor einiger Zeit mit Olaf Zug gefahren und da haben wir sehr lange und intensiv geredet. Über das, was wir noch alles vorhaben, was man noch alles machen müsste, machen könnte, machen sollte. Ja, als nächstes haben wir dann festgestellt, dass wir das in der verbleibenden Amtszeit bis zu diesem Landesparteitag hier nicht mehr schaffen. Gerade politische Kampagnen brauchen länger als man meint. An inhaltlicher und logistischer Vorbereitung, an eventuellen juristischen Prüfungen, dem Gewinnen von Bündnispartnern. Ja, und durchführen muss man das Ding am Ende auch noch. Das zieht sich und wird oft vom politischen Tagesgeschäft überlagert. Ich trete an für eine zweite Amtszeit als Landesvorsitzende der Piratenpartei Bayern. In meiner ersten Amtszeit bin ich mit dem Ziel angetreten, ein politischer Landesvorstand zu sein. Was zum Zeitpunkt der Wahl nicht absehbar war, dass die Piratenpartei in dieser Amtsperiode in ihre lebensbedrohlichste Krise geraten würde. Jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen und unsere Themen voranzutreiben. Warum trete ich noch mal an? Ich bin nicht fertig geworden, was auch dem Bombergate zu verdanken ist. Vieles von dem, was ich machen wollte, konnte ich noch nicht mal anfangen. Ich bin außerdem der Ansicht... Nicht, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche. Darf ich bitte, die da hinten stehen, bitten, rauszugehen? Das ist bis hier vorne fast wörtlich zu hören. Wir sind hier bei Vorstandswahlen. Es wäre sehr schön, wenn ihr euch hier drauf konzentriert oder Gespräche draußen führt. Dankeschön. Ich bin der Ansicht, dass die Piraten mehr Kontinuität brauchen. Ich finde auch, dass ich den Job allen Widrigkeiten zum Trotz ganz gut gemacht habe. Wir haben es derzeit extrem schwer, Köpfe zu platzieren. Die über unsere Themen sprechen und die Köpfe wechseln dann auch noch alle Nase lang. Die Leute wollen Identifikationsfiguren. Und das meine ich als solche, an denen sie die Piraten identifizieren können. Das da ist ein Pirat. Und vielleicht auch solche, in denen sie sich selbst wiedererkennen. Im Moment kämpfen wir um jede Presseerwählung. Auch deswegen ist Kontinuität wichtig, damit die Medien sich nicht jedes Mal mit neuen Leuten anfreunden müssen, die sie nicht kennen und nicht einschätzen können. Der nächste Punkt, wenn du willst, dass es gemacht wird, mach es selbst. Wenn ich hier gestaltend eingreifen will, muss ich selbst in die Hand nehmen, auch wenn es bequemer wäre, online auf dem Sofa zu schimpfen. Wir müssen inhaltliche Arbeit stärken und nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungen anbieten. Wir müssen in eine innerparteiliche Wertedebatte einsteigen. Das heißt Freiheit, Transparenz und sonst. Wir müssen uns selbst einen roten Faden schaffen, an dem wir unser Programm ausrichten können. Wir müssen das Grundsatzprogramm überarbeiten, stringenter machen, auch in Bezug auf die Werte erweitern. Und vielleicht fällt dann die eine oder andere Position unter den Tisch, vielleicht weil sie redundant ist. Weitere Positionen finden, bisherige Positionen überarbeiten und das Programm insgesamt verständlicher machen. Ganz wichtig, innerparteiliche politische Bildung. Ein praktisches Beispiel, Battle Cards zu Themen erstellen und im Idealfall sogar Leute für die Arbeit an den Infoständen schulen, damit sie den Wählerinnen und Wählern Rede und Antwort stehen können und sich dabei nicht unsicher fühlen. Ich meine, die meisten hier werden schon mal an einem Infostand gearbeitet haben und wie blöd fühlt man sich, wenn irgendein Wähler auf einen zukommt zu einem aktuellen Thema und man eher wenig Ahnung hat davon. Das ist sehr unangenehm, das ist peinlich und damit überzeugt man auch niemanden. Ja, auch das ist innerparteiliche politische Bildung. Der Job des Vorstands ist es übrigens nur, die Rahmenbedingungen zu schaffen und nicht das Programm zu schreiben. Wir können hier auch nur begrenzt als Animateure wirken. Wenn keiner von euch Lust hat auf inhaltliche Arbeit, dann bleibt das Programm halt, wie es ist. Und wenn nur eine Handvoll Leute inhaltlich arbeiten möchte, drücken die dem Programm ihren Stempel auf. Mitwachpartei funktioniert nur, wenn Leute mitmachen. Programmatisch. Wie gesagt, Vorstände können kein Programm ändern. Wir können aber die vorhandenen Themen anschauen und auf ihre konkrete Umsetzbarkeit im Rahmen unserer Möglichkeit als Partei außerhalb der Parlamente prüfen. Dafür Kampagnen in Zusammenarbeit mit euch entwickeln, inhaltliche Schwerpunkte setzen bei den Themen, die wir nach außen tragen. Und wir müssen die kommunalen Abgeordneten unterstützen, logistisch und inhaltlich. Was sind denn die wichtigsten Themen? Wir werden als Partei für Netzpolitik wahrgenommen. Das ist unser Pfund und damit müssen wir wuchern. Auch wenn mir das hinsichtlich der sozialen Themen sehr wehtut. Trotzdem müssen wir wieder den Fuß in die Tür bekommen. Wenn wir eine Kryptoparty veranstalten oder ich mich eine halbe Stunde auf meinem Platz in München sitze und Snowden-Texte vorlese, dann kommt die Presse. Da müssen wir also auch unsere Schwerpunkte setzen. Angesichts der lückenlosen Überwachungsmaschinerie ist der Kampf gegen Überwachung und für den Erhalt der Freiheitsrechte das zentrale Thema. Das überragt aus meiner Sicht alles. Kommst du bitte langsam zum Ende? Na gut, okay. Ich mache nur noch die Themen fertig. Dann die Unabhängigkeit der Justiz als Ableitung vom Einsatz für Bürgerrechte. TTIP, weil hier Demokratie und Bürgerrechte bedroht sind und die digitale Agenda. Und wir müssen immer einen Bayernbezug herstellen. Ich hätte euch noch mehr zu sagen, aber ich darf nicht. Dankeschön. Der nächste Kandidat, bitte. Ich fange schon mal an. Also, hallo ihr Lieben, hallo liebe Gäste, hallo liebe Pressevertreter. Ich darf mich euch kurz vorstellen. Das bin ich also. Der gegen Niki kandidiert. Nein, besser mit Niki kandidiert. Name? David Kritschek. Im Wiki kennt man mich vielleicht unter dem Pseudonym Switch to Mac. Alter? 42. Wer darin jetzt eine Antwort finden will, bitte schön, nur zu. Beruf? Freiberuflich. Irgendwas mit IT nennt sich SAP-Basis. So, warum Piraten? Ich bin bei den Piraten eingetreten, weil ich damals die substanzlose Politik der kunterbunten Koalition der Überwacher, egal welcher Farbe oder politischen Ausrichtung, nicht mehr nur mit Sport, sondern mit Engagement begegnen wollte. Wir Piraten waren damals die, die Fragen stellen und die die digitale Kompetenz in die Politik bringen wollten. Das Credo vieler damals war, wir machen Politik aus Notwehr. Wenn andere Parteien unsere Position übernehmen, umso besser. Dann können wir wieder Dinge tun, die interessanter sind. Nun, nach sieben Jahren Piraten in Bayern und acht Jahren Piratenpartei Deutschland lässt sich absehen. Die anderen Parteien haben Marketingpuppen installiert und Marketingblasen aufgepumpt. Geändert zum Besseren hat sich eher wenig bis gar nichts. Fünf Jahre bin ich jetzt bei den Piraten dabei. Fünf Jahre bin ich bei den Piraten jetzt dabei. Wir sind immer noch mitten in der digitalen Revolution. Die kunterbunte Koalition der Überwacher ist immer noch da. Wir sind hoch geflogen, aber auch tief gefallen. Aber, und das ist wichtig, wir sind noch da und wir bleiben auch da. Gut. Warum Amt? Als ich zum stellvertretenden Vorsitzenden vorgeschlagen worden bin, war Niki die Einzige, die bereit war, für den Vorsitz zu kandidieren. Demokratie lebt aber von Alternativen, von Auswahl. Nun, die habt ihr nun. Neben den Aufgaben des Stellvertreters, die zu einem guten Teil in die Partei gerichtet sind, sollte ein Stellvertreter aber auch in der Lage sein, im Ernstfall den Vorsitzenden oder die Vorsitzende zu vertreten. Und daher stehe ich heute jetzt hier, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Zum Inhaltlichen. Wollen wir wirklich zurück nach 2009, 2010 zu Back to the Roots? Ihr habt Stimmkarten. Hebt doch mal die Karten. Wer will zurück nach 2009, 2010? Ja, es sind einige. Einige. Ja, wir haben leider keine Zeitmaschinen, auch keine Zeitmaschinenanträge. Und Vergangenes ist vergangen. Die Welt, die Partei und die Gesellschaft haben sich seitdem verändert. Die Welt hat sich weiter gedreht. Zurück haben möchte ich aber den Geist, den Spirit aus der Zeit, als wir vor dem unglaublich guten Ergebnis in Berlin im Aufbruch waren. Ich möchte, dass wir wieder die sind, die Fragen stellen, zuhören und darauf Alternativen ausarbeiten. Zusammen mit Experten in der Partei und außerhalb der Partei will ich Debatten über Debatten, Lösungen erarbeiten und anbieten. Und dazu brauchen wir ein klein wenig Strukturen und ein klein wenig Prozesse, denn wir sind eine Partei und nicht ein Faschingsverein. Jetzt werdet ihr sagen, schon wieder ein Konzept. Nein, nein, keine Angst, ich habe kein fertiges Konzept fertig, weil die Leichen der bisherigen Konzepte politischer Arbeit liegen alle tot im Wiki rum. Die haben leider nicht funktioniert. Ich habe nur ein paar Ideen und ich kann diese Ideen mit euch diskutieren. Umsetzen können wir sie nur gemeinsam. Kurz zu den Ideen. Für politische Bildung, Niki hat es schon erwähnt, brauchen wir politische Bildung. Entschuldigung, für politische Debatten brauchen wir politische Bildung. Wenn eine CSU bildungsneutral über WLAN und digitale Agenda schwadroniert, können und müssen wir das bessere Konzept vorlegen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich wette sogar darauf, dass wir hier im Saal Piraten haben, die Ideen und konkrete Vorstellungen haben, wie wir beispielsweise das WLAN oder die digitale Agenda besser umsetzen können. Lasst uns diese Ideen bündeln und mit der Erfahrung und dem Know-how von Gruppen innerhalb und außerhalb der Partei diskutieren und anreichern. So werden wir dann auch wieder wahrgenommen in der Öffentlichkeit und können Druck auf die Politik in Bayern machen. Als zweiten Punkt, ich möchte Konsenskultur aufbauen helfen. Wir führen innerparteiliche Debatten oft erst an Parteitagen und nur auf Parteitagen. Das heißt, ich will gemeinsam mit den Bezirken zusammen mehrfach im Jahr, idealerweise in jedem Bezirk, ein Plenum durchführen, wo wir über Positionen und Anträge debattieren und diskutieren können und wo wir da auch zu den Themen inhaltlich Bildung aufbauen können. Wo ich aber gerade bei den Themen bin, es spielt dabei auch keine Rolle, ob das Kernthemen oder Vollthemen sind, die wir beackern. Dieses Stöckchen gibt es nicht mehr, also müssen wir da auch nicht drüber springen. Ich will euch ein Beispiel geben, der Breitbandausbau in Bayern ist so ein wunderschönes Thema dafür, ein Beispiel dafür. Klar, Breitbandausbau ist ein Kernthema, aber es reicht noch viel, viel weiter. Der Ausbau der Infrastruktur ist ein ursoziales Thema. Könntest du bitte auch langsam zum Ende kommen? Ja, nämlich wie wollen wir die gesellschaftliche Teilhabe sozial gestalten, damit alle Menschen daran teilnehmen können. Ich hätte jetzt noch einiges mehr an Punkten auszuführen, die können wir dann über die Fragen machen. Liebe Piraten, wir sollten nach einem Jahr Luft holen, nach einem Jahr Hunden lecken und nach einem Jahr innerparteilicher Diskussion jetzt wieder in den Vorwärtsgang schalten und wieder politische Arbeit aufnehmen. Die Arbeit am Programm für 2017, 2018 beginnt in diesem Jahr. Jetzt musst du aber wirklich aufhören. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Mit den Fragen seid ihr dann später dran. Danke. Mein Name ist Matthias Zehe, ich bin 57 Jahre alt, Diplomhandelslehrer und selbstständig. Wie wir gehört haben die ganze Zeit, ist in diesem Landesverband alles in Ordnung, es läuft alles super, alles funktioniert hervorragend. Wir haben da nur eine kleine Schattenseite und zwar, dass wir unsere stimmberechtigten Mitglieder verlieren. Wir haben innerhalb der letzten Wahlperiode, jetzt in diesem letzten Jahr ungefähr knapp 40 Prozent unserer Mitglieder, unserer stimmberechtigten Mitglieder verloren. Das waren knapp 660 Mitglieder. Aus diesem Grunde glaube ich schon, dass es mal angebracht wäre, eventuell auf neue Initiativen hinzuweisen. Meine Vorstandschaft möchte ich vor allem auf drei wichtige Dinge begründen, die übrigens zum großen Teil auch daraus entstanden sind, aus der politischen Arbeit, die wir in Niederbayern machen, weil das vorhin immer so darüber hinweg gesehen wird, als würde da nichts geschehen. Die wichtigen Themen, die dieser Vorstand hat, aus meiner Sicht, sind zunächst mal Sozialkompetenz, es ist Netzkompetenz und es ist Themenkompetenz. Bei der Sozialkompetenz halte ich es einfach für wichtig, die ständigen Streitigkeiten innerhalb dieses Landesverbandes zu beseitigen mit persönlichen Gesprächen, Moderation und allen Möglichkeiten. Der Weg über die Schiedsgerichte und die ordentlichen Gerichte finde ich nicht ratsam, wenn man denkt, dass jetzt ein Vorstand fast die ganze Zeit beschäftigt war, um irgendwelche Ordnungsmaßnahmen sich damit zu beschäftigen. Und auch bei dem noch anstehenden Streit vor einem öffentlichen Gericht in der Causa des Schatzmeisters von Unterfranken hatte ich auch vorgeschlagen, dass man, da geht es um 1500 Euro, dass man um des Friedenwillens das einfach jetzt mal sein lässt und es einfach übernimmt und anfängt miteinander zu reden. Das bringt zehnmal mehr der Partei, als auf Prinzipien herumzureiten. Wichtig ist auch bei dieser Sozialkompetenz, dass Ordnungsmaßnahmen an die Schiedsgerichte delegiert werden. Nicht mehr Vorstände sollen Vorteile haben oder sollen parteiisch sein, wenn sie Ordnungsmaßnahmen verhängen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Sozialkompetenz ist der Schutz der Persönlichkeitsrechte. Wenn man sieht, wie oft auf den Mailinglisten gezielt Klarnamen verwendet werden, um Personen zu beschädigen, dann weiß man, worum es geht. Der zweite wichtige Punkt neben der Sozialkompetenz ist die Netzkompetenz. Darum geht es mir vor allem um die freie, demokratisch kontrollierte technische Infrastruktur, der Umgang mit digitaler Technologie, Lernen. Und das heißt eben auch zum Beispiel keine Moderation für Mailinglisten. Und da gibt es ein ganz eindeutiges Votum von Niederbayern, dass wir keine Mailinglisten moderieren wollen. Wir haben das Medium der Mailinglisten, wir müssen lernen, damit umzugehen. Es kann sein, dass wir falsch damit umgehen, aber es ist ein Lernprozess. Wenn wir Netzkompetenz haben wollen, dann müssen wir auch lernen, damit umzugehen. Der nächste Punkt ist Themenkompetenz. Wir können Themenparteitage veranstalten, müssen keine Parteitage sein, aber Treffen sein, die samstags stattfinden. Wir haben ungefähr pro stimmberechtigten Mitglied ungefähr 200 Euro in jedem Jahr zur Verfügung, das wir ausgeben könnten für das Mitglied für thematische Arbeit innerhalb von Bayern. Und zwar stelle ich mir vor, dass wir zunächst mal, wir müssen die landesweite als auch die lokale Politik müssen wir stärken. Und das heißt, wir müssen da auch Finanzmittel hingeben an die Kreisverbände, an die Bezirksverbände. Und wir müssen in den Kreisverbänden und Bezirksverbänden Teil des politischen Lebens sein. Das heißt, wir müssen Organisationen schaffen, die das abbilden, was im Landtag geschieht, das, was in den Bezirkstagen geschieht und so weiter. Wir brauchen also bestimmte Ausschüsse, nicht mehr so sehr nach Themen, sondern dass man sagt, man hat einen Finanzausschuss, man hat einen Sportausschuss, weil das ist auch etwas, wo man dann später mal sitzt eines Tages. Und das ist, damit wir zu allen verschiedenen Themen einfach kompetent Stellung nehmen können. So, und dann möchte ich noch wissen, sagen, dass ich persönlich Kritik als keinen Schaden für die Piratenpartei empfinde, sondern das finde ich sehr nützlich. Und meine Aufgabe als Vorstand sehe ich auch nicht darin, die Partei in eine bestimmte Richtung zu drücken, sondern ich möchte gerne Schiedsrichter sein. Ich möchte Teams entwickeln, die sich themenorientiert entwickeln und möchte versuchen, einfach politischen Nachwuchs heranzuziehen und diesen Leuten eine Chance zu geben. Vielen Dank. Danke an alle Kandidaten. Gibt es Fragen an die Kandidaten? Nur melden geht nicht, muss schon vorkommen. Nachdem die Vorstellung in einer anderen Reihenfolge gemacht wurde, als in der, die von uns nicht änderbar an der Wand ist, würde ich euch bitten, während der Fragen, euch in der Reihenfolge, wie sie dort steht, hinzustellen, damit die Versammlung dann niemanden verwechselt. Machst du den gerade? Gut, bitteschön. Ich habe eine Frage an Herrn Zehe. Also er hat ja so groß angetönt, dass er sehr dagegen ist, dass man zum Beispiel Gerichte oder Schiedsgerichte zum Beispiel bemühen würde und hat auf der Mailing-Liste in Niederbayern mir persönlich zweimal gedroht, mich mit einem Anwalt zu verklagen und einmal mich sogar aufgefordert, ich soll mich bei ihm bedanken, dass er noch nicht beim Anwalt war. Mein Vergehen war, dass ich eine Seite getwittert habe. Darf ich dich bitten, dich auf die Frage zu konzentrieren? Wie gesagt, ich würde ihn fragen, wie er das vereinbart, mit öffentlichen Drohungen auf Mailing-Listen, wo er mit Klagen droht oder bedankt sich dafür, dass er noch nicht beim Anwalt war. Lieber Otto, du siehst ja genau, dass ich eben nicht geklagt habe, obwohl ich einen Anspruch gehabt hätte. Ja, der Punkt ist der, ich habe ja vorhin gesagt, ich bestehe auf Moderation und Gespräch und ich bin damals nach Deckendorf gefahren, bei euch zum Kreis, zu einer Vorstandssitzung. Ich wollte nur sagen, ich darf antworten, ich habe das Gespräch gesucht, du hast das Gespräch verweigert und ich glaube, ja, dann kannst du nachher wieder mit diskutieren, ich stehe immer offen. Niemand kann sagen, dass ich Gespräche verweigere. Freunde, jetzt ist, Entschuldigung, jetzt ist wirklich gut. Also ihr wisst ja, ich als Versammlungsleiter lasse ich es gerne laufen, aber wir sind hier in einer Diskussion und in einer Kandidatinbefragung und nicht in einem Musikantenstaden. Die sind nämlich etwas blöder als diese Versammlung und das stelle ich jetzt mal. So, demzufolge Frage an den Kandidaten Matthias Zehe, bist du fertig mit deiner Antwort? Ich darf dich allerdings ebenfalls bitten, dich auf die Frage zu konzentrieren und Nebenaspekte genauso wenig rauszulassen wie jeder weitere Fragesteller. Ich werde das jetzt etwas konsequenter anwenden. Dann wende das bitte konsequent an. Ich bin fertig. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? David, woher kommt dein Twitter-Name und warum klingt der wie Schleichwerbung? Es ist eine etwas alberne Frage, aber woher kommt der Twitter-Name? Ich habe mal eine Webseite gehabt, die sich mit dem Wechsel von Windows zu Macintosh beschäftigt hat und der ist irgendwie hängen geblieben, obwohl die Webseite, glaube ich, so seit vier Jahren nicht mehr aktualisiert worden ist. Alles klar, Dankeschön. Ich hätte jeweils eine Frage an Niki und an David. Niki, inwieweit würdest du die Zusammenarbeit mit den Bezirken verbessern? Und David, wie stehst du zur Landesgeschäftsstelle? Also die Zusammenarbeit mit den Bezirken würde ich dahingehend verbessern, dass wir das, was wir schon angefangen haben, nämlich Bezirktreffen fortzuführen, die Arbeit auch unter den Bezirkspolgefs zu verändern oder zu verstärken. Und ich hätte auch gerne eine 1V-Runde mit den Bezirken zusammen, dass man mit denen sprechen kann über das, was gerade so anbrennt. Dann dauert die Landesvorstandssitzung auch nicht so lange. Wie ich zur LGS stehe, ja, cool, behalten. Punkt, die ist jeden Euro wert. Wir brauchen einen Ort für die Außendarstellung, wir brauchen einen Ort, wo wir vielleicht das eine oder andere Mal sich Arbeitsgruppen treffen können, weil vielleicht schaffen wir das ja im kommenden Jahr, das Ding mit der Politik zu machen. Olaf? Eine Frage an Herrn Zehe. Speziell jetzt nicht zu einer Tool-Diskussion, sondern zu dem, was du zu den Mailinglisten gesagt hast. Wir haben vor ein paar Tagen das 30-jährige Bestehen von E-Mails gefeiert, auch mit einer Pressemitteilung des Bundesverbandes. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass wir als Piraten eine junge Partei sind und mit sozialen Netzwerken umgehen. Das heißt also, wenn ich es genau nehme, E-Mail ist eine Sache von gestern und in den einschlägigen Zirkeln wird eher über Medienkompetenz geredet. Einschlägige Zirkel, dazu zähle ich jetzt auch, Schulen. Das heißt also, als Piraten stehen wir dafür, die Medienkompetenz der Bevölkerung voranzubringen. Was bringt es aus deiner Sicht, die Kompetenz auf Mailinglisten, die nicht moderiert sind, also diese Kompetenz noch weiter zu führen, während der eigentliche technologische Fortschritt das schon längst überholt hat? Danke. Ich wollte das jetzt nicht auf Mailinglisten reduzieren, das nur als Beispiel nehmen, wo wir zurzeit teilweise in der Partei unterschiedliche Meinungen haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für Twitter. Jetzt, wenn man zum Beispiel die Verwendung von Klarnamen nimmt oder die Situation, dass bestimmte Leute über das Internet andere Personen herabsetzen möchten, sie möchten sie beschädigen, all diese Dinge, die da passieren. Es ist unsere Aufgabe, sehe ich, wenn wir Netzkompetenz haben wollen, zu zeigen, wie man es richtig macht. Und wir müssen auch darüber die Diskussion innerhalb führen, wir müssen wirklich eine Diskussion führen, was darf man, was sollte man nicht, was wird empfohlen. Und wir sollten Beispiel geben. Wir dürfen aber nicht die Diskussion ersticken und dürfen sagen, so wie das früher war, wir haben ja das gleiche Problem mit Zeitungen. Auch Zeitungen haben das Problem, dass die Redakteure es leid sind, dass da Kommentare veröffentlicht werden, die sie herabsetzen, weil ihre Arbeit kritisiert wird. Das ist alles Netzkompetenz, über die wir wirklich intern eine Diskussion führen müssen, wie wir das vernünftig und besser gestalten. Wir haben das Internet, wir haben die neuen Medien, wir müssen mit jedem neuen Medium, das auftritt, müssen wir versuchen, dort Kompetenz zu erlangen und versuchen, diese Dinge zu lösen. Ich hoffe, die Antwort ist. Danke. Ich habe eine Frage an alle drei und ich bitte auch tatsächlich um eine konkrete Antwort. Was ist von jedem der drei Kandidaten eurer Meinung nach der nächste Bezirksverband, der über die Klinge springt? Da gibt es im Moment überhaupt keinen Anlass, über sowas überhaupt nur zu diskutieren. Das sind immer Einzelfallentscheidungen und das ist kein System, was da in irgendeiner Form verfolgt wird. War das jetzt eine Bewerbung für Oberfranken? Nein, also, sei mal ehrlich, wer löst freiwillig und guten Gewissens freiwillig einen Bezirksverband auf. Es ist doch so, dass diese Situation aus der Not geschuldet war und das wird sich hoffentlich nicht nochmal wiederholen müssen. Also, die Frage... Könntest du bitte, wenn du einen Beitrag machen möchtest, dich ans Mikro stellen? Also, du kannst mir gerne eine Frage stellen, das ist kein Problem, komm vor. Aber, also, wie schon gesagt, wir sollten nicht die Auflösung eines Bezirksverbandes irgendwie als täglich Business ansehen und das hat, glaube ich, auch der letzte Vorstand so nicht gehandhabt. Meiner Meinung nach können wir die Partei insgesamt nur fördern, wenn wir die Kompetenz und die Möglichkeiten, die Untergliederungen haben, fördern, ganz aktiv fördern. Dort sind die Personen vor Ort, wir müssen die Leute dort arbeiten lassen und dort müssen sich auch Persönlichkeiten herausbilden können, also die Unterbezirke und wenn die auch Kreisverbände gründen wollen, wir müssen das finanziell auch unterstützen, ihnen die Möglichkeit geben und ihnen Hilfe geben. Also, ich bin auf jeden Fall dafür, für mehr Basis, weniger Zentralismus. Vielen Dank. Alle drei? Wer von euch würde noch für welche anderen Ämter kandidieren? Ich kandidiere nur für den Vorsitz. Ich habe es schon in der Rede erwähnt, ich kandidiere, also ich bin auch für den zweiten, also Stellvertreter aufgestellt worden, dafür würde ich kandidieren und nachdem wir ja uns entschlossen haben, den Stellvertreter in Genseck zu tun, würde ich das ins Auge fassen. Danke. Ich kandidiere nur für den Vorsitz, weil ich glaube, wir haben Landtagswahlen und Bundestagswahlen und wir sollten jetzt mal irgendwann den Cut machen und müssen auch diesen Mitgliederschwind stoppen. Ja, ich habe eine Frage an den Niki, du hast ja vorher so schön gesagt, die Auflösung von Bezirken ist immer... Entschuldigung, könntest du etwas lauter sprechen, du bist sehr schwer verständlich. Okay, du hast vorher gesagt, die Auflösung von Bezirksverbänden oder von Gliederungen ist immer eine Einzelfallentscheidung. Wie passt da das immer zu Einzelfall? Nochmal, was? Den Rest habe ich, die Hälfte der Frage habe ich akustisch nicht verstanden. Du hast vorher gesagt, die Auflösung eines Bezirksverbands ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ja. Wie passt das zusammen, wenn es Einzelfälle sein sollen, du aber das immer damit reinbringst? Ordnungsmaßnahmen sind immer Einzelfallentscheidungen. Also, wie gesagt, wir haben nicht vor, weitere Bezirksverbände aufzulösen, außer wir sind dazu gezwungen, weil die Bezirke dysfunktional sind, sie nicht mehr arbeiten können oder andere Sachen passieren. Ansonsten bin ich um jeden Bezirksverband dankbar, der arbeitsfähig ist und politisch arbeitet und sich nicht selbst zerfleischt. Zwiegespräche sind nicht vorgesehen. Wenn du nochmal Fragen möchtest, stellst du dich bitte dann bitte hinten an. Dankeschön. Wir haben einen Piraten, der von der Niederbayern-Mailingliste ausgeschlossen ist und ich würde gerne wissen, wer von euch dreißig vorstellen könnte, mit dem nochmal das persönliche Gespräch zu suchen. Ja oder nein, würde reichen von jedem von euch dreien. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen definitiv nein. Ich kenne den Fall nicht, ich müsste mir ihn anschauen und dann schauen wir mal, aber wenn es sich um die Person handelt, die ich im Kopf habe, dann befürchte ich, ist jedes Gespräch vollkommen fruchtlos. Danke. Wer sich an mich wendet und möchte ein Gespräch führen, kann das immer machen. Ich bin immer offen, ich lehne niemanden ab, das ist eben Teil der Sozialkompetenz. Wir müssen vorankommen, wir müssen auch miteinander umgehen können. Also wir werden, wenn wir in Parlamenten sind, auch Personen haben, die ganz andere Meinung haben und die uns vielleicht auch angreifen, bestimmte Dinge tun. Wir sollten miteinander reden, weil wir sind Politiker und wir müssen lernen, wenn wir für den Landesvorstand kandidieren, dass wir mit jedem immer und überall reden können. So, dann nochmal an Niki. Du hast ja vorher wir verwendet, die keine Ordnungsmaßnahmen oder weiteren Gliederungsauflösungen betreiben wollen. Wir definiere ich jetzt mal als der Landesvorstand. Wie passen dann die Anträge von Klaus dazu, da jetzt praktisch per Satzung Gliederungen einfach aufzulösen, wenn sie nicht rechtzeitig buchen oder was auch immer? Suggestivfragen werde ich nicht beantworten. Bevor wir weitermachen, ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da eine Gegenrede? Keine Gegenrede? Formal? Gut. Wer für die Schließung der Rednerliste ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, bitte die rote. Gut, damit ist die Rednerliste geschlossen. Wer sich noch äußern möchte, möge sich bitte jetzt zügigst zum Mikro begeben. Ich sehe jetzt gerade noch zwei. Bitteschön. Geht? Ja. Kurze Frage an Matthias. Du sagst, du bist ein großer Gegner des Wegs über die Schiedsgerichte bei der Streitschlichtung. Wie viele Anträge an Schiedsgerichte hast du im letzten Jahr gestellt? Das Ziel war nur der Verteidigung und du musst jetzt schon aufpassen. Also die Frage ist, von wem gehen Ordnungsmaßnahmen aus und wer verhängt sie? Und das ist das gute Recht, das steht in jedem Gesetzestext drin. Das trifft jetzt auch, was vorhin abgestimmt wurde. Das steht so im Parteiengesetz. Also es muss eine Instanz geben, die auch gegen diese Ordnungsmaßnahme, die dieser Parteitag beschlossen hat, Einspruch erhebt. Und wenn man bestimmte Dinge als undemokratisch und als nicht in Ordnung empfindet, dann muss man dagegen Einwand erheben. Und dazu muss ich noch sagen, also den Antrag, den ich gestellt habe, der wurde in meinem Sinne durch das Landesschiedsgericht und zwar eindeutig entschieden. Und das sagt schon viel aus. Das heißt, es geht darum, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und dafür stehe ich immer zur Verfügung. Gut, ich möchte von allen drei Kandidaten Randhausfrage wissen, in welchen Vorstandsämtern sie bereits waren. Und von Matthias möchte ich wissen, wie viele Anträge ins Landesschiedsgericht der im letzten Jahr gestellt hat. Ich war vorher, im Jahr vor diesem Jahr, war ich Beisitzerin im Landesvorstand und dieses Jahr Vorsitzende. Juhu, ich war drei Jahre lang stellvertretender Vorsitzender im Bezirk Schwabin. So, da ich gewählter Kreisvorsitzender eines umstrittenen KVs bin, der aufgelöst ist, musste ich in dieser Funktion selbstverständlich einen Antrag vor dem Landesschiedsgericht stellen. Des Weiteren war in einer persönlichen Ordnungsmaßnahme, die gegen mich verhängt wurde auf Lebenszeit. Dort hat man, dort hat das Landesschiedsgericht darauf hingewiesen, man möge bitte rechtsstaatliche Methoden von diesem Vorstand anwenden. Und das dürfte es dann klar machen, worin es da eigentlich ging. Danke. Ich habe einstweilige Anordnungen, die halt innerhalb dieser beiden Verfahren laufen. Sonst kann man keinen Antrag stellen, also muss schon was gegen einen persönlich verhängt sein, damit man auch überhaupt klageberechtigt ist. Also das waren die zwei Dinge, um die ich mich gekümmert habe. Gut. Die Rednerliste ist geschlossen. Es gibt demzufolge auch keine weiteren Fragen mehr. Noch nicht geschlossen ist die Kandidatenliste. Deswegen noch die Frage, gibt es weitere Kandidaten für den ersten Vorsitzenden des Landesverbandes? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Kandidatenliste und übergebe an den Wahlleiter. So, laut Geschäftsordnung muss ich formal die Kandidatenliste schließen. Deswegen sage ich einfach mal pauschal, wenn die Versammlungsleitung die Kandidatenliste schließt und ich nicht stoppschreie, dann ist die geschlossen. Wir schreiten jetzt zur ersten Wahl. Wir benutzen für diese Wahl das Verfahren der sogenannten Wahl durch Zustimmung. Ich nehme an, die meisten von euch kennen dieses Verfahren, da es aber bestimmt den einen oder anderen neuen Menschen in dieser Runde gibt, der vielleicht das Verfahren noch nicht kennt. Möchte ich es nochmal kurz erläutern, also stay with me. Bei der Wahl durch Zustimmung geht es folgendermaßen. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Kandidaten, in diesem Fall zum Beispiel drei. Und ihr könnt jedem Kandidaten eine Stimme geben oder diese Stimme nicht geben. Nicht geben bedeutet also auf dem Stimmzettel, das Feld anzukreuzen bedeutet die Stimme zu geben und das Feld eben nicht anzukreuzen bedeutet die Stimme nicht zu geben. Grundsätzlich gilt ist, dass jetzt in dem Fall, wo wir jetzt eben ein Amt zu besetzen haben, der Bewerber gewählt ist oder die Bewerberin gewählt ist, die die meisten Stimmen hat, aber mindestens über 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, also auf mindestens 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmzettel eine Stimme erhalten hat. Beispiel nehmen wir an, es wurden 100 gültige Stimmzettel abgegeben, dann muss ein erfolgreicher Bewerber mindestens 51 Stimmen erhalten haben und falls mehr als ein Bewerber dieses Mindestmaß an Stimmen erhält, dann gewinnt der Bewerber, der die meisten Stimmen hat. Sollte kein Bewerber die notwendige Anzahl an Stimmen haben, dann ist kein Bewerber gewählt. Die Möglichkeit, sich zu enthalten, besteht bei Wahl durch Zustimmung ausschließlich, indem man sich komplett enthält, sprich keinen Stimmzettel einwirft. Sobald man einen Stimmzettel einwirft, bedeutet das, wenn man kein Kreuz bei einem Bewerber macht, dass dies effektiv eine Nein-Stimme für den Bewerber ist. Gibt es zum Wahlverfahren der Wahl durch Zustimmung an dieser Stelle noch Fragen? Dann möchte ich die jetzt bitte gestellt haben. Haben Streichungen eine Auswirkung, außer dass er ungültig wird? Streichungen haben grundsätzlich keine Auswirkungen. Ich würde sogar so weit gehen, da Streichungen auch in staatlichen Wahlen als Mittel des Wählerwillens gezählt werden, dass eine Streichung des Bewerbers, falls es irgendjemand machen sollte. Ihr müsst das nicht tun, aber falls es jemand machen sollte, wird das als Nein-Stimme gewertet, wenn das eindeutig ist. Aber ihr müsst Bewerber nicht streichen. Frage? Kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich dazu. Frage? Was muss ich tun, wenn ich mein Kreuz im falschen Kästchen gesetzt habe? Also wenn jemand ein Kreuz fälschlicherweise gesetzt hat und es wieder quasi rückgängig machen will, so füllt bitte dieses Feld vollständig aus. Also straffiert das vollständig durch, sodass wir eindeutig erkennen, dass dieses Kreuz ungültig gemacht werden sollte. Falls ihr zum Beispiel den Wahlvorschlag Nummer 4 ankreuzen solltet und denkt euch, 4 will ich eigentlich nicht, dann füllt dieses Feld komplett aus. Falls ihr dann der Meinung seid, jetzt will ich 4 doch, dann macht dein Leben ein Kreuz. Wenn ihr dann nochmal der Meinung seid, das wollt ihr doch nicht, dann streicht ihr wieder komplett durch. Wenn ihr mehr als zweimal durchstreicht, dann wird es schwierig, das zu erkennen. Also würde ich euch bitten, spätestens beim zweiten Mal euch sehr genau zu überlegen, ob ihr diese Stimme abgeben wollt oder nicht. Weil spätestens ab dann ist der Wählerwille nicht mehr eindeutig zu erkennen. Hallo? Das sind jetzt drei Kandidaten. Wenn ich einen für Ja mache, einen Nein und eine Enthaltung, was muss ich dann angewöseln? Das ist bei diesem Wahlverfahren leider nicht möglich. Dazu bräuchte man eine, gibt es eine andere Form von Wahl die Zustimmung, die ist jetzt allerdings in der beschlossenen Geschäftsordnung nicht drin. Die Variante der Wahl die Zustimmung, die wir derzeit haben, kann jetzt an dieser Stelle das nicht abbilden. Ja? Dann hätte ich einen Geohantrag auf Änderung des Wahlverfahrens. Den müsstest du schriftlich stellen. Das wäre eine Änderung der Geschäftsordnung, den kann ich jetzt an dieser Stelle leider, also sie haben typisch heißt jetzt keine aufschiebende Wirkung. Wenn du jetzt in der Zeit den noch stellen kannst, schriftlich, dann müsstest du das jetzt am SKP machen. Ich kann aber auch gleich dazu sagen, das wird uns vor einen enormen Aufwand stellen, weil der Stimmzettel, den wir haben, das nicht abbilden kann. Ja? Auf ein Meinungsbild, ob der eben erwähnte Antrag auf Änderung der Geschäftsverteilung angenommen werden würde oder nicht. Ich übernehme das jetzt einfach mal, wenn die Versammlungsleistung... Also wer diesem Geohantrag zustimmen würde, bitte die grüne Karte, wer mich zustimmen würde, bitte die rote Karte, ich sehe das beides gleichzeitig. Und ich kann dem Antragsteller sagen, dass dieses Meinungsbild sehr eindeutig negativ ausfällt. Also wir können davon ausgehen, dass dieser Geohantrag keine Zustimmung halten würde. Wie gesagt, wir könnten den auch ohne das Anfertigen neuer Stimmzettel derzeit nicht ausführen. Weitere Fragen zum Wahlverfahren? Darf ich bitte um Ruhe bitten, es werden Fragen gestellt. Danke. Die Reihenfolge, die jetzt da steht, ist anders als die Vorstellung. Ja. Die Reihenfolge gilt auch auf dem Wahlzettel, oder? Weil die nicht hat sich als erste vorgestellt. Genau. Also die Reihenfolge, das werde ich später gleich nochmal gesagt, die Reihenfolge der Wahlvorschläge ergibt sich immer nach dem, wie es am Beamer angeworfen ist, sodass jeder das jederzeit wieder nachschlagen kann. Die Vorstellungsreihenfolge ist für die Reihenfolge auf dem Stimmzettel unerheblich. Weitere Fragen? Also ihr braucht es jetzt noch nicht ausfüllen, ich erkläre gleich noch, wie ihr es ausfüllen müsst. Ist eine Frage, dann bitte am Mikrofon stellen. Fragen an mich jetzt bitte am Mikrofon, ich werde jetzt nicht neben dir die Bühne kommunizieren. Keine Fragen für die, für die, für das Wahlverfahren mehr. Also gehe ich davon aus, dass jedem Teilnehmer der Versammlung das Wahlverfahren so jetzt eindeutig klar ist. Gut, dann jetzt folgendes. Wir wählen jetzt mit dem Stimmzettel Nummer 2, der ist blau. Auf diesem Stimmzettel Nummer 2 könnt ihr jetzt quasi bei Wahlvorschlag 1, das ist David, bei Wahlvorschlag 2, das ist Matthias oder bei Wahlvorschlag 3, das ist Nicole, jeweils ein Kreuz machen oder kein Kreuz machen. Das Ankreuzen weiterer Felder macht den Stimmzettel ungültig. Ich wurde von den Wahlhelfern noch mal darauf hingewiesen, zu betonen, dass ihr bitte, wenn ihr zum Wählen geht, euren Stimmzettelblock mitnehmt, denn es wird abweichend zur bisherigen Praxis auf Parteitagen später auf der Rückseite eures Stimmzettelblocks abgekreuzt, ob ihr einen Zettel eingeworfen habt, nicht auf eurer Stimmkarte. So, dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer, sich jeweils eine Urne zu schnappen und sich wieder im Raum zu verteilen. Gut, genau. Erstmal bitte verteilen, liebe Wahlhelfer, damit wir vielleicht auch... Wenn die Wahlhelfer sich verteilt haben, dann bitte ich die Wahlhelfer, jetzt bitte die leeren Urnen zu präsentieren. Eine leere Urne ist hier, eine leere Urne ist da drüben, eine ist hier. Wo ist die vierte Urne? Da hinten. Okay, ihr seht die vier Urnen im Raum. Ihr seht alle, dass diese Urnen leer sind. Dann bitte ich die Wahlhelfer, bitte jetzt die Urnen zu verschließen. Die Urnen bitte verschließen. Habt ihr alle gesehen? So, nachdem jetzt dann also alle Urnen verschlossen sind, ist der Wahlgang Nummer zwei hiermit eröffnet. Haben wir eigentlich Musik für den Wahlgang Nummer zwei? Haben wir Musik? Ja, passt schon. Vielleicht bitte noch ein kurzer Hinweis auf dieses... Ich wurde gerade... Darf ich kurz mal mit der Aufmerksamkeit bitten, auch wenn der Wahlgang läuft? Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass bei den Menschen mit kräftiger Hand sich anscheinend leider schon Kreuze vom vorherigen Stimmzettel auf den zweiten durchgedrückt haben. Falls ihr Kreuze habt, die sich durchgedrückt haben auf ein Feld, das ihr nicht ausfüllen wollt, bitte streicht dieses Feld durch, sodass es eindeutig zu sehen ist. Also füllt es komplett aus, dass dann eindeutig zu sehen ist, dass das kein Kreuz war. Vielen Dank. 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 Das war der Kreuz. Das war der Kreuz. Das ist wieder in einem Stück. Ja, passt. Jetzt müssen so Probleme, so die ersten zwei Weißwürde, die machen so Kiefer und so weiter, machen dann noch Probleme. Aber soweit ist der Rest tip top. Das ist der was? Es ist erstaunlich, wie wenig Gesichter ich kenne. Echt? Ziemlich fremde Leute. Echt? Ja, ich habe das. Ja. Also Sie haben immer so viel Portal da gefühlt. Ich weiß nicht, wir waren das letzte Mal hier vor fünf oder sechs Jahren. Da kam das der jeden, da war die Putze. 2010 war das, ja, das war vor vier Jahren. 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 Könnte bitte jemand mal zu den Rauchern rausgehen und ihnen sagen, dass gewählt wird, damit die auch ihre Stimmzettel abgeben können. Ja. Das war vor vier Jahren. Also alle, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, bitte jetzt zu den Urnen schreiten. Dann Ron ist auch. Hier vorne wären noch zwei freie Uhren zum Abstimmen, wenn es da hinten gerade ein bisschen viel ist. Ja, ja, okay. Danke. 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 Also, wer seine Stimme noch nicht abgegeben hat, bitte jetzt sofort abgeben. Vielen Dank. Ich schließe den Wahlgang in 3, 2, 1, 0. Der Wahlgang ist geschlossen. Achtung! Gut, dann übernehme ich jetzt mal wieder zunächst einige organisatorische Hinweise und einen Geschäftsordnungsantrag. Die Bio-Verifizierung darf ich zunächst mal um etwas Ruhe bitten. Auch den Joffrey. Wollt ihr euch draußen unterhalten oder wollt ihr zuhören? Das war eine Frage. Ich warte auf Antwort. Draußen unterhalten oder zuhören? Gut. Also, zunächst mal der Hinweis. Bio-Verifizierung findet hinten beim Benni statt. Des Weiteren haben wir mittlerweile einen GO-Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Dieser wiederum auf Änderung des Wahlverfahrens für die Vorstandswahlen. Und zwar soll das Wahlverfahren dahingehend geändert werden, dass sich die Möglichkeit der Enthaltung ergibt, indem die Zeilen den Kandidaten entsprechen und die erste Spalte Ja, die zweite Spalte Nein und kein Kreuz in der Zeile eine Enthaltung bedeutet. Dieser Antrag ist formal wirksam eingereicht worden. Gibt es eine Gegenrede? Formal. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag auf Änderung des Wahlverfahrens ist, der hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Nicht die rote, sondern wer dafür ist, die grüne. Wer dagegen ist, bitte jetzt die rote. Das ist eine deutliche Mehrheit. Der Antrag ist damit abgelehnt. Gut, dann noch ein Hinweis. Draußen soll es äußerst leckeren Kuchen geben, von dem ich auch schon ein Stück hatte. Wer den es gab? Oh, Entschuldigung, der Hinweis hat sich erledigt. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Und diesen Redeslot haben wir vorgesehen für den Jan Kastner von den Jungen Piraten, der ein paar Worte sagen möchte. Ich spreche heute für die, die in diesem Jahr gegründete Bayerische Landesorganisation der Jungen Piraten. Also quasi unserer Jugendorganisation. Ich bitte um Ruhe, bitte. Ich bin Jan Kastner und Teil des fünfköpftigen Landesvorstands der Jungen Piraten und bin heute auch die offizielle Vertretung der Juppies Bayern. Ich bin nicht nur hier wegen unserem Antrag, der wahrscheinlich morgen kommt, sondern auch vor allem wegen einer kleinen Rede, einer politischen Rede. Es gibt dieses geflügelte Wort vom Politiker aus Notwehr und wir haben es schon oft genug verwendet. Aber ich finde diesen Begriff, der trifft nicht wirklich zu. Wir sind alle Teil dieser Welt und wenn wir auf diese Welt blicken, dann können wir gar nichts anders. Wir müssen politisch sein. Aber nicht als Politiker aus Notwehr, sondern als Politikerin aus Verantwortung. Wir genießen viele Privilegien. Wir haben den Luxus, uns Zeit zu nehmen für Politik, für Treffen wie diese und für den gemeinsamen Austausch und das gemeinsame politische Arbeiten. Auf diese Privilegien können nur wenige in dieser Welt zurückgreifen. Es fehlt an Zeit, an Geld und an Bildung, um aktiv etwas verändern zu können. Aber dass es Veränderung bedarf, ist offensichtlich. Wir leben in einem Zeitalter der Möglichkeiten, aber auch im Zeitalter der Verhinderer und Verhinderinnen. Statt dem Wohlstand der Technologie unter allen Menschen zu verteilen, statt unser Wissen zu nutzen, um das Leben so vieler zu verbessern und das Leid zu beseitigen, raffen wenige Geld zusammen, das sie niemals ausgeben können, führen andere Kriege, in denen Tausende sterben. Ein kleiner Teil der Menschheit frisst den Rest das Essen weg. Dieser baut seinen Luxus auf den Leid so vieler. Es ist ungerecht, aber anstatt diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, versucht man die Missstände zu verdecken, zu vertuschen oder zu ignorieren. Wir Politiker, die es beschließen, Truppen, die es umsetzen und die Bevölkerung, die es einfach hinnimmt. Wir ziehen Zäune um unseren Kontinent, um jene, welche alles aufgeben, um dem Leid zu entfliehen, abzuhalten und schicken sie dabei viel zu oft in den sicheren Tod. Volker Kauder sagte vor kurzem auf die Frage, ob Deutschland mehr flüchtende Menschen aufnehmen soll. Ja, wenn sie es zu uns schaffen. Das zeigt das wahre Gesicht. Sie wollen nicht helfen. Es ist ja auch nicht rentabel. Menschenleben werden zu Zahlen, zu Graphen, zu Statistiken, zu einer kalkulierbaren Masse. Wir vergessen oft, dass hinter diesen Zahlen ein Mensch steht. Ein Mensch wie du, wie ich, wie wir alle. Wir haben alle das Recht auf ein Leben ohne Angst. Auf ein Leben ohne Angst vor Überwachung, ein Leben ohne Angst vor dem Verhungern, ein Leben ohne Angst vor Bomben und ohne Angst von unseren Mitmenschen. Wir haben das Recht auf Freiheit, Freiheit ohne Unterdrückung. Und jegliche Unterdrückung muss beseitigt werden für eine solidarische, gemeinschaftliche, zukunftsorientierte und freiheitliche Gesellschaft, wo jeder, jeder sein Leben so angenehm wie möglich verbringen darf, nach seinen eigenen Vorstellungen und ohne Angst vor Repression. Und tausende, tausende Mauern müssen wir hier noch, stehen noch vor uns, die wir einreißen müssen. Tausende Mauern in der Gesellschaft und auch in unseren Köpfen. Wir müssen uns unseren Privilegien bewusst werden und diese versuchen zu auszugleichen, indem wir sie für alle verfügbar machen. Ich, ich bin dankbar, hier stehen zu dürfen, aktiv sein zu dürfen und nicht nur tatenlos zuzuschauen. Ich bin dankbar für dieses Geschenk und bin mir auch bewusst, dass dieses Geschenk die Aufgabe mit sich bringt, Verantwortung zu übernehmen. Es ist großartig, wie viele Menschen diese Aufgabe erkennen und ihr nachgehen. Es sind nicht wenige, wir sind nicht wenige. Aber leider, leider verlieren solche Menschen viel zu oft das aus den Augen, was sie antreibt. Und lasst uns, lasst uns nicht aus den Augen verlieren, was uns antreibt. Wir, wir wollten die Gesellschaft verändern und drohen jedoch an uns selbst zu scheitern. Wir messen zweierlei Maß. Unsere Handlungen verurteilen wir bei anderen. Einerseits sprechen wir von unseren vielen Gemeinsamkeiten, aber oft, oft glauben wir selbst nicht mehr daran. Stattdessen verfangen wir uns in Streitigkeiten, Beleidigungen, Drohungen und Verimpfungen. Es ist traurig zu sehen, was wir mit dieser Chance gemacht haben. Mit dieser Chance, nachhaltig die politische Landschaft in Deutschland und in Europa zu verändern. Wir, wir haben sie verspielt. Und das, obwohl sie uns so gut aufgelegt wurde. Und jetzt, jetzt stehen wir vor einem Trümmerhaufen und haben doch kein Stück gelernt. Ja, oft drohe ich den Mut zu verlieren. Mein Vertrauen in die Zukunft und auch oder gerade in die Piratenpartei. Dabei bin ich sicherlich nicht alleine. Und trotzdem stehe ich hier. Ich stehe hier, weil der Wille noch da ist, etwas zu verändern. Weil es meine Verantwortung ist, hier zu stehen und weiterzuarbeiten. Und ich fühle mich auch immer wieder bestätigt und sehe, dass ich nicht alleine hier stehe. Hoffnung spenden mir unter anderem die jungen Piraten. Sie sehen sich neben, äh, ich sehe sie neben mir stehen. Junge Menschen, die sich kritisch mit dieser Welt auseinandersetzen und etwas bewirken wollen. Für alle und nicht nur für sich. Ich sehe neben mir Politiker, Politikerinnen der Zukunft, aber die auch außerhalb der Piratenpartei und der jungen Piraten existieren. Sie haben tolle Ideen und sie setzen sich dafür ein. Wir müssen wieder gemeinsam hier stehen und aktiv werden für eine Veränderung in der Gesellschaft. Die jungen Piraten Bayern wollen auf Augenhöhe mit der Piratenpartei Bayern arbeiten. Wir geben uns noch nicht auf. Sich auf die Zeit zu verlassen, ging leider niemals gut. Aber gemeinsam, gemeinsam brauchen wir keine Angst zu haben. Aber dafür, dafür müssen wir wieder gemeinsam aktiv werden und uns alle zusammenreißen. Wir müssen nachdenken und über unser eigenes Handeln reflektieren. Wir dürfen die Welt nicht den Verhinderern und den Verhinderinnen überlassen, den Unterdrückern, den Ungerechtherrschenden. Nur, nur wenn wir unserer Aufgabe wieder bewusst werden, können wir etwas erreichen. Können wir die Möglichkeit unserer Zeit nutzen und ganz platt gesagt die Welt verändern. Nicht für uns, sondern für alle. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt noch einige organisatorische Hinweise und ich hätte auch von euch ganz gerne ein Meinungsbild. Wir haben nach unserer Geschäftsordnung ja vorgesehen, dass jeder, der sich an Diskussionen beteiligt, auf seiner Stimmkarte ein Kreuz erhält und sich demzufolge etwas weiter hinten in der Reihe dann anstellen muss. Nachdem wir heute eine eher überschaubare Anzahl sind und das bisher auch keine Probleme gegeben hat, würden wir vorschlagen, dass wir auf diesen Teil einfach in Nichtanwendung verzichten. Dass jeder, der sich anstellt, seine Fragen oder seine Beiträge bringen kann und wenn es überhand nehmen sollte, dann würden wir es eben wieder wie eigentlich vorgesehen anwenden. Findet das eure Zustimmung, dann würde ich euch bitten, die grüne Stimmkarte zu heben. Wenn das nicht eure Zustimmung findet, dann die rote. Okay. Dankeschön. Das war das eine. Das zweite, wir haben jetzt die erste Kandidatur für den Vorstand hinter uns. Das muss ich ja alles erstmal ein bisschen einspielen. Deswegen hätte ich gerne bei euch abgefragt, zum einen, was die Redezeiten der Kandidaten anbetrifft und das zweite die Art und Weise der Befragung. Zunächst mal, seid ihr zufrieden mit der Redezeit von sechs bis sieben Minuten? Dann würde ich um die grüne Stimmkarte heben. Wer das zu kurz oder länger haben will, der möge dann jetzt die rote heben. Das würde ich dann nochmal gesondert abfragen. Also wer mit der jetzigen Praxis einverstanden ist, dann bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer es gerne geändert hätte, also kurz oder länger, jetzt bitte die rote. Gut, dann würden wir es auch so lassen. Letzte Frage, ihr habt es vorhin schon gemerkt, ich habe Zwiegespräche nicht zugelassen. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich ein sehr großer Freund davon, auch mal etwas ausführlicher zu reden. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte es bei diesen Kandidaturen eher ausführlicher machen lassen, wenn es nicht gerade geschwafelt wird. Wenn ihr damit einverstanden seid, dass das nach Ermessen eher großzügig gehandhabt wird, sowohl bei Fragestellern als auch bei den Kandidaten, dann würde ich euch auch nochmal um die grüne Stimmkarte bitten, andernfalls um die rote. Gut, das Interesse ist überschaubar. Also ich grätsche sowieso rein, wenn es unfair wird, das ist eh klar. Gut, dann haben wir im Moment, hätten wir die nächste Kandidatur, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir abwarten sollen. Frage an euch, wollen wir gleich anfangen mit der Vorstellung der nächsten Kandidaten oder wollt ihr warten, wer jetzt gleich schon die nächsten Kandidaten kommt? Kommt, wunderbar, dann haben wir es ja schon. HW muss Wahlergebnis. Vielen Dank. Liebe Versammlung, wir brauchen keine zweite Wahl, wir haben ein eindeutiges Ergebnis. Es wurden insgesamt abgegeben 122 Stimmen, davon sind 119 Stimmen gültig, drei Stimmen sind ungültig. Es entfielen auf den Wahlvorschlag Nummer 1 41 Stimmen, auf den Wahlvorschlag 2 16 Stimmen und auf den Wahlvorschlag 3 96 Stimmen. Liebe Niki, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und wenn ihr nicht brav seid, müsst ihr ohne Essen ins Bett, das sagt die Landesmutter. Ich übergebe jetzt wieder an die Versammlungsleitung, aber ganz kurz noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt vielleicht gesehen, wir haben wunderschöne Formulare, wie ihr wählen könnt, leider drücken die durch. Also wenn ihr jetzt den Wahlzettel 3 anschaut, werdet ihr merken, dass ihr euer Kreuz wiederfindet. Und um die Verwirrung nicht zu vergrößern beim Auszählen, verzichten wir auf den Wahlzettel Nummer 3. Also bitte trennt Wahlzettel Nummer 3 aus eurem Wahlblock. Ich wiederhole es nochmal. Also bitte Wahlzettel 3 aus dem Wahlblock raustrennen und vernichten. Wir verwenden für die nächste Wahl den Wahlzettel Nummer 4. Das werden wir nachher nochmal sagen, aber es wäre schön, wenn ihr den jetzt schon mal rausnehmen könntet. Danke. Dankeschön. Gut, dann machen wir mal weiter. Bevor ich die nächsten Kandidaten aufrufe, möchte ich noch eine kleine Ergänzung dazu. Bevor ihr den Wahlzettel 4 dann ausfüllt, bitte trennt ihn aus dem Block raus, bevor ihr euer Kreuz macht. Denn sonst müssten wir auf dem nächsten, wir haben am selben Prozedere nochmal. Und das könnten uns irgendwann die Wahlzettel ausgeben. Also wenn wir beim nächsten Wahlgang sind, bitte den Wahlzettel aus dem Wahlblock raustrennen, erst dann euer Kreuz machen. Vielen Dank. Gut. Gibt es noch eine Ergänzung, Herr Wahlleiter? Super. Bevor wir jetzt mit der nächsten Kandidatur weitermachen, noch ein kurzes Wort zur Reihenfolge der jetzt noch zur Wahl stehenden Vorstandsämter. Die Geschäftsordnung trifft hier keine Regelung. Ich werde mich hier an die Satzung halten, so wie es in der Satzung steht. Da stehen als die nicht-optionalen Posten Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister und Generalsekretär. Und in dieser Reihe werden wir wählen, um dann in der Folge die Stellvertreter zu wählen und die Beisitzer. Ich gehe davon aus, damit seid ihr einverstanden, weil was in der Satzung steht, muss richtig sein. Wir sind ja schließlich der Satzlosgeber. Dann kämen wir demzufolge zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden und ich darf die Kandidaten bitten, auf die Bühne zu gehen. Gibt es noch weitere Kandidaten im Moment? Dann hätten wir drei. Mit eurem Einverständnis stellt ihr euch diesmal in der Reihenfolge vor, wie es auf der Wand steht. Das ist die alphabetische Reihenfolge der Vornamen, wie bei der Wahl zum ersten Vorsitzenden auch. Astrid, bitteschön. Hallo zusammen. Entschuldigung, bevor die Astrid anfängt, darf ich euch auch hier wieder um Ruhe bitten. Heute kandidiere ich für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbands Bayern. Das tue ich, weil ich die Chance habe, in einem fantastischen Team zu arbeiten und ich mit den Piraten für die Piraten Impulse geben und so die Partei nach vorne bringen möchte. Das ist bitter nötig, denn die Politik, die derzeit über unsere Köpfe hinweg gemacht wird, ist schier unerträglich. Der bayerische Innenminister, Verzeihung, Joachim Herrmann zum Beispiel forderte in seiner Pressemitteilung vom 25.08.2014 mehr Videoüberwachung im öffentlichen Nahverkehr in Erlangen, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Fürth. Dabei ist Fürth die sicherste Stadt Bayerns mit 5.458 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Übrigens sind die Körperverletzungen und Straftaten im öffentlichen Nahverkehr während des letzten Jahres zurückgegangen. Das führt Herr Herrmann in eben jener Pressemitteilung auf die hohe Präsenz von Polizei und Sicherheitsdiensten zurück. Mehr Videoüberwachung will er trotzdem. Wie die dann zu einem weiteren Rückgang der Straftaten führen soll, sagt er nicht. Wen will der Mann eigentlich auf den Arm nehmen, bitte? Wir wissen doch alle, was mehr Überwachung bringt. Viele unscharfe Bilder, Rückgang der Zivilcourage, weil es ja eine Kamera da, wird schon jemand kommen und helfen. Und reichlich Geld in die Kassen der Hersteller von Überwachungsgerätschaften. Wo wir gerade davon sprechen, sechs Wochen vor Bekanntgabe dieser Erkenntnisse des bayerischen Innenministers, wurde ein Preis verliehen. Der CNA Innovationspreis Intelligenz für Verkehr und Logistik. Der Herr Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Schierer hat den CNA-Sonderpreis 2014 für herausragende unternehmerische oder wissenschaftliche Leistungen doch in der Tat an ein Unternehmen verliehen, das auf Videoüberwachung spezialisiert ist und seinen Sitz in Regensburg hat. Es gibt merkwürdige Zufälle. Transparenz, Verhältnismäßigkeit der Mittel, Überprüfung dessen, was man unternimmt unter dem Aspekt der sozialen Verträglichkeit, das alles sucht man in der politischen Landschaft vergebens. Deswegen braucht es Piraten. Und zwar nicht als zerstrittenen Haufen. Wir können Leute nicht brauchen, die ihren eigenen Mangel an politischer Kompetenz durch öffentliche Diffamierung von Mitpiraten und Vorständen suchen. Wir brauchen Menschen, die unser gemeinsames Ziel mitverfolgen und unterstützen. Wir brauchen Piraten, die das Rückgrat haben, unsere Positionen zu vertreten und in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch wenn sie niemand hören will, ja gerade, weil sie niemand hören will. Dazu brauchen wir eine vernünftige Organisationsstruktur. Unsere Positionen müssen klar und deutlich formuliert werden. Es braucht viel redaktionelle Arbeit. Die Qualität der Anträge muss gesichert werden. Und letztlich müssen wir dahin kommen, dass wir für unsere Parteitage Antragsbücher zur Verfügung stellen, die eine Chance auf Abarbeitung haben. Wir brauchen, sobald Positionen beschlossen sind, Informationsmaterial, das wir verteilen können. Wir brauchen Werbemittel und wir brauchen Schulungen für diejenigen, die sich an den Infostand stellen und unsere Forderungen in die breite Masse tragen. Wir müssen überzeugen können. Jetzt haben wir ein paar Jahre Zeit, die Strukturen aufzubauen. Jeder von uns hat Zeit, sich Gedanken über seine persönlichen Begabungen zu machen und darüber, an welcher Stelle er sich einbringen möchte. Ja, wir sind eine Mitmachpartei, immer noch. Aber wir sollten aufhören, eine Machmalpartei zu sein. Leuten, die mitarbeiten wollen, sollten wir den Einstieg so leicht wie möglich machen. Wir sollten ihnen zeigen, was unsere Prioritäten sind und welches unsere Grundwerte. Machen wir uns nichts vor. Wir sind einfach zu wenige, um zu jedem politischen Thema fundiert Stellung nehmen zu können. In meinen Augen liegen unsere Prioritäten deshalb ganz klar auf Transparenz in der öffentlichen Verwaltung, Bürger- und Menschenrechten, Datenschutz- und Datensicherheit und Bildung. Hier wurden wir bereits als kompetente Ansprechpartner wahrgenommen. Das können wir uns wieder erarbeiten. Da muss die Reise hingehen. Zunächst. Ich freue mich natürlich, wenn es Menschen gibt, die auch andere Politikfelder beackern. Klar, wenn wir gute Positionen beispielsweise zur Rentenpolitik haben, dann sollten wir das nicht verschweigen. Aber der Präsentationsfokus sollte gerade im Moment unbedingt auf diesen vier Themengebieten liegen, weil wir da geballte Kompetenz vorzuweisen haben. Ich stehe heute hier, weil ich mit euch zusammen an der Struktur arbeiten möchte, die es uns ermöglicht, schnell und schlagkräftig kompetente Aussagen zu erarbeiten und diese in die breite Fläche dieses sehr großen Flächenlandes zu tragen. Ich möchte mit euch zusammen dafür sorgen, dass wir wieder wahrgenommen werden und zwar als Gesprächspartner, die wissen, wovon sie reden. Deswegen kandidiere ich heute, denn das ist es, was ich tun möchte, in enger Zusammenarbeit mit dem Team, das hier gewählt wird. Wenn ihr findet, dass ich dazu passe und Gutes für die Partei bewegen kann, freue ich mich, wenn ihr mich wählt. Vielen Dank. Wie lang? Okay. Ich will jetzt nicht wieder sieben, acht, neun Minuten reden. Ich habe vorhin schon erwähnt, ich will den Spirit, ich will den Geist von 2009, 2010 zurück. Ich will nicht in das Jahr 2009, 2010 thematisch zurück, ich will den Geist zurückhaben. Ich will, dass wir wieder Bock auf Politik haben. Ich will, dass wir uns wieder mit Politik beschäftigen und nicht mit internen Querelen, nicht mit irgendwelchen Machtspielchen, weil die interessieren niemanden. Deswegen will ich zusammen mit dem Vorstandsteam in diesen Vorstand kommen und für euch und zusammen mit euch Politik betreiben. Ich habe mir einen Schlusssatz, den konnte ich vorhin nicht mehr vorbringen, aufgeschrieben. Es gibt immer mehr oder einige, die fortwähren unser Totenglöckchen einleuten. Die Piraten sind tot, die Piraten sind nicht mehr existent. Aber gerade die Diskussion um TTIP, die Diskussion um die NSA-Snowden-Affäre und die Ausgestaltung einer modernen, sozialen und liberalen Gesellschaft mitten in der digitalen Revolution, in der wir uns befinden, zeigt, dass wir Piraten dringend gebraucht werden und nötig sind. Und lasst uns gemeinsam Politik in der Richtung betreiben. Dankeschön. Applaus Ja, hallo. Mein Name ist Klaus Horn und ich mache es klassisch, ich bin Pirat. Im Jahr 2009 habe ich die Piraten im Wahlkampf unterstützt, ohne Mitglied der Piratenpartei zu sein. Warum? Weil mir persönlich bürgerliche Freiheitsrechte wichtig sind. Ab 2010 habe ich mit diversen Aktionen die Demokratiebewegung im Arabischen Frühling unterstützt. Warum? Weil mir bürgerliche Freiheitsrechte wichtig sind. Im Jahr 2013 kandidiere ich für den Bayerischen Landtag auf der Liste Oberfranken. Warum? Weil mir bürgerliche Freiheitsrechte wichtig sind. Seit September 2013 bin ich Vorsitzender des Bezirksverbands Oberfranken. Warum? Weil mir bürgerliche Freiheitsrechte wichtig sind. Beraten. In den letzten Wochen stürzte die Partei in eine der schwersten Krisen, die wir hatten. Mit der Wahl des neuen Bufo hat sich ein Turnaround erreicht. Warum ist das passiert? Wir haben uns von dem ursprünglichen Ziel der Beratenbewegung entfernt, uns für bürgerliche Freiheitsrechte einzusetzen. Wir haben Ideologen in der Partei gehabt und haben die immer noch, die versuchen, uns einen Stempel aufzudrücken. Wir sind eine Generation von Menschen, die sich aber keinen Stempel mehr aufdrücken lassen will, von niemand. Wir müssen dafür sorgen, als Partei, dass überall da, wo sich ein autoritärer Staat in die Freiheit der Menschen einmischen will, da klare Grenzen zu ziehen. Wir sind die Partei oder müssen die Partei werden, die sich nicht für die Freiheit ihres Klientiels einsetzt, sondern die für die Freiheit aller Menschen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir sind momentan in einer Konsolidierungsphase. Ich sehe diese Konsolidierungsphase nicht abgeschlossen. Aber wir müssen jetzt, jetzt damit anfangen, uns Gedanken über den Neuaufbau der Partei zu machen. Wir brauchen ein neues Denken. Wir brauchen neue Möglichkeiten der Partizipation und wir brauchen auch neue Organisationsformen im Aufbau unserer Partei. Wir müssen diese Schwerfälligkeit, die wir geschaffen haben durch Komplexität, müssen wir überwinden. Wir müssen uns vereinfachen, verschlanken und wieder schlagkräftiger werden. Bayern ist ein Flächenstaat. Für den Neuaufbau dieser Partei werden wir engagierte Menschen brauchen, die frei agieren können. Was wir nicht aufbauen dürfen in dieser Partei, ist eine Zentralherrschaft. Wir dürfen aber auch nicht so anfällig werden, dass ein kompletter Vorstand mit einem internen Kackscheiß beschäftigt wird, sodass die politische Arbeit gelähmt wird. Wenn Leute ein Problem mit der Politik des Landesverbands haben, dann sollen diese politisch gelöst werden. Können diese Leute die Probleme nicht politisch lösen, dann können sie keine Politik. Den politischen Gegner immer in der eigenen Partei zu suchen, ist nicht ganz klug und führt letztendlich dazu, dass wir uns selbst schwächen und nach außen nicht mehr schlagkräftig sind. Das müssen wir in Zukunft massiv vermeiden. Um 2017 und 2018 wieder Gewalt gewinnen, müssen wir zu einer eigenständigen und vor allem selbstbewussten bayerischen Politik finden. Und dazu brauchen wir a. eine Wertedebatte. Piraten lieben die Freiheit. Und unser Freiheitsstreben soll die Zentrum jeglichen politischen Handelns sein. b. Konferenzen und politische Bildung. c. Wir müssen wieder Spaß in die Politik bringen. Wir müssen wieder anfangen, Menschen zu begeistern. Wir müssen diesen Spaß an der Politik wieder in die Gesellschaft tragen. Und d. Wir brauchen eine langfristige Strategie. Nicht eine Strategie von Woche zu Woche, sondern wir müssen langfristig auf 2017, 2018 hinplanen. Wir müssen Talente finden, wir müssen Talente ansprechen, Talente bei uns willkommen heißen. Und wir müssen auch schauen, dass wir Talenten auch hier in dieser Parteienforum bieten. So, meine Aufgabe als zweiter Vorsitzender sehe ich darin, die Niki nach innen, den Rücken frei zu halten und zusammen mit der politischen Geschäftsführung die internischen Prozesse anzustoßen, damit wir 2017, 2018 wieder Wahlen gewinnen. Das wird elementar. Wir müssen an einem Strang ziehen. Wir müssen versuchen, uns so weit zu konsolidieren, dass wir bis 2018 eine gemeinsame Zielerrichtung gefunden haben. Piraten, es braucht in Bayern eine Partei, die darauf aufpasst, dass die CSU mit ihrer Herrschaft und mit ihrem Filz nicht zu weit in die Angelegenheiten des Menschen eingreift. Und ich bin der Meinung, dass wir es sein können. Aber auch nur, wenn wir es schaffen, wieder in Fahrt zu kommen. Piraten, es gibt 2017, 2018, müssen wir Parlamente ändern. Und warum? Weil wir es können. Piraten, kämpft um eure Freiheit. Danke euch. Danke schön. Danke auch an die Kandidaten für das problemlose Handling der avisierten Redezeit. So, gibt es Fragen an die Kandidaten? Das ist der Fall. Spinni, bitte schön. Ich habe eine Frage eigentlich an Klaus und an Astrid. Aber jeweils eine andere. Ich fange mit Astrid an. Astrid, du hast sehr ausführlich und sehr leidenschaftlich dargestellt, wofür wir für Piraten stehen und wofür wir auch wieder stehen müssen. Das stimme ich dir auch so ziemlich in allen Punkten zu. Was mir jetzt noch ein bisschen gefehlt hat, ist, welche Ideen du hast, wie du das konkret, die Piratenpartei Bayern, dazu bringen willst oder welche Anstöße du geben könntest, wie dort wieder mehr politische Arbeit passiert. Also David hatte ja tatsächlich in seiner allerersten Rede was dazu gesagt. Du hast es ein bisschen ausgelassen. Könntest du dazu noch was ausgeben? Natürlich. Okay, zunächst mal möchte ich eigentlich viel mehr wieder ins Mumble verlagern, was momentan auf persönlicher Ebene stattfindet. Ganz einfach, um tatsächlich Teilhabe zu ermöglichen. Mumble ist jetzt nicht so toll wie ein persönliches Treffen, aber es können eben doch wesentlich mehr Leute teilhaben. Ich fand den Plan von Walli mit den Fachgruppen sehr, sehr charmant und das würde ich auch sehr gerne weiterverfolgen und dafür sorgen, dass zumindest so für die wichtigsten Themen, Fachgruppen da sind, mit denen man dann tatsächlich diskutieren kann, wie sinnvoll ist mein Antrag, muss daran noch was gemacht werden. Also das hätte ich sehr gerne. Ich möchte gerne ein übersichtliches Wiki. Ja, ich weiß, das ist... Leute, lasst mich träumen, bitte. Also ich glaube, somit eine der ersten Taten wäre es tatsächlich, Minimum drei Wiki-Gärtner zu suchen, die eventuell auch dafür sorgen, dass Information über unsere Arbeit, die am Laufen ist, zugänglich wird. Das ist das mit den Leuten, die vielleicht mitarbeiten möchten und nicht wissen, wie, dass die sich da auch informieren können. Wenn das nicht klappt, dann muss da ein anderer Weg gefunden werden. Und ich denke, das ist schon mal ein ganzer Batzen Arbeit, der mich ein Jahr beschäftigen würde. Also ich bin da jetzt nicht so verträumt, dass ich mir noch mehr vornehmen würde. Wenn mehr geht, klar. Danke. Frage an Klaus. Klaus, du hast gesagt, du möchtest eine Wertedebatte? Ja. Das bedeutet ja eigentlich auch, sie wird nicht ergebnisoffen sein, klar, weil es gibt Grundwerte und es gibt auch eine Ideologie in der Partei, auch wenn das die Leute nicht gern hören wollen. Du hast aber leider auch gesagt, es gibt Ideologen in der Partei, die der Partei einen Stempel aufdrücken würden wollen. Und die müssten wir irgendwie loswerden. Nee, das habe ich nicht gesagt. Naja, es kam ein bisschen so raus. Ich vermute mal, du meinst eine bestimmte Klientel. Mir rollst du da mal ein bisschen die Fußnägel auf, weil tatsächlich hast du auch vollkommen recht, es gab eine Konsolierungsphase, aber die ist eben auch noch ein bisschen offen. Es hat ja nicht eine Seite recht. Und wie willst du, ich weiß, wie du politisch stehst, du weißt, wie ich stehe. Wie willst du, als Stellvertreter vorsetzen, hast du jedenfalls ein bisschen breiteren Aufgabenbereich. Wie willst du sicherstellen, dass du eben nicht auch so rüberkommst, du sagst hier, ja, das ist sozusagen richtig und das ist nicht so gut, geht mal lieber. Also da habe ich manchmal ein bisschen Sorgen bei dir. Das ist nicht, weil du irgendwie blöd bist, aber ich kenne auch deinen Diskussionsstil. Ja, Spinni, ich antworte dir mal ganz kurz. Wir haben ja, oder ich habe ja dieses Frankenplenum wieder ins Leben gerufen. Wir hatten da durchaus auch Leute eingeladen aus einem anderen politischen Lager, ich denke an den Martin Hase. Und das heißt nicht, dass wenn ich von der politischen Richtung überzeugt bin, in der Amtsausübung bestript bin, in meine politische Richtung durchzusetzen. Was wir aber fördern müssen innerhalb der Partei und das müssen wir wirklich fördern, ist der Diskurs. Und den müssen wir voranbringen. Klaus, soweit ich verstanden habe, bist du noch Oberfranke. Ja. Was passiert mit deinem Amt? Ja, wir haben demnächst eine Bezirkspartei im November und falls ich gewählt werde, werde ich nicht mehr für das Amt kandidieren. Bis November würde ich aber mein Amt gerne weiterführen. Klaus Astrid, welche anderen Ämter könntet ihr euch noch vorstellen, im Landesvorstand zu übernehmen? Ich kandidiere für den stellvertretenden Vorsitz, weil ich eine Agenda habe dafür, die ich vorhin gesagt habe. Ich werde für kein weiteres Amt kandidieren. Danke. Okay. Das, was ich gerne machen möchte und was ich vorhabe, könnte ich beispielsweise auch tun, wenn ich stellvertretender politischer Geschäftsführer wäre. Von daher könnte ich mir vorstellen, für das auch zu kandidieren. Gut, ich fange mal mit zwei Fragen an. Roundhouse-Frage. Erstens, wenn ich euch jetzt frage, ob ihr teamfähig seid, dann sagt ihr ja. Das ist langweilig. Ich möchte wissen, warum. Zweitens, wie viele Stunden oder wie viel Arbeit ihr aktuell für die Partei so in der Woche und wie viel Gedenk der im Laufe zu tun? So, jetzt fehlt mir der erste Teil der Frage. Ich fange, ach Gott, ja, Ämter, ne? Nee, Quatsch, Zeit, Zeit war es. Wie viel Zeit habe ich? In etwa zehn Stunden pro Woche. Das ist eine vorsichtige Schätzung. Ich gehe davon aus, dass es mal deutlich mehr sein wird und mal dann vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber so roundabout zehn Stunden pro Woche. War das jetzt die erste Frage, das nach den, nach den, ach, teamfähig. Warum bin ich teamfähig? Ich bin teamfähig, weil ich zuhören kann. Durchaus. Ich bin teamfähig, weil ich mich auch auf die Meinungen von anderen Leuten einlassen kann. wenn ich die auch nicht unbedingt immer teile. Und weil ich auch mal meine eigene Meinung hinter die des Teams zurückstecken kann. Zeit, so zwei bis drei Stunden pro Tag. Teamfähig, warum? Also ich bilde mir ein, ich kann Kompromisse schließen. Ich bin durchaus kompromissfähig. Und ich bilde mir auch ein, dass ich in einem Vorstand meine Vorstandskollegen unterstütze. Das habe ich als Vorsitzender in Oberfranken gemacht. Und das werde ich auch weiter tun. Und ich halte es für wichtig, dass ein Vorstand an einen Strang zieht, wenn die Debatte geendet hat. Und dementsprechend muss man kompromissbereit sein. Und ich kann kommunizieren. Kommunikation ist in einem Vorstand, was elementar wichtig ist. Oder in einem Team. Die beliebte Frage nach der Teamfähigkeit. Ich denke, die können immer besten andere beurteilen. Ihr dürft gerne das Presse-Team zum Beispiel fragen, wie sehr ich teamfähig bin oder nicht bin. Warum bin ich teamfähig? Ich will erst mal, dass der Job, den ich tue, erst mal getan wird. Und da ist mir eigentlich erst mal egal, mit wem ich da zusammenarbeiten muss. Wir haben Dinge zu erledigen. Und deswegen funktionieren dann auch Teams, wenn Leute erst mal die Dinge umsetzen, für die sie gewählt worden sind oder welche Aufgaben, die sie haben. Zurzeit, ich bin jetzt, glaube ich, für die Piraten mal wieder jeden Tag tätig. Sei es mal eine Stunde, sei es mal zwei oder drei Jahre länger. Das wird sicherlich als stellvertretender Vorsitzender nicht weniger werden. Ich werde mir aber, und das hat mir die Erfahrung der drei Jahre Vorstandsarbeit im Bezirk gezeigt, auch Freiräume schaffen für meine Familie. Weil, wenn man nicht abschalten kann, kann man auch irgendwann mal nicht mehr den Blick nach oben nehmen. Und das ist, denke ich, dringend nötig für Vorstände. Danke. Keine Frage an alle. Was fällt euch so zum Thema Basisentscheid ein? Und seid ihr dafür, dass dieser auch in Bayern eingeführt wird? Zum Thema Basisentscheid fällt mir zunächst mal ein, dass es eine recht schwere Geburt war. Dass ich ihn wirklich gerne haben möchte, dass ich ihn auch gerne so haben möchte, dass wir das online nutzen können. Und ja, möchte ich auch in Bayern haben. Ich habe Neumarkt für den Basisentscheid gestimmt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in Bayern diesen Basisentscheid verabschieden. Wir müssen diese Möglichkeiten der elektronischen Partizipation ausprobieren. Und die andere Frage war, Adrenalin, schlägst du? Ach, was mir dazu einfällt. Ja, schwere Geburt, ja. Teilweise auch Verhinderung. Und es hat in Neumarkt einen klaren Parteitagsbeschluss gegeben. Deshalb soll der eigentlich schon längst da sein. Ist er aber nicht. Und wie schon gesagt, ich wäre sehr dafür, dass wir den in Bayern einführen. Danke. Ich habe mich mit anderen länger vor dem Parteitag darüber unterhalten, wie wir den BO im Land einführen können. Ein ganz kleines bisschen Arbeit in dem Satzungsänderungsantrag von Tobias Stenzel zum BO ist von mir. Insofern, ich mag den BO gerne im Land ausprobieren. Der BO ist mal ein Ansatz der innerparteilichen Partizipation Stand in dem Teil, der weggefallen ist. Wir haben, ich meine, ich mag Parteitage. Parteitage sind ein Social Event. Man kann sich wunderbar unterhalten, aber Parteitage sind auch in einer parteilichen Demokratie. Nur, nicht jeder kann an einem Parteitag teilnehmen, sei es aus Krankheit, sei es aus Zeitmangel oder finanziellen, fehlenden finanziellen Mitteln. Und wir sollten, denke ich, diesen Mitgliedern die Möglichkeit geben, an der innerparteilichen Demokratie teilnehmen zu können. Und deswegen bitte ich euch auch später, unbedingt für den BO-Antrag zu stimmen. Danke. Okay, ich habe zwei Fragen. Astrid, du bezeichnest dich selbst als Kermi. Das sind deine eigenen Worte auf deinem eigenen Blog. Heißt das, wir sollen uns mit bestimmten Themen weniger beschäftigen oder gar nicht mehr beschäftigen oder sie weniger in den Vordergrund stellen? Und wenn ja, welche Themen sind das? Soll ich schon? Oder ich stelle noch die Frage an David und dann beantwortet ihr die nacheinander. David, welche Ideen hast du, um neue aktive Mitglieder zu gewinnen und die Piratenpartei für neue Mitglieder aktiver zu machen? Also ich sehe das im Moment ein bisschen das als unsere Hauptaufgabe, jetzt wo erstmal länger keine Wahl ansteht. Okay. Okay. Ich habe es ja vorhin in der Rede schon gesagt, der Fokus, der Präsentationsfokus sollte momentan tatsächlich auf diesen Feldern liegen, meiner Ansicht nach, weil wir auch uns nicht alle aufarbeiten sollten. Wir machen das hier ja alle in unserer Freizeit und einen richtigen Kompetenzballen sollten wir haben. Und das ist das, was ich mir vorstelle, weil wir da eben es wahrscheinlich leichter haben werden. Das heißt nicht, dass ich der Ansicht bin, dass man an nichts anderem mehr arbeiten darf. Und das heißt auch nicht, dass ich der Ansicht wäre, dass Arbeitsergebnisse, die gut sind, nicht präsentiert werden sollten. Ich meine, ich habe auch schon am Infostand gestanden und habe jetzt Informationsmaterial beispielsweise zum Hanftag verteilt, der damit jetzt ja nun nichts zu tun hat, was ich vorhin genannt hatte. Ich habe Informationsmaterial zur Rentenpolitik verteilt und ich informiere selbstverständlich auch darüber. Das ist ganz klar, das haben wir ja. Es ist ja auch Programm, das wir da haben. Nur als Fokus, das, was wir tatsächlich jetzt von uns aus in die Öffentlichkeit tragen, finde ich, sollte unsere Priorität da liegen, wo wir tatsächlich es leicht haben, uns auch wieder die Kompetenz zu erarbeiten und es dann ausbauen. Ja, Frage Beantwortung, wie bekommen wir neue Mitglieder? Da stelle ich mir die Frage, warum treten Menschen in eine Partei ein? Menschen treten dann in eine Partei ein, wenn diese Partei ihre Positionen vertritt, wenn sie Positionen, wenn sie tatsächlich Meinung zur Politik hat. Deswegen möchte ich auch, dass wir wieder Bock auf Politik haben, dass wir politische Felder besetzen, dass wir politische Forderungen formulieren und dass wir diese auch zusammen mit Gruppen außerhalb der Partei debattieren und diskutieren und damit wieder interessant werden für neue Mitglieder beziehungsweise vielleicht auch für Mitglieder, die uns in letzter Zeit den Rücken gekehrt haben. Danke. Gut, mal wieder zwei Fragen an alle. Erstens, die zwei wichtigen persönlichen, nicht unbedingt die erste Bewerbungsrede, Themenschwerpunkte. Was liegt euch persönlich politisch am meisten am Herzen? Und zweitens, ihr bewerbt euch um den Posten des Stellvertreters. Dazu müsst ihr unsere geschätzte Niki eventuell auch mal vertreten, auch bei offiziellen Anlässen, in voller Kampfmontur. Habt ihr damit ein Problem? Okay, es war in der Bewerbungsrede, es ist die Bildung und die Bildung und die Bildung und die Bildung, deswegen bin ich eigentlich eingetreten. Nein, ich hätte kein Problem Niki zu vertreten, ich fände es nur immer bedauerlich, wenn ich es muss, weil dann ist sie nämlich unpässlich und ich möchte nicht, dass sie unpässlich ist, aber ich würde sie jederzeit vertreten, wenn das notwendig wird. Ja, zwei Sachen wolltest du wissen, oder? Das erste ist natürlich Bürgerrechte, wenn es um freiheitliche Bürgerrechte geht, das ist mein Thema und das zweite, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir wirtschaftspolitische Kompetenz entwickeln. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dafür arbeiten und mit der Vertretung hätte ich, glaube ich, kein Problem. Danke. Kann ich Niki vertreten? Sie ist nicht, man kann sie nicht ersetzen, vielleicht vertreten. Wenn ihr möchtet, aber könnt ihr gemeinsam mit mir meine Krawatten aussuchen, das wäre also nicht das Problem. Ich habe genügend. Sie sind voller Kampfmontur, also da gehört leider eine Krawatte manchmal dazu. Nee, Fliege ist das. Nicht meins Teil. Okay. Politische Themenfelder sind bei mir Netzpolitik und die Ausgestaltung der zukünftigen Netzpolitik. Wie bewegen wir uns in den nächsten Jahren im Internet? Wie wachsen Datenschutz, wie wachsen Bürgerrechte übers Internet auch wieder zurück ins reale Leben? Ja, und das war dann auch schon der zweite Punkt, die Bürgerrechte, wie wir es wieder sexy machen, dass die Leute Datenschutz und Bürgerrechte für interessant finden und nicht als Gutes man jederzeit kostenlos an irgendwelche Unternehmen verschenken kann oder sich noch schlimmstenfalls vom Staat nehmen lassen kann. Danke. Ich hätte gerne eine Zahl als Antwort. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist euer Widerstand als Mitglied des Vorstands der nächsten Auflösung eines Bezirksverbandes zuzustimmen? Wobei 10 der totale Widerstand ist und 0 ist Zustimmung. raus jetzt. Ich will euch nämlich an den Zahlen im Fall der Fälle festmachen. Nageln. Der Widerstand für die Auflösung von dem Bezirksverband ist bei mir 10. Danke. Diese Frage beantworte ich nicht, weil sie für situationsabhängig entschieden werden muss und der Widerstand je nach Fall entschieden werden muss. Dann gehe ich von 0 aus. Also die Antwort war nicht 0, sondern situationsabhängig und im Prinzip würde ich das gleiche sagen. Allerdings, wenn du eine Zahl haben willst, bei einer 8, aus dem einfachen Grund die Auflösung einer Gliederung ist so ein sehr hohes oder scharfe Schwert. Deswegen, das wird nur dann angewandt, wenn es tatsächlich keine andere Möglichkeit bleibt. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Bitteschön. Hi. Meine Frage wäre, ihr müsst ja als zweite Vorsitzende nach innen wirken. Ich bin jetzt einer aus der unteren Gliederung. Hättet ihr Zeit, immer montags so zwischen 19 und 20 Uhr kurz mit mir zu telefonieren? Das kommt ein bisschen drauf an. Ich arbeite im Schichtdienst. Es kann ja durchaus passieren, dass ich montags um diese Uhrzeit am Arbeiten bin. Aber glaub es mir, wenn es notwendig ist und du jemanden brauchst, mit dem du reden kannst und du meinst, das bin ich, dann bin ich für dich da. Nein. Ich drehe es um. Ich will mit dir telefonieren die ganze Zeit, weil ich will, dass wir zusammen Politik machen. Du wirst dir noch wünschen, dass ich dich nicht anrufe. Danke. Ja, Peter, wir telefonieren schon jeden Montag zwischen 9 und 10. Nein, das war keine Subjektivfrage. aber sonst du hast mich noch nie angerufen, Mann. Gut. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidatin? Schön. Bevor ich aufgrund des zutreffenden Hinweises des Wahlleiters die Kandidatenliste nicht schließe. Danke dafür übrigens. Nochmal die Frage, gibt es denn weitere Kandidaten für den zweiten Vorsitzenden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Bevor ich jetzt an den Wahlleiter übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei Kandidaten und vor allem der Versammlung bedanken. Keine Versammlung ist besser, die durch die Art und Weise, wie gefragt und wie diskutiert wird, den Versammlungsleiter praktisch überflüssig macht. Dankeschön. Applaus einfach raus und füllt auf einem anderen Untergrund aus oder ihr habt irgendwie einen Quittungsblock dabei, den ihr darunter legen könnt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall achtet bitte selbstständig darauf, dass sich eure Stimmzettel nicht durchdrücken. Wir haben damit jetzt den Wahlgang Nummer 4, Stimmzettel Nummer 4. Der hat diese schöne gelbe Farbe. Wir verwenden dasselbe Verfahren wie gerade eben bei der Wahl des Vorsitzenden und nochmal auch, dass keine Unstimmigkeiten auftreten, weil es gerade hieß, können wir nicht lieber Approval wählen. Wahl durch Zustimmung ist Approval, das ist das Gleiche. Gut, ansonsten bitte ich jetzt die Wahlhelfer wieder sich eine Urne zu schnappen. Ich bin gebeten worden, eine Urne soll bitte ganz nach hinten gleich, wenn vielleicht gleich eine Wahlhelfergruppe ganz nach hinten geht. Ansonsten verteilt euch bitte im Raum. Stimmzettel Nummer 3, der Grüne ist weg, der fliegt. Stimmzettel Nummer 4, der gelbe Zettel, den benutzen wir. Wer einen anderen Zettel außer den gelben Stimmzettel Nummer 4 einwirft, das ist eine ungültige Stimme. Und noch ein weiterer Hinweis, den ich vorhin vergessen habe. Bitte, nochmal, wenn ihr eure Stimme ungültig machen wollt, füllt das Kästchen komplett aus. Aber schreit bitte nicht dazu, dieses Kästchen ist jetzt übrigens ungültig, denn das ist dann eine ungültige Stimme, weil das eine Hinzufügung ist. Keine Hinzufügungen, nur Kreuze und ausgefüllte Kästchen werden gezählt, alles andere fliegt. So, liebe Wahlhelfer, bitte zeigt die leeren Urnen. Präsentiert die leeren Urnen. 1, 2, 3, 4, da sind die Urnen. Lieber Wahlhelfer, bitte verschließt jetzt die Urnen. Und wenn die Urnen verschlossen sind, dann beginnt der Fallgang Nummer 4 jetzt. dann beginnt der Vielen Dank. Vielen Dank. So, bitte alle noch mal, bitte die Wahlhunde noch mal ausleeren. Die Wahlhelfer haben vertreten. So, kurze Durchsage noch mal, die Wahlhelfer, weil wir haben das wohl, habe ich wohl vorhin leider ein bisschen schlecht gebrieft. Genau, also, lieber Wahlhelfer, bitte noch mal. Also, die Stimmzettelnummer und die Wahlgangnummer auf der Rückseite sind identisch. Ihr kreuzt also bitte jetzt die 5 ab, nicht die 3 und nicht die 4. Okay? Also, Wahlgang Nummer 4 verschwindet. Liebe Orga, Toralf, kannst du bitte die 5 hier noch mal machen? So, bitte, liebe Wahlhelfer, lehrt alle Urnen, entsorgt den Stimmzettel Nummer 4, da ist nichts mehr. So, also, wir machen das noch mal auf Anfang. Wir wählen jetzt also mit dem Stimmzettel Nummer 5, der hat diese schöne Eierschale, Eierschalfarbe. Lachs, Entschuldigung, Lachsfarben. So, genau, Wahlhelfer, ihr wisst Bescheid, also, ab jetzt bitte den Wahlgang Nummer 5 abkreuzen. Stimmzettel Nummer 5 entspricht Wahlgang Nummer 5, ja? Also, bitte präsentiert noch einmal die leeren Urnen. Die Urnen sind präsentiert, bitte verschließt jetzt die Urnen. Damit ist der Wahlgang Nummer 5 jetzt eröffnet. Ja, mindestens, mindestens. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die höre ich bis hier. So, Dankeschön. Dann fangen wir mal an mit der Vorstellung der Schatzmeisterkandidaten. Bitteschön. Jo, dann stelle ich mich mal vor. Geldberat, Name und Programm. Sollen wir gleich zu den Fragen übergehen, nach der Vorstellung des anderen Kandidaten, oder wollt ihr mehr hören? Okay. Fertig? Ich habe das schnell gemacht, jetzt sind Sie nicht vorbereitet. Bist fertig? Achso, ja, okay. Ja, dem schließe ich mich an. Dann die Fragerunde. Achso, ja, ich bin der Ahoy. Gut. Damit haben wir schnell die Vorstellung der Kandidaten hinter uns gebracht. Gibt es Fragen an die Kandidaten? Das ist der Fall. Such dir eins aus. Ja, Roland, eine Frage an dich. Es ging so ein bisschen schon mal durch Mailinglisten und sowas, dass da in dem Ex-Kreisverband, wo du warst, zwei Barabhebungen, größere waren, wo ungeklärt ist, wo das Geld geblieben ist. Kannst du darüber was sagen? Es ging da wohl um insgesamt, weiß nicht, waren es 420, 820 Euro oder sowas? Ja, das ist ganz einfach, das war im Wahlkampf. Wir haben davon Kabelbinder angeschafft, Leim und alles Mögliche. Da gibt es auch die Beschlüsse, der Bezirksverband hat das selber auch mitbekommen. Und ich habe es auch dem Landesschatzmeister ausführlich mitgeteilt. Kein Problem. Roland, eine Frage an dich. Was möchtest du anders machen, als es bisher gemacht wird? So ziemlich alles. Ein bisschen genauer, wenn es geht. Also als allererstes Mal würde ich einen Haushaltsplan aufstellen. Dann die Frage an Klaus. Was ist deine Meinung dazu, wo du vorher gerade den Kopf geschüttelt hast zum Thema, da ist alles klar? Also an mich sind keine Informationen herangetragen worden, keine brauchbaren Informationen, was mit diesem Geld geschehen ist. Ich habe eine handgeschriebene Liste mal bekommen vom ehemaligen Vorsitzenden des KV Landshut, auf langes Drängen und Bitten hin, was mit diesem Geld geschehen ist. Das sind aber keine brauchbaren Nachweise, die man in eine Buchhaltung legen könnte. De facto stellt es sich für mich so dar, ich habe die Kontoauszüge von der Bank, vom KV Landshut, vom ehemaligen KV Landshut. Ich sehe darin, dass 840 Euro abgehoben worden sind vor etwa einem Jahr und es gibt keinen brauchbaren Nachweis über die Verwendung dieses Geldes. Ich habe mir von einem Juristen sagen lassen, damit ist der Straftatbestand der Unterschlagung bereits erfüllt. Dann frage ich mich, warum du die Anzeige nicht stellst. Entschuldige bitte, wir haben gerade eine Kandidatenbefragung und jeder Kandidat antwortet auf Fragen. Ich habe vorhin auch schon die Frage etwas eingebremst. Andreas, bitteschön. In der Antwort vom Ahoi ist vorhin durchgekommen, dass es keinen, wie hast du es genannt, Finanz-Irgendwas-Plan geben würde. Wie kommst du zu der Auffassung? Und dann die Frage an Klaus, ist das wahr und wann wird sowas mal geben? Das Ding heißt Haushaltsplan. Das ist eine der zwei Hauptpflichten eines Schatzmeisters, eben zum Jahresende hin den Haushaltsplan für das neue Jahr zu erstellen und den Rechenschaftsbericht zu machen. Ja, Andi, du warst vorhin nicht da, als die Frage auch schon gestellt wurde und ich zu dem Thema auch schon etwas gesagt hatte. Es ist korrekt, dass jetzt im vergangenen Jahr so ein Haushaltsplan nicht erstellt war, weil die Grundlage erstmal geschaffen werden musste dafür. Wir mussten erstmal die alten Daten aufbereiten, um zu wissen, wo stehen wir eigentlich, bevor wir planen können. Ein Haushaltsplan soll eine Planung für die Zukunft sein. Jetzt war es aber tatsächlich im Landesverband im letzten Jahr so, dass wir genügend Geld hatten, sodass wir durchaus einen Überblick hatten, was wir uns leisten dürfen, ohne uns zu verausgaben. Und ich habe ja auch inzwischen diese Statusseite für den Landesverband angefertigt, so wie ich es damals in Oberbayern schon gemacht hatte, wo man regelmäßig mitverfolgen kann, wo wir finanziell stehen. Das ist einem Haushaltsplan zumindest nicht ganz unähnlich und erfüllt im Augenblick dieselbe Funktion, dass wir davor bewahrt werden, zu viel Geld auszugeben. Und ich hatte vorhin auch schon gesagt, es ist richtig, dieser Wirtschaftsplan oder Haushaltsplan muss auch fürs kommende Jahr erstellt werden und das habe ich auch vor. Das werde ich auch anleiern und wir haben ja jetzt Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dass der Schatzmeister eine Unterstützung bekommt durch den Kommissar und den Schatzmeister. Damit wird das auch leichter möglich werden. Es war schlicht und ergreifend auch zu viel Arbeit im vergangenen Jahr. Frage an Roland, unter welchem Namen postest du auf der bayerischen Mailing-Liste? Ahoi. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidatin? Moment, das muss ich korrigieren. Ich poste nicht mehr seit einiger Zeit. Entschuldige. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidatin? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich jetzt nochmal, gibt es noch weitere Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters? Gut, das ist nicht der Fall. Nachdem wir die Auszählung für die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden noch nicht abgeschlossen haben, würde ich jetzt die Versammlung für fünf Minuten unterbrechen. Dann kann jeder mal rauchen, kann jeder auch schön reden und dann machen wir effizient weiter. Dankeschön. 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 Vielen Dank. 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 Wir tragen es nur gerade ein, dann wird es verkündet und dann machen wir weiter mit der Wahl zum Schatzmeister. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es hat gegeben 127 Stimmen. Und ich bedanke mich, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Es gab nur eine einzige, es gab nur eine einzige ungültige Stimme. Vielen Dank. Ich müsste den Landespartner, ich müsste den Landespartner, ich müsste den Landesparteitag noch bitten, mir die Ämterkumulation mit dem Vorsitzenden KV Erlangen und diesem Amt zu erlauben. Das tut mir leid, das tut mir leid. und dann, wenn nein, wenn nein, wenn, wenn Sie dauerst. Wir hatten ja bereits die Vorstellungen und die Befragung hinter uns gebracht. Dann kann ich jetzt schon gleich wieder zur Schließung der Kandidatenliste an den Wahlleiter übergeben. Es geht genauso weiter wie vorher. Wir haben jetzt den Stimmzettel Nummer 6. Das ist dieser, ich nenne ihn mal leicht lilafarbene Stimmzettel. Und bitte dieselbe Ermahnung, bitte diesen Stimmzettel, weil der drückt sich mit Sicherheit durch, bitte vor dem Ausfüllen abtrennen, bevor ihr euer Kreuz macht. Und auch an die Wahlhelfer, das ist zum Abkreuzen jetzt der Stimmzettel Nummer 6. Und ich erkläre die Wahl hiermit für eröffnet. Entschuldigung, stopp, alles zurück, die Wahlurne noch einmal herzeigen, öffnen. Sorry, Wahlhelfer her, Wahlurne. Ja, ich bin zu schnell. Sorry. Also ich sehe schon mal zwei offene, drei offene Urnen. Und gleich die vierte offene Urne. Liebe Wahlhelfer, bitte die Urnen verschließen. Sind die Urnen verschlossen? Ja. Also, ich erkläre die Wahl hiermit für eröffnet. Wer schon fertig gewählt hat, kann vielleicht mal kurz zu den Rauchern rausgehen und denen Bescheid sagen, dass da auch jeder seine Stimme abgeben kann. Ja, danke. Danke. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Und... Vielen Dank. Ja, es ist bei mir. ... Ja, kann ich. Vernetzung mit dem Bund, also ich habe schon mehrmals beim Bundesparteitag an Akkreditierungen teilgenommen. Ich gehe schon zwei, dreimal zu den Verwaltungstreffen vom Bund. Also ich denke, ich kenne dort genug Leute, um irgendwelche Dinge zu klären. Ich war auf 2 Marina Kassel, habe am Bundesparteitagen auch schon akkreditiert, beziehungsweise auch so als in der Wahlleitung mitgeholfen und würde jetzt mal schätzen, dass ich auch gut vernetzt bin, was den Bund angeht. Also, keiner mehr Fragen dazu? Da kommt auch schon die Wahlleitung, die hat bestimmt was zu sagen. Vielen Dank. 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 Wir haben ein Ergebnis. Ich habe nicht gedacht, dass ihr euch noch steigern könnt, aber ihr habt es wirklich geschafft. Wir haben keine einzige ungültige Stimme diesmal dabei. Wir haben 111 abgegebene Stimmzettel, die also alle gültig waren. Es sind vielen auf Kandidat Nummer 1 99 Stimmen und auf Kandidat Nummer 2 11 Stimmen. Lieber Klaus, nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das stimmt. Das stimmt schon. Kandidat Nummer 1. Ja. Könnt ihr bitte mal die Kandidaten auf den Beamer legen? So, ihr habt jetzt die Kandidaten auf den Beamer. Kandidat 1. Natalie. Kandidat 2, liebe Wahlhelfer, an die Urnen. Ein bisschen mehr Ruhe und Konzentration, das wäre super. Ich weiß, es ist total heiß hier und wir sind auch schon lange hier zusammen. Aber wir verstehen hier vorne praktisch kein Wort mehr im Moment. Und selbst während ich euch zur Ruhe auffordere, schafft ihr das nicht. Dankeschön. Nochmal zur Erinnerung, die Kandidaten haben sich in einer anderen Reihenfolge vorgestellt. Nicht, dass ihr jetzt... Ja, bitte Kandidaten, kommt ihr bitte nochmal kurz nach vorne, damit die Versammlung nochmal weiß, wen sie wählen soll. Wo sind die Kandidaten? Wir sind auf dem Weg. Also zur Erinnerung, Nummer 1, Benni, Nummer 2, Thomas. So, Wahlhelfer, habt ihr eure Urnen? Ja, bitte die leeren Urnen nochmal vorzeigen, bitte. Auch die Urne hier von mir aus gesehen ganz rechts. Wunderbar, bitte die Urnen verschließen. Okay, hiermit eröffne ich den Wahlgang Nummer 7. Vielen Dank. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Vielen Dank. 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 Tu es auch. So, auf der parlamentarischen Linken sind freie Urnen. Hinten ist frei. Wie sieht es bei euch vorne rechts aus? Okay. Okay. Ich sehe keine Wahlhandlungen mehr. Ja, gleiches Spiel. Der Wahlgang in 3, 2, 1, der Wahlgang ist geschlossen. So, damit wir mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, weil das funktioniert hier sehr gut. Und vergeben wir jetzt mal ein Redeslot. Wir haben im Moment haben, wir haben im Moment haben, wir haben im Moment ein Volksbegehren. Und das haben wir, das ist ja auch. Und da ist das, wenn wir jetzt hier in diesem Volksbegehren, wir sind da in diesem Volksbegehren zusammen mit der FDP. Ja, ich weiß, böses Wort, aber wenn man Ziele erreichen möchte und es nicht alleine schaffen kann, sollte man sich Verbündete suchen. Unter anderem sind noch drin der Mieterbund, ein paar Juristenvereinigungen und jetzt geht es darum, wir müssen, das hat im März diesen Jahres angefangen, wir haben zwei Jahre Zeit, wir müssen 25.000 Unterschriften sammeln, 3.000 haben wir bisher. So, vorne an der Akkreditierung steht ein Karton, da gibt es diese Flyer, von diesen Flyern gibt es noch einen zweiten Karton, wenn der nicht hier ist, ist er in der LGS in München. Das heißt, die Leute, die diese Flyer haben möchten, wir werden auch noch Plakate drucken lassen, sollen sich bitte an den Landesvorstand wenden, dann sorgen wir dafür, dass euch das Zeug zukommt. Ich werde jetzt nicht in der nächsten Zeit, aber doch bis Ende des Jahres auf den einen oder anderen Stammtisch fahren und dort ein paar Sachen erzählen, die nämlich wichtig sind, wenn man diese Unterschriften sammeln möchte. Da gibt es ein paar Formalia zu beachten und wir wollen bis dahin auch noch Battle Cards bereitstellen, damit ihr an den Infoständen nicht völlig blank seid, weil dieses Thema ist doch recht kompliziert. Das Gute, wenn man die Leute mal überzeugt hat, unterschreiben sie meistens relativ schnell, weil das ein Thema ist, was nicht so direkt mit den Piraten assoziiert wird, auch wenn es halt mit bürgerlichen Freiheiten was zu tun hat, weil wir natürlich möchten, dass die Gerichte unabhängig sind. Genau. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch unheimlich viel Zeit. Ich würde euch alle bitten, dass, wenn ihr euch irgendwie aufraffen könnt, diese Unterschriften zu sammeln, dass ihr das tut. Es ist wichtig, jetzt mal so ein praktischer Hinweis, dass wirklich beide Seiten von diesem Unterschriftenzettel ausgedruckt werden. Und es ist auch wichtig, dass pro Zettel immer nur Stimmen aus einer Gemeinde gesammelt werden, weil alles, was aus einer anderen Gemeinde ist, ist ungültig. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie Langeweile habt, könnt ihr euch auch mal ein bisschen in die Fußgängerzone stellen mit einem kleinen Infostand und mal Stimmen sammeln. Die sammeln wir zentral in der LGS. Ihr könnt sie aber auch direkt an die FDP schicken, weil die die zentrale Verarbeitung macht. So, wenn ihr Fragen habt, stehe ich zur Verfügung. Also, es wird niemand kommen. Ja. Ihr habt die Dame gehört. Ihr dürft ihr Fragen stellen. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr die Möglichkeit habt, ihr noch Fragen zu stellen. Aber wenn dann keine Fragen sind, kann man nichts machen. Dann bedanken wir uns dafür. Viel Spaß beim Sammeln. Dankeschön. Dann würden wir jetzt dazu kommen, dass sich die Polgev, also die politischen Geschäftsführer, schon vorstellen dürften. Wer möchte denn zum politischen Geschäftsführer kandidieren? Die dürften sich nach vorne zur Bühne begeben, sich da schon mal hinstellen, damit wir uns einen kleinen Überblick verschaffen. Und dann werden wir da gleich mit der Vorstellung loslegen. Gibt es noch weitere Kandidaten? Da ist ein Finger hochgegangen, aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeuten soll. Kein weiterer Kandidat? Also zumindest von dir aus. Okay. Alles klar, das habe ich verstanden. Ja, ich habe jetzt dreimal gefragt. Die Leute wissen ja auch, dass sie zur Wahl kommen müssen. Du darfst dich vorstellen. Auf geht's. Ahoi, Piraten. Danke. Die politische Geschäftsführung ist in jedem Vorstand von strategischer Bedeutung. Kurz gefasst bildet sie in der Verbands- und Bündnisarbeit die Brücke zu anderen Piraten mit der gleichen Aufgabe und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das Scharnier zwischen der Partei und den Massenmedien. Der Geschäftsbereich hat in den letzten Monaten und insbesondere mit dem Beginn November 2013 einen Reboot gebraucht, wurde entsprechend umstrukturiert und nach dem Ausscheiden einiger Piraten personell und mit klaren Aufgabenprofilen neu aufgestellt. Das für euch sicherlich Markanteste an dem Geschäftsführungsbereich war, dass wir zwei Beauftragte hatten. Der eine nannte sich oder wurde genannt Pressekoordinator, klassisch der Pressesprecher. Der andere war der Presseadministrator. Das ist jetzt das generische Maskulinum. Der Pressekoordinator war hauptverantwortlich für die Kontaktpflege mit Medienvertretern, den Ausbau des Journalistennetzwerkes sowie das Aufbereiten piratenspezifischer Themen für die öffentliche Darstellung. Der Presseadministrator, zuständig für Administrations- und Verwaltungsaufgaben wie die Vernetzung zwischen der SG Presse Bayern, der SG Text, SG Newsletter, SG Gestaltung, ich könnte noch einige nennen. In meinem Tätigkeitsbericht, den ihr online habt, in meinem Wikiprofil abrufbar, stehen einige Sachen, die damit verbunden sind. Ich möchte euch nicht langweilen. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das nachlesen. Hier geht es mir an dieser Stelle jetzt darum, wie sollte dieser Bereich in den kommenden Monaten sich selbst sehen und aufgestellt sein. Aus meiner Sicht sollten drei Komponenten berücksichtigt sein. Erstens die Kollaboration vertiefen. Zweitens die Pressearbeit intensivieren. Und drittens die Strategiefähigkeit der Piraten fördern. Ich sehe dabei zwei Prämissen als vorrangig. Und aus diesen zwei Prämissen ergibt sich eigentlich die Arbeit, wie sie dann gestaltet werden sollte. Zur ersten Prämisse. Wir Piraten wollen den politischen Erfolg. Wir Piraten wollen 2015 in die politischen Arenen, 2018 in den Deutschen Bundestag und 2019 in den Bayerischen Landtag. Wenn wir bedenken, dass für die meisten Wähler die Parteipräferenz bereits Monate vorher festliegt, bevor eine Wahl stattfindet, und die Medienberichterstattung hier bestenfalls noch zur Zuspitzung und Vertiefung führt, dann müssen wir die wahlkampffreie Zeit nutzen, uns zu sammeln, zu fokussieren und Vertrauen aufzubauen. Aktuell wirken wir im Vergleich zu anderen politischen Mitbewerbern, seien wir mal ehrlich, noch zu oft amateurhaft. Wir reagieren überwiegend nur auf äußere Stimuli, sind selbst kaum Treiber. Uns fehlen meistens der politische Biss, der Witz, die inhaltliche Expertise und der Ressourcenpool. Zur Ressource gehört natürlich auch Geld. Schnell mal eine Million einzusetzen für irgendein Projekt, ist bei uns nicht möglich. Konnten wir bislang streckenweise mit dem Pfund wuchern, entweder die nördige Normalos von nebenan oder akzeptierter Bürgerschreck zu sein, so stellt Amateurhaftigkeit im jetzt achten Jahr unseres Bestehens meiner Meinung nach sowohl in der politischen Arena als auch im Wahlkampf ein No-Go dar. Deshalb arbeiten wir uns nicht mehr an Kolibri-Themen ab und auch nicht an fliegengewichtigen Sparingspartnern. Mein Bestreben ist, wir legen uns jetzt wieder mit den Schwergewichten an. Um dabei nicht frühzeitig ausgenockt zu werden, müssen wir allesamt in unseren Themen sattelfest werden. Der Fokus im neunten Landesvorstand sollte also auf den uns motivierenden Ausbau unserer Kompetenzen liegen. Das bedeutet als Resümee für den Landesvorstand Bayern, wir unterstützen das innerparteiliche Wissensmanagement, nutzen ausgiebig die eingeleitete Vernetzung und vertiefen die Zusammenarbeit mit der SG innerparteiliche Bildung. Wir unterstützen unsere Kommunalmandatsträger bei ihren Agenden und wir unterstützen eine gehaltvolle Strategievorbereitung. Das zu Prämisse 1. Ich hatte gerade erwähnt, ich habe zwei Prämissen. Die zweite, wir Piraten brauchen eine politische Strategie. Politik ist mehr als das Streben nach Mandaten. Politik umfasst eine Vielzahl von Interaktionen und Arenen. Unser Wissen darum lässt uns vehement für Bürgerbeteiligung eintreten und einige Kandidaten vor mir haben das ja bereits betont. Zugleich wissen wir um die zusätzliche Wirksamkeit von Parlamentariern. Deshalb wollen wir als politische Akteure die Zahl unserer Mandate erhöhen, in mehr Parlamente einziehen und unser politisches Gewicht erhöhen. Dieses Ziel erfordert allerdings erstens das sogenannte zweckrationale, strukturierte Handeln und zweitens vorausdenken und planen. Aus einem breiten innerparteilichen Diskurs heraus destillieren wir dazu eine realistische Leitlinie für unser politisches Handeln, die sich auf belastbares Wissen und gute Argumente stützt. So werden wir nicht mehr ausgenockt werden. Die Leitlinie wird zur Grundlage unserer Strategie, der Erfolg zum Filter unserer Überlegungen. Alles weitere ergibt sich daraus. Was bedeutet das jetzt für den Landesvorstand, den neunten? Wir unterstützen den innerparteilichen Strategiediskurs, wir unterstützen einen bayerischen Strategiekongress und wir unterstützen einen programmatischen Landesparteitag. Was bedeutet das für die Geschäftsführung? Der Geschäftsbereich muss in einen strategischen Zweig und in einen operativen Zweig gegabelt werden. Beide Zweige erfüllen unterschiedliche Funktionen. Der strategische Zweig schafft die Voraussetzungen für das sogenannte Strategy Thinking und Strategy Making im Landesverband Bayern. Der operative Zweig steuert das Tagesgeschäft des Landesvorstandes Bayern. Die Zweige mit verschiedenen Piraten zu besetzen, ist folgerichtig, weil jeweils unterschiedliche Netzwerke gebunden werden und sich die verabredeten Treffen meistens überschneiden. Das ist eine Konsequenz daraus, was ich in den letzten Monaten erlebt habe. Wir hatten mehrere Treffen, unter anderem der SG Wahlen. Der SG innerparteiliche Bildung, des Team Pol GF Bund, des Team Pol GF Bayern etc. Manche von denen überschneiden sich konsequent miteinander, sodass ich in der Zwangslage bin, immer entscheiden zu müssen, welches ist jetzt das Wichtigere. Ich möchte, dass wir das in Zukunft vermeiden. Darum plädiere ich dafür, dass wir einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer haben, der dann dieses operative Geschäft kollegial auch begleiten kann. Wenn wir uns so aufstellen, ist das Ziel eigentlich klar. Wir bekommen im Diskurs eine politische Strategie, aus der sich alles ableiten lässt, mit den nötigen Argumenten, haben sowieso den Wissensvorsprung und die richtige Einstellung. Wir brauchen keine Agenten anderer Parteien mehr. So aufgestellt werden wir aus meiner Sicht die nächsten Wahlen besser bestreiten, klüger bestreiten und so hoffen wir auch gewinnen. Danke. Also, dann machen wir es jetzt in einem Witz durch. Sind Fragen an den Kandidaten? Die Mikrofone stehen da vorne in der Mitte, wo sie immer stehen. Möchte jemand Fragen an den Kandidaten stellen? Einer muss ja. Olaf, du hast uns ein Jahr ganz toll die politische Geschäftsführung im Landesverband gemacht. Willst du das weitermachen? Ja. Warum sollte ich eine Frage stellen? Das ist Olaf. Bitte noch mal. Warum sollte ich eine Frage stellen? Es ist Olaf. Olaf. Du bist so gut. Du schüchterst uns alle ein. Warum? Okay. Wir haben alle gelacht. Ihr dürft alle applaudieren. Danke, Planet. Eigentlich wollte ich das lassen, aber na gut, dann darfst du jetzt auch nochmal Spaß machen. Komm her. Wie willst du die Arbeit deines Vorgängers steigern? Gesteigert wird sie dadurch, dass ihr uns das Votum als Landesvorstand dann gewählt gebt, dass wir die Geschäftsführung in zwei Zweige teilen, nämlich einen strategischen und einen operativen. Der strategische muss gut vorbereitet sein. Das wird unsere Grundlage werden für die nächsten anstehenden Wahlen. Nur mit eurem Input, mit dem Input der Kommunalmandatsträger, egal welcher Stufe, mit eurem Input als Basispiraten, mit eurem Input als Funktionsträger oder Listenkandidaten, whatever, können wir Geschichte schreiben. Können wir Geschichte schreiben? Ernste Frage, ein bisschen Meinung vielleicht. Wie stehst du dazu, dass wir jetzt eigentlich keine Wahl haben, dass sich außer dir keiner zur Wahl stellt? Würdest du dir wünschen, dass es Konkurrenz gibt? Wie müsste die aussehen? Dann finde ich halt ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, da ist keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Wir sind die Partei, die gesagt hat, es gibt Alternativen. Es ist durchaus eine Alternative, wenn sich niemand anderer aufstellt. Ich habe aber auch schon Parteitage miterlebt, vielleicht wird der eine oder andere jetzt schmunzeln, wo dann auf der Bühne stehen, drei Kandidaten sich zur Wahl gestellt haben zum politischen Geschäftsführer und jemand sich berufen fühlte, das Wort zu ergreifen und zu sagen, hey, ich kandidiere doch, weil alle daneben sind. Vielleicht hat derjenige, den ich jetzt angesprochen habe, spontan die Idee, doch aufzustehen und das Gleiche normal abzuziehen. Ich habe niemanden angeschaut, Andreas. Gut, dann sind wir damit durch. Wir bedanken uns erstmal für die Vorstellung. Die Wahlleitung macht jetzt erstmal kurz weiter. Ich übergebe, bitte. Wir haben ein Ergebnis für unseren Genseck. Es wurden 101 Stimmen abgegeben, davon waren 100 Stimmen gültig. Es entfielen auf den Kandidaten Nummer 1 44 Stimmen, auf den Kandidaten Nummer 2 77 Stimmen. Damit ist Thomas gewählt. Ein bisschen schneller, bitte, gell? Wir zählen so schnell. Thomas, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme gerne die Wahl an. Danke. Wir kommen dann zum nächsten Wahlgang, nämlich zu unserem politischen Geschäftsführer. Vorher eine kurze Erläuterung, weil die Frage bei der vorigen Wahl aufgekommen ist, ob das mit der Stimmenzahl so richtig ist. Dazu eine kleine Erläuterung. Wenn jemand einen leeren Stimmzettel abgibt, gilt das als Nein-Stimme. Deswegen diese teilweise merkwürdigen Zahlen. Also wenn jemand mit Nein stimmen möchte, gibt er einen leeren Stimmzettel ab. Bei der kommenden Wahl wieder eine kleine Änderung. Da wir nur einen Kandidaten haben, kreuzt bitte das Ja oder Nein-Feld rechts unten an. Oder wenn er den Kandidaten ablehnt, könnte er eben dann einen leeren Stimmzettel abgeben. Bitte? War falsch? Okay. Genau, bitte alle mal zuhören. Das ist sehr wichtig, denn Wahl durch Zustimmung oder Approval Voting und einfache Mehrheitswahl sind zwei vollkommen unterschiedliche Wahlsysteme. Wie gerade Maudi gesagt hat, bei Wahl durch Zustimmung bedeutet ein leerer Stimmzettel eine Ablehnung aller Bewerber. Bei einfacher Mehrheitswahl bedeutet ein leerer Stimmzettel eine Enthaltung. Das bedeutet, wir wählen jetzt genauso wie vorhin bei dem Antrag zum Tagesordnungspunkt Nummer 3 Ja für den Bewerber, Nein gegen den Bewerber und ein leerer Stimmzettel ist jetzt eine Enthaltung. Das hat rechtliche Gründe. Wir können es nicht anders machen. Hat der Andi vollkommen recht, habe ich euch leider vollkommen falsch gesagt. Liegt vielleicht daran, dass ihr so schnell wählt, dass ich auch selber ein bisschen durcheinander komme. Also wir verwenden jetzt die Stimmzettel Nummer 8. Das ist der blaue Stimmzettel. Ich sehe drei Urnen. Wo ist die vierte Urne? Da, ich sehe die vierte Urne. Bitte die Urnen alle öffnen. Und der Versammlung die leere Urne zeigen. Vielen Dank. Bitte die Urnen verschließen. Bitte die letzte Urne auch verschließen. Okay, dann eröffne ich den Wahlgang Nummer 8. Bitte entschuldigt. Der Andi hat euch was zu sagen. Ich möchte bitte jetzt Ruhe im Saal haben. Und das meine ich. Ruhe im Saal. Wer jetzt spricht, den schmeiße ich raus. Wer von euch... Ich meine das ernst. So, es haben wohl anscheinend doch einige jetzt irgendwie zum Beispiel den Wahlverschlag Nummer 1 angekreuzt. Kann das sein? Wahrscheinlich. Also wie ich es mitbekommen habe, haben einige Wahlverschläge Nummer 1 angekreuzt. Deswegen ist es wohl Bedarf, das nochmal zu erläutern. Unsere Geschäftsordnung hat grundsätzlich zwei... Also erstmal brechen wir das jetzt bitte ab, damit wir das nochmal machen, weil ich habe das jetzt schon gesehen, dass das leider nicht geklappt hat. Also Stimmzettel Nummer 8 bitte verwerfen und bitte die Urne nochmal leeren und noch einmal genau zuhören, was wir jetzt genau machen. Das steht in der Geschäftsordnung, die ihr beschlossen habt. Ich kann es euch leider nicht ersparen. Ich bleibe dabei, es ist jetzt wirklich Ruhe. Ganz ernsthaft. Die einzigen, die hier was sagen dürfen, sind die Kinder. Und ich... Ich bin auch ein Kind, okay. So, also. Bei Wahlgängen, bei denen es mehr als einen Bewerber gibt, stimmen wir, wie ihr es gerade gesehen habt, mit Wahl die Zustimmung ab. Das sind die Felder Wahlverschlag 1 bis Wahlverschlag 10 relevant. Wenn wir nur einen Bewerber haben, was hier jetzt der Fall ist, dann wird über diesen Bewerber mit Ja und Nein abgestimmt. Ja, das hat einen Grund, dass wenn man eben nur einen Bewerber hat, dass der nicht automatisch quasi mit einer Stimme gewählt werden können soll. Aus diesem Grund bitte jetzt die Felder Ja und Nein benutzen. Wer für den Kandidaten, für Olaf Konstantin Krüger ist, kreuzt das Feld Ja an. Und zwar auf dem Stimmzettel 9, Entschuldigung. Kreuzt das Feld Ja an. Wer gegen den Bewerber ist, kreuzt das Feld Nein an. Bitte nur die beiden Felder rechts unten benutzen, Ja und Nein und sonst keinen. Ja? Okay. Wenn das jetzt soweit klar ist, bitte also den Stimmzettel Nummer 9, das ist der Grüne, jetzt zur Hand nehmen, aus dem Block lösen und Ja oder Nein ankreuzen. Ansonsten bitte ich jetzt erneut, die Wahlhelfer, die Urnen zu präsentieren, das tun sie schon. Jetzt die Urnen zu verschließen. Und wenn alle Urnen verschlossen sind, ist der Wahlgang hier mit eröffnet. Genau, jetzt dürft ihr Musik machen. Und ich bin jetzt wieder nett. Und ich bin jetzt sehr enthalten, ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Vielen Dank. 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 Ich glaube, das war ein Ich-Arbeite-Dran. Ich glaube, das war ein Ich-Arbeite-Dran. Das habe ich auch so empfunden. Ich-Arbeite-Dran. So, hier hinten sind noch zwei Urnen, die sind schon leer. Und die können da noch zum Wählen gehen. So, zweiter Versuch. Wer jetzt noch seine Stimme abgeben will, rennt bitte zu einer der Urnen. Ich-Arbeite-Dran. Ich sehe niemanden in Bewegung. Und das würde bedeuten, dass die Kandidaten, um sich vorzustellen, um sich vorzustellen, müsste man den Weg zur Bühne bestreiten. Ich sehe, da kommt jemand, mit der Ruhe, wir fragen noch zwei Mal. Ich weiß zwar, ich weiß zwar, dass es wohl keine gibt. Ich weiß zwar, dass es wohl keine gibt, aber es kann ja sein, dass jemand noch spontan kandidieren will und man muss den Leuten ja die Möglichkeit geben. So, dann frage ich jetzt noch mal. Gibt es weitere Kandidaten für den stellvertretenden Schatzmeister? Wenn ich jetzt keine wild wedelnden Hände und Arme sehe, dann würde ich mit der Vorstellung... Alles klar? Habe ich gesehen? Habe ich gesehen? Kommst du trotzdem nach vorne? Alles klar. Dann beginnen wir trotzdem schon mal mit der Vorstellung. Ja. Hallo? Ich bin Dorothea Beinlich, genannt auch Dorle, vom KV Traunstein, bin seit einem Jahr in der Piratenpartei und im KV Traunstein auch im Vorstand, im Schatzmeister. Das wäre dann auch noch eine Frage zu klären, ob das ein Problem ist, dass ich da Schatzmeister bleibe, wenn ich stellvertretender Schatzmeister werden würde, jetzt im LV. Wie ich zu der Piratenpartei gekommen bin, ich habe die Piraten im Mühldorf am Infostand kennengelernt und das hat mir irgendwie so gefallen. Ich habe dann auch viele Stammtische besucht, Demos und andere Veranstaltungen von Piraten. Was ich so faszinierend auch finde, dass es die Piraten weltweit gibt und nicht bloß jetzt in Deutschland. Und der Geldpirat hat mich letzte Woche angerufen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich hatte auch schon mal mit ihm darüber gesprochen, dass das ja auch sehr viel Arbeit ist und ich ihn da gerne unterstützen würde. Und ja, das war es dann eigentlich von meiner Seite, von der Vorstellung. Wenn ihr noch Fragen habt... Ja, wir lassen Ihnen Roland jetzt erstmal noch vorstellen und dann machen wir die Fragerunde gemeinsam. Roland, du bist dran, bitteschön. Ja, hallo. Es ist im Prinzip nichts anderes wie vorher auch. Vielleicht noch der kurze Hinweis zu den Barabhebungen. Wäre da irgendwas dran, hätten wir bei unserem herzlichen Verhältnis mit Sicherheit die Situation, dass schon lange eine Anzeige gestellt worden wäre. Das wollte ich nochmal korrigieren. Ansonsten, beruflich habe ich auch mit selbst zu tun. Das heißt, da hätte ich ganz klar Vorteile. Im Übrigen muss ich sagen, der Klaus, mit dem könnte man sicher gut zusammenarbeiten. Aber er machte seinen Job an und für sich ganz gut, bis auf den Haushaltsplan. Und da könnte ich ihn dann sicher gut dabei unterstützen, dass der mal endlich fertig wird. Danke. Okay. Damit ist dann die Fragerunde eröffnet. Die Menschen, die Fragen haben, dürfen sich zum Mikrofon begeben. Die Mikrofone stehen immer noch da, wo sie auch vorher gestanden haben. Und wir fangen einfach mal an. Gut, ich hätte eine Frage an die Dorle. Dorle, du bist da bei mir im Bezirk. Du machst die Kasse im KV Trammstein. Du bist in diversen Bürgerinitiativen sehr aktiv. Und ich finde es gut, dass du jetzt noch stellvertretende Landesschatzmeisterin machst. Bist du damit auch mit zufrieden? Ist das das, was du willst? Wirst du dich weiterhin so aktiv einbringen und das so toll erledigen? War das jetzt eine Frage? Ja. Okay. Also eigentlich stelle ich jetzt fast schon umsonst da. Ich wollte nämlich ähnlich auch mit der Dietmar jetzt einfach mal fragen, ob du die Arbeit, die du im KV Trammstein momentan so zuverlässig sehr engagiert, sehr freundschaftlich erledigst, ob du das weiterhin so machst. Und wir werden uns zumindest mit Trammstein, für die kann ich reden, wahnsinnig freuen, wenn du uns auch auf Landesebene vertreten würdest. Weil du machst einfach eine wahnsinnig ordentliche Arbeit. Okay, danke. Mach ich. Dorle, ich kenne dich nicht. Du triffst politische Entscheidungen mit, also stimmst mit ab. Dietmar hat gesagt, Bürgerinitiativen, welche und wie ist deine politische Richtung allgemein? Jetzt gerade bei den Piraten zum Beispiel Kerni oder Programmerweiterung. Bürgerinitiative bin ich im Raum Mülldorf bei der Initiative gegen TTIP und habe da auch mit organisiert. Die haben jetzt eine Unterschriftensammlung gemacht mit 3000 oder 4000 sogar Unterschriften, haben die mit dem Fahrrad nach Brüssel gefahren, haben die diese Woche übergeben im Europaparlament und da habe ich bei der Organisation auch mitgemacht. Also ich finde jetzt eher als Schatzmeister, die politischen Themen, also ich bin jetzt politisch, stehe ich voll hinter der Piratenpartei, hinter dem ganzen Programm, aber der Schatzmeister kümmert sich mehr um das Budget, um das Geld und die ganze Verwaltung und die politischen Themen würde ich den anderen Vorständen eher überlassen. Von mir eine Frage an Roland. Wofür hast du die 850 Euro abgehoben und wo sind die Belege? Also das habe ich auch vorher schon beantwortet. Das waren Kabelbinder, Leim, Plakate, alles Mögliche. Gemischter Klaus hat die Aufstellung. So, noch eine Frage an Dorle. Habe ich das richtig verstanden? Der Klaus hat sich dich als stellvertretenden Schatzmeister gewünscht? Richtig, ja. Perfekt, dann weiß ich eh schon, wie ich wählen muss. Okay, danke. Weitere Fragen an die Kandidaten? Ja. Dann würde ich die Wahlleitung bitten zu übernehmen. Die wird sicherlich hier irgendwo in der Nähe sein, der Bühne. Die wusste ja, dass gleich wieder eine Wahl stattfindet. Ja, das sage ich ja. Das war auch ernst gemeint. Vielen Dank dafür. Wir brauchen kurz eine Minute, aber länger wird es nicht dauern. Ich unterbreche nicht. Wir machen einfach Zeugs hier vorne. Ich trage das alle. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir haben ein Ergebnis für unseren politischen Geschäftsführer. Es wurden abgegeben 98 Stimmen, davon waren 97 Stimmen gültig. Mit Ja stimmten 86, mit Nein 8, Enthaltungen 3. Damit ist Olaf zum politischen Geschäftsführer gewählt. Lieber Olaf, nimmst du die Wahl an? Danke, ja. Ich habe einen Nachsatz, bitte. Ich bin noch politischer Geschäftsführer für den Kreisverband Rosenheim. Das darf ich kurz erläutern. Wir sind ein sehr guter kollegial arbeitender Kreisverband. Das heißt also, der Vorstand teilt seine Aufgaben. Ich bitte hier um ein Votum, ob ich dieses Amt weiterführen kann. Danke. Ja, das sind lauter Ja-Stimmen. Gibt es eine Gegenstimme oder Gegenstimmen? Dann die jetzt so hoch halten. Ich kann dir sagen, du darfst das weitermachen. Jede Menge Arbeit wartet auf dich. Vielen Dank. Danke. Bevor wir jetzt wählen, möchte ich bitte noch einmal kurz eure Aufmerksamkeit, damit wir jetzt auch nicht wieder durcheinander kommen. Also, wir haben jetzt den Wahlgang Nummer 10, gelber Stimmzettel. Zweitens, wir haben jetzt mehr als einen Bewerber. Das heißt, wir wenden wieder jetzt das Verfahren Wahl durch Zustimmung an. Das bedeutet, ihr könnt beiden Bewerbern, wie sie da stehen, entweder ein Kreuz geben oder kein Kreuz geben. Das heißt, ihr könnt bis zu zwei Kreuze machen, aber nur eines pro Kandidat. Wer einen leeren Stimmzettel abgibt, sagt bei Wahl durch Zustimmung, dass er beide Bewerber ablehnt. Ein leerer Stimmzettel ist jetzt wieder eine Ablehnung beider Bewerber. Wer sich komplett enthalten möchte, muss seinen Stimmzettel zu Origami verarbeiten. Und bis Hübschein. Ja, dass das klar ist. So, jetzt glaube ich, da fehlt ein Wahlhelfer oder seid ihr zu... Genau. Mal schauen. Lieber Wahlhelfer, ich weiß, ich verlange viel von euch. Schauen wir nochmal kurz. Hier, ihr seid zu zweit. Ihr seid zu zweit. Spinni, du hast... Spinni hat... Spinni hat einen Partner, du brauchst nur einen. Genau, ihr... Ihr seid und ihr seid... So, ist jede Urne mit zwei Mann besetzt? Wunderbar. Dann, liebe Wahlhelfer, bitte jetzt die leeren Urnen präsentieren. Bitte jetzt die Urnen verschließen. Und damit ist der Wahlgang Nummer 10 eröffnet. Ja, ein Tempo heute hier. Ja, wir schaffen wahrscheinlich alle Wahlen heute. Ja, das ist gut. Wir haben immer geschaffen. Wir haben es zwar... Ich kann mir noch verdienen, dass wir es einmal nicht geschafft haben, den Landesparteitag in den Bezirksparteitag in den Bezirksparteitag zu ziehen. Aber das haben wir doch in den Raufungen aufgenommen. Ich muss nur zuhören. Dann wird es aber spät. Der Bezirksparteitag war sehr kurz und wir haben während der Urnussung abgebaut. Wir haben es ganz schön zusammengearbeitet. Das war legendär. Ich kann mich noch erinnern, da stand plötzlich irgendwie schlichter da. Ein Ränderpunkt. Dann plötzlich ist Mikro leer. Da kam jemand und hat mich weggemacht. Wahrscheinlich so. Das war... Naja, das läuft gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich versuche nur, den Punkt zu behalten, wo gelegt wird. So, vorne an der parlamentarischen Rechten ist eine freie Urne. An der parlamentarischen Linken vorne auch. An der parlamentarischen Rechten ist eine freie Urne. An der parlamentarischen Rechten ist eine freie Urne. An der parlamentarischen Rechten. An der parlamentarischen Rechten ist eine freie Urne. An der parlamentarische Rechten ist eine freie Urne. An der parlamentarischen Rechten ist eine freie Urne. An der parlamentarischen Rechten ist eine freie Urne. Also, ich sehe keine Wahlhandlung mehr. Wer jetzt noch wählen will, rennt jetzt sofort los. Ich sehe niemanden in Bewegung. Dann schließt dieser Wahlgang hin. 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. Wir kommen jetzt zu der Vorstellung des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Das heißt also, ich bitte die Kandidaten, die sich auf den Posten des stellvertretenden politischen Geschäftsführers bewerben, sich zur Bühne zu begeben, um sich vorzustellen und dem Plenum zu stellen. Vielen Dank. Möchte noch jemand? Also, wie gesagt, zum Kandidieren schon erforderlich, mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Ansonsten würden wir jetzt mit den Vorstellungen langsam beginnen. Vielen Dank. Ja gut, dann beginnen wir jetzt mit den Vorstellungen. Ihr habt das Wort. Ihr wisst ja, wie es geht. Also, leistet das. So, hallo Piraten. Ich schon wieder. Ja, ich hatte jetzt schon zweimal Gelegenheit, Worte an euch zu richten. Ich musste ihm nicht mehr allzu viel hinzufügen. Ich denke, ich habe im letzten Jahr mit dem Olaf sehr gut zusammengearbeitet im Presseteam. Unabhängig jetzt davon, wie das heutige Wahlergebnis von euch sein wird, werde ich das, denke ich, auch weiterhin tun. Ob jetzt als Beauftragter oder als helfende Hand, das spielt jetzt keine Rolle. Ich halte es kurz. Der Abend ist fortgeschritten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die dann auch noch stellen. Danke. So, ich habe zwar vorhin gesagt, ich will nicht kandidieren, bin aber gebeten worden, doch nochmal hochzudschauen. Mache ich jetzt stellvertretender politischer Geschäftsführer. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, dass dieses Amt, ja, ein wichtiges ist. Also, wir haben strategisch unwahrscheinlich viel zu machen, viel zu planen und ich glaube, ich kann das. Wenn es Fragen gibt, fragt. Ja, wir kommen für die Fragen. Ton? Ah ja. Klaus, ich habe eine Frage an dich. Klaus, kannst du komplexe Sachverhalte auch so erklären, dass es nicht nur Soziologen verstehen? Ja, vielleicht. Ich glaube schon, ja. Kollegin. Dirk? Bitte? Okay, danke. Also, es macht Dirk dann oder so, keine Ahnung. Ich habe eine Frage an den Klaus. Und zwar, ich habe diese Krankheit auch mir sehr hart abtrainieren müssen. Und zwar, das Arm in den vielen Sätzen ist Arm ziemlich, ja, halt doof. Und genau deswegen, weil du das gerade vorhin irgendwie sieben, acht Mal in deinem Satz verwendet hast, dieses Arm, wirst du da an dir arbeiten oder nicht? Ja, wenn es nur am Arm liegt. Ich glaube, das kann man rausschneiden irgendwann mal. Hi, ich schon wieder. Ja, ihr bewerbt euch auf das Amt des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Ich nehme an, ihr habt eine Vorstellung davon, was da zu tun wäre. Ich hätte drei wichtige Punkte, die ihr in diesem Amt erledigen wollt. Punkt eins, Olaf unterstützen. Punkt zwei, Olaf unterstützen. Punkt drei, Olaf unterstützen. Nein, jetzt ernsthaft, die Aufgaben und Tätigkeiten, denke ich, wird der kommende Vorstand über seine GO regeln. Und dann werde ich sehen, wie weit ich das Team unterstützen kann. Ich denke, eine der Punkte wird auch die Pressearbeit sein. Die habe ich klein wenig gemacht. Insofern wird es, denke ich, bei den Aufgaben auch dann bleiben. Danke. Schwerpunktmäßig politische Bildung, schwerpunktmäßig Strategien. Das sind meine zwei Themen. Nächster Punkt, Olaf unterstützen, ja, und dass wir den Laden nach vorne bringen. Sind noch Fragen an die Kandidaten? Gut, dann melden wir hiermit die Vorstellung des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Wir sind noch im Auszielvorgang. Und ich finde, dass eine weitere Vorstellung dazwischen zu schieben blöd ist. Deswegen unterbreche ich, bis die Wahlleitung ein Ergebnis hat und weitermachen kann. Alles klar, ihr könnt also alle einrauchen gehen. Und ich finde, dass die Kandidaten, 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 die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Kandidatin Nummer 1, Dorothea, 96 Stimmen. Und auf den Kandidaten 2, Roland, 9 Stimmen. Dorothea, näherst du dich bitte an dem Mikro? Liebe Dorothea, nimmst du die Wahl an? Mach dir mal das Mikro auf, bitte. Kannst du auch zu mir kommen, kein Problem. Ist auf, ist auf. Jetzt kommt sie zu mir. Dann kann ich dir gleich gratulieren. Ja. Und vielen Dank für die Pause. Wir können sie gut brauchen. So, wie angekündigt, wir unterbrechen bis um 10 nach 6. Ihr dürft euch alle um 10 nach 6 hier wieder einfinden. Es wird in dem zügigen Tempo weitergehen. Die Beisitzer sind dann dran. Die können sich also dann 10 nach 6 auf die Bühne schon begeben. Die Kandidaten dafür, dass wir dann auch weitermachen können. Vielen Dank, bis gleich. Ja, wir müssen noch die Ämterkommulation machen. Bitte mach. Ja, das kann der Versammlungsleiter machen. Das ist vollkommen egal. Die Versammlung muss das bestimmen. Genau, ihr müsst mal zuhören. Wir müssen jetzt mal, sie wird kurz ihre beiden, nein, nicht unterbrechen, während ich rede. Dankeschön. Ihr werdet jetzt mal kurz zuhören. Es gibt zwei Ämter, die zu kumulieren sind. Bitteschön. Ich habe momentan auch das Amt des Schatzmeisters im KV Traunstein und jetzt eben des stellvertretenden Schatzmeisters im LV. Seid ihr damit einverstanden? Schaut gut aus, danke. Danke. Vielen Dank. 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 Nein. Nein. Vielen Dank. Ja, ich war schon mal hier. Und irgendwie habe ich. Ich habe den Eindruck, ich kann jetzt auch gemacht. experimentieren. anderen können Sie schon zum Mikrofon begeben. Ich habe an jeden Kandidaten bzw. den Kandidaten und die Kandidatin eine Frage. Benni, ich kenne dich als sehr engagierten und motivierten Piraten, der bereits Erfahrung auf Bezirksebene hat. Denkst du, du kommst zum Landesvorstand klar? Natürlich. Danke dir. Marion, ich kenne dich als wirklich sehr engagierte Piratin, die in der Lage ist, rechtzeitig einmal Stopp zu rufen und Leute zur Ordnung zu rufen, die erkennt, wo Dinge fehlen und sie einfach mal lang geht. Wirst du so weitermachen und auch wenn ich jetzt riskiere, weiterhin DMs zu bekommen, wenn ich etwas falsch mache, machst du bitte so weiter? Ich mache so weiter und ihr werdet auch weiter DMs von mir bekommen. Das sind jetzt keine OMS, bitte nicht verwechseln, das sind die DMs auf Twitter und dass ihr nicht wisst, was das bedeutet, hängt damit, weil ich möchte auch nicht, dass es öffentlich ist. Ich finde, als Team, man muss in der Lage sein, sich auch mal zurückpfeifen zu lassen, wenn man in die Irre läuft und deswegen, wenn dann einer mal so sich verirrt auf Twitter, dann schicke ich da mal eine DM und frage da, muss das jetzt so sein, darf ich dich zurückpfeifen und das ist der Hintergrund dieser angeblich so gefürchteten DMs. Ich habe eine Frage an beide. Obwohl ich jetzt am Kontra-Mikrofon stehe, findet ihr es gut, dass ich euch wählen werde? Willst du es eine ehrlich oder eine freundliche Antwort? Nein, ich finde es gut, wenn du mich wählen würdest. Ich hatte auch zwischenzeitlich das Projekt Freizeit im Kopf, aber... Was? Vergiss das. Achso, ich wollte noch kurz sagen, ich habe mir ein neues Handy gekauft und ich habe mir eine orange Hülle dazu geholt und das nicht, weil ich zu den Sinharakrishnas will, sondern weil ich an diese Partei glaube und das tun wir bitte jetzt alle, ja? Marion, Marion, wenn du Fremdwörter benutzt, darf ich auch darum bitten, dass du sie erklärst, da war gerade Freizeit, wir sind uns nicht sicher. Ja, es hängt mit F an und irgendwas, ich weiß auch nicht. Dankeschön. Ja, zu dieser Freizeit wollte ich eigentlich noch was sagen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dir bewusst bist, dass du in dieser Freizeit ohnehin nur von total lücksichtslosen Parteimitgliedern gnadenlos abgefüllt wirst und daher lieber mal weiterhin im Landesvorstand machst. Ich weiß nicht, warum diese Partei mich immer unter Alkohol gesetzt, aber ja. So, sind da noch weitere Fragen an die Kandidaten? Also so Fragen oder... Ne, die geht dran vorbei, sehr gut, danke. Das heißt also, ja, wir sind damit fertig. Die Wahlleitung hat euch was zu sagen und ihr habt ja Dinge, die da kommen werden. Machen. Okay. Ja, mein Ergebnis zur Wahl des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Insgesamt wurden 93 Stimmen abgegeben. Alle 93 Stimmen waren gültig. Ein Mega-Pflausch an eure Konzentration und Aufmerksamkeit. Davon wurden abgegeben für Kandidat Nummer 1, David, 68 Stimmen. Und für Kandidat 2, Klaus, 21 Stimmen. Lieber David, nimmst du die Wahl an? Tut gut, jetzt habe ich eins. Super. Ja, ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Applaus So, machen wir weiter. Gut, ja. Machen wir zügig weiter. Und zwar jetzt kommt der lilane Stimmzettel Nummer 12. Wir haben zwei Kandidaten, dasselbe Prozedere. Ihr könnt ankreuzen Wahlvorschlag 1 oder Wahlvorschlag 2 oder beide oder keinen. So, jetzt brauchen wir nochmal die Wahlhelfer. Auch hier bitte nochmal ein kurzer Hinweis. Unsere Geschäftsordnung sieht Folgendes vor. Da wir zwei gleichartige Ämter zu besetzen haben, bedeutet das jetzt, dass wenn beide Bewerber über 50 Prozent erhalten, beide gewählt sind. Ja, ist das klar? Ja. Gut. Ich sehe zwei offene und eine geschlossene Urne. Und ich bräuchte hier noch einen Wahlhelfer, einen übrig gebliebenen. Da habe ich, ihr seid zwei, da sind zwei. Und da vorne jetzt sind die Wahlhelfer komplett. Die Urnen sind offen, ihr seht, sie sind leer. Dann bitte ich die Wahlhelfer, die Urnen jetzt zu schließen. Und liebe Versammlung, ich eröffne den Wahlgang Nummer 12 jetzt. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann schließe ich den Wahlgang. In 3, 2, 1 und ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Piraten. Wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner. Und zwar die 86, 21, 52. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, ich habe einen Stimmzettelblock, aber ich komme gar nicht aus dem LV und ich darf auch nicht abstimmen. Die 86, 2, 2, 2, 1 und abholen, dann kann ich den Stimmzettelblock hier abholen. Ansonsten müsst ihr ja neu akkreditieren, das heißt, wir kommen jetzt zur Wahl des Schiedsgerichtswahl. Und zwar, natürlich zur Wahl des Schiedsgerichtswahl. Und die stellen sich erst mal vor, die stellen sich erst mal vor, erst mal stelle ich die Frage, gibt es dazu Anträge, laut Bundessatzung sind dazu welche? Bis eben habe ich dich noch gemocht. Ja, ich muss dich auch mehr mit dem Antrag tollen. Wir haben in der Satzung geregelt, dass... Etwas mehr Ruhe, das ist wichtig, ihr wählt ein Schiedsgericht, das Schiedsgericht ist wichtig für euch, also glaubt mir, das ist wirklich wichtig. Es werden Anträge gestellt. In der Satzung ist geregelt, dass das Schiedsgericht grundsätzlich aus drei Richtern und zwei Ersatzrichtern besteht. Und es ist des Weiteren geregelt, dass durch Satzung oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung die Zusammensetzung erhöht werden kann, aber nicht verringert. Ich stelle daher den Antrag, es bei der Zahl von drei Richtern zu belassen, aber die Zahl der Ersatzrichter von zwei auf drei zu erhöhen. Ja, die Satzung lässt das tatsächlich zu. Dementsprechend werden wir diesen Antrag jetzt sofort bescheiden, weil sonst können wir mit der Wahl nicht weitermachen. Ich formuliere nochmal für alle, wir werden jetzt gleich eine Abstimmung zu einem Antrag zu eures Schiedsgerichtes machen. Das bedeutet, der Antrag lautet, die Zahl der Ersatzrichter auf drei zu erhöhen. Wer ist dafür, dass dieser Antrag angenommen wird? Bitte jetzt mit Ja stimmen. Wer ist dagegen? Jetzt die Nein stimmen erst. Das sind... Bei drei Gegenstimmen ist dieser Antrag angenommen. Das heißt, wir wählen drei Ersatzrichter. Darf ich jetzt weitermachen oder kommt noch ein Antrag? Alles klar, okay. Jetzt kommt noch ein Antrag. Es ist ebenfalls möglich, die Amtszeit der Richter durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu regeln. Und aufgrund des Kontinuitätsprinzips beantrage ich zu beschließen, dass die Amtszeit des Schiedsgerichts zwei Jahre beträgt. Wenn ich kurz anmerken darf, das entspricht auch der Amtszeit des Bundesschiedsgerichts und etlicher Landesschiedsgerichte. Ich bitte das Plenum um Ruhe. Es ist ein Antrag eingegangen, der möchte die Amtszeit des Schiedsgerichts verlängern. Also, dass das jetzt jedem klar ist, was gerade hier passiert, wird Christian nochmal formulieren, worum es jetzt geht. Ich bitte nochmal explizit um Ruhe. Dankeschön. Gut. Wie vorhin schon im Rechenschaftsbericht ausgeführt, ist es wichtig, dass wir gewisse Strukturen schaffen und auch eine Stabilität bekommen. Das betrifft die Größe. Man braucht eine gewisse Mindestgröße der Schiedsgerichte und es bedarf auch einer gewissen Amtszeit, damit diejenigen, die neu in ein Schiedsgericht reinkommen, sich eine Kompetenz erwerben und die dann auch idealerweise in der zweiten Hälfte einer Amtszeit anwenden können. Dazu ist eine Amtszeit von einem Jahr zu kurz. Das hat die Erfahrung gelehrt. Es ist nicht mehr unüblich, dass die Schiedsgerichte auf zwei Jahre gewählt werden. Es ist beispielsweise beim Amtierenden jetzigen Bundesschiedsgericht der Fall. Die Satzung sieht diese Möglichkeit vor und genau aus diesem Grund beantrage ich, dass wir heute, also dass wir zunächst beschließen, das Landesschiedsgericht für eine Amtszeit von zwei Jahren zu wählen. Möchte dazu jemand etwas sagen? Dann darf man das. Man darf sich zum Mikro begeben. Ja, geht noch nicht los gleich. Ich möchte doch bitten, dass es wirklich was Wichtiges ist. Ja? Hört zu. Dankeschön. Du hast das Wort. Ja, ich bin gegen eine Verlängerung auf zwei Jahre. Ein Jahr ist eigentlich ausreichend und man sollte auch immer wieder die Chance haben, unfähige Leute dann abzuwählen oder so, beziehungsweise nicht wiederzuwählen. Und dann hätte ich noch direkte Frage an den Antragsteller. Du hast ja gesagt, mit dem einem Jahr Einlaufzeit und hin und her, darf ich das dann so verstehen, dass das vorgangene Jahr das Landesschiedsgericht sich mal was eingelaufen hat oder warm gelaufen ist? Also ich entnehme dieser Frage zunächst die Unterstellung, dass du sagst, das Schiedsgericht, zumindest Teile davon waren im ersten Jahr, weil die Neulinge waren nicht fähig, beziehungsweise unfähig. Das ist selbstverständlich falsch. Es geht darum, dass Arbeitsabläufe und wir haben gemerkt, dass wir an unsere zeitlichen Grenzen gestoßen sind, einfach effizienter laufen, wenn man eine gewisse Routine hat. Und genau das ist der Grund, warum ich sage, man sollte eine zweijährige Amtszeit haben. Also, Pro? Ja, ich muss selber sagen, ich war selber schon ein Jahr im Schiedsgericht und werde mich auch wieder für Schiedsgericht nominieren lassen als Ersatzrichter. Und ich kann auch aus der Erfahrung sagen, dass ein Jahr definitiv schwierig ist für die Einarbeitung Fehmann, der juristisch keine Vorkenntnisse hat. Und deshalb würde ich einfach auch gerne das Schiedsgericht für zwei Jahre gewählt sehen, dass man einfach die Zeit hat, auch als nicht juristisch einzuarbeiten. Deshalb werde ich auch als Ersatzrichter kandidieren, damit ich immer die Chance habe, mich da einzuarbeiten. Also zwei Jahre wäre wirklich sehr, sehr gut. Noch dazu ist mir gerade zugetragen worden, dass wir laut Bundessatzung sowieso drinstehen, dass man nur alle mindestens zwei Jahre wählen muss. Und da wir selbst keine Satzungsregelung dazu haben, ist eigentlich der Antrag sowieso gegenstandslos, wenn wir de facto eigentlich schon zwei Jahre im Schiedsgericht hätten. Wir machen es bloß eher, aber laut Satzung müssten wir nicht mal. Kontra? Also ich würde darum bitten, diesen Antrag... Bitte etwas näher zum Mikrofon. Ich würde darum bitten, diesen Antrag abzulehnen, weil wie jedes Amt können sich die Leute ja jederzeit auch nach dem einen Jahr, nachdem sie sich dann eingewöhnt haben, wieder aufstellen lassen und wiedergewählt werden. Das ist kein Problem. Und die zwei Jahre sind ja nur eigentlich ein negativer Aspekt, dass ich sie nicht abwählen kann, wenn sie problematisch sind und ich dann ja auch eventuell nachwählen müsste, wenn welche weg sind, dass ich sowieso eigentlich nochmal eine Wahl machen muss. Dann kann ich also auch gleich diese Leute, die weiterhin drinbleiben wollen, sich selber wieder aufstellen lassen. Also es ist eigentlich mit dem einen Jahr kein Problem. Danke. Frau? Ich möchte darum bitten, diesen Antrag zu unterstützen. Es ist schon bei Vorständen ziemlich mystik, dass sie nur ein Jahr im Amt sind und dann jedes Mal quasi vor der Wiederwahl stehen. In Mittelfragen hat das übrigens seit zwei Jahren, dass unsere Vorstände standardmäßig zwei Jahre im Amt sind, es sei denn, wir beschließen was anderes. Deswegen finde ich das bei Schiedsgerichten noch wichtiger, dass sie einfach auch eine gewisse Kontinuität reinbringen. Und es ist ja nur nicht so, dass hier Leute zur Wahl stehen, von denen wir annehmen, dass die größten Chaoten sind. Und wenn ja, dann sollten wir sie halt nicht wählen. Kontra? Ich bitte zu bedenken, dass jetzt im letzten Jahr sich zwei Richter alleine für befangen erklärt haben. Das finde ich problematisch. Ein Richter hat dann gewechselt, ein Vorstandsamt. Also es wird dann eh in einem Jahr wieder gewählt, weil wahrscheinlich ein Großteil überhaupt nicht mehr im Schiedsgericht sein möchte oder sein kann, weil sie befangen sind. Danke. Ich glaube, hier ist vorhin der eine Satz untergegangen, deswegen möchte ich das nochmal betonen. De facto brauchen wir diesen Beschluss gar nicht. Das ist einfach nur eine Willensbekundung dafür, dass wir es wünschen, dass das Schiedsgericht für zwei Jahre im Amt bleibt. Das hat allerdings faktisch nur dann eine Auswirkung, wenn wir im nächsten Jahr bei der nominell anstehenden Vorstandsneuwahl kein neues Schiedsgericht wählen. Wenn wir dort ein neues Schiedsgericht wählen, was wir tun können, das lässt uns die Satzung offen, dann würden wir de facto den Beschluss hier aushebeln. Deswegen, wir können damit nichts kaputt machen. Das Einzige, was wir tun, wenn wir diesen Antrag annehmen, ist dem Schiedsgericht zu sagen, wir möchten, dass ihr euch darauf vorbereitet, zwei Jahre im Amt zu sein. Traut ihr euch das zu und kandidiert bitte nur dann, wenn ihr auch das haben wollt. Das heißt, wir arbeiten hier für Kontinuität, ohne uns die Möglichkeit der Abwahl oder der Neuwahl im nächsten Jahr zu verbauen. Bitte. Ich hätte auch kurz anzumerken, wenn es darum geht, ein Schiedsgericht zu benennen, eine Amtszeit von zwei Jahren, glaube ich, ist sinnvoll. Denn was passiert, wenn ein Schiedsgerichtsverfahren läuft, nach einem Jahr die Richter neu gewählt werden, dann gibt es eine Übergabe. Und es gibt ein paar streitbare Leute in unseren Reihen, die das nämlich ausnutzen würden. Das stelle ich jetzt einfach in den Raum und einfach wieder neue Richter benennen würden. Das dient eigentlich nur, dann auch irgendwo das Ganze zu blockieren und einfach ein bisschen so runterzukehren. Deswegen einfach meine Meinung dazu, zwei Jahre, lasst die Leute arbeiten. Nicht zulässig. Bitte. Der letzte Pro-Retner. Mehr eine Nachfrage als eine Pro-Rede. Ist das Thema Nachwahl geklärt, falls ein Richter zurücktritt? Das ist eine Frage, die beantworte ich sehr gerne. Das ist satzungsgemäß geregelt, da muss man überhaupt nicht rummachen. Sollte in einer zweijährigen Amtszeit, das steht ausdrücklich in der Satzung drin, sollte innerhalb dieser zweijährigen Amtszeit einer oder mehrere Richter zurücktreten, kann nachgewählt werden. Es ist in der Satzung des Weiteren ausdrücklich geregelt, dass die Nachwahl für die restliche Amtszeit erfolgt, also insofern völlig parallel läuft. Kontra. Kontra, wir haben die meisten Schiedsrichter bis jetzt immer wiedergewählt, wenn sie gut eingearbeitet waren und es nochmal machen wollten. Die zwei Jahre ergeben jetzt eigentlich nur ein höheres Risiko, dass die Leute während der Amtszeit irgendwann zurücktreten, weil zwei Jahre einfach zu lang sind. Wir sind eine sehr schnell fluktuierende Partei und ich befürchte, dass zwei Jahre für einen Piraten kein überschaubarer Zeitraum sind. Es ist nicht zulässig. Abschlusswort. Entschuldigung. Ja, er möchte, also wir haben noch einen Kontraplatz offen im Moment, ansonsten könnt ihr ja durch GO die fünf Pro und fünf Kontra wieder eröffnen, aber das wisst ihr ja als gut informierte Piraten. Und ansonsten würde ich jetzt dem Antragsteller das Abschlusswort erteilen. Kein Widerspruch. Das Abschlusswort des Antragstellers, bitte. Danke. Ich möchte mein Abschlusswort als eine Erwiderung auf Manel richten, gerade weil die Amtszeit jetzt auf zwei Jahre erhöht werden soll und alle die Kandidaten, die sich jetzt hier oben präsentieren werden, denen das bewusst ist. Und auch ein Jahr für piratige Verhältnisse relativ lang ist, halte ich es für wichtig. Ein Schiedsgericht braucht Kontinuität. Ein Schiedsgericht ist sicherlich kein Ort, wo man sich groß öffentlich produzieren kann. Ich habe vorhin berichtet, wie viel wir im Hintergrund gearbeitet haben. Das kann man nicht nach außen verkaufen. Damit kann man sich politisch nicht profilieren. Mit anderen Worten, wer sich in ein Schiedsgericht wählen lassen will, muss ein sehr gutes Stück Ernsthaftigkeit mitbringen. Und es ist insofern auch eine Anforderung an die Kandidaten. Dankeschön. Wer ist dafür, dass dieser Antrag angenommen wird? Ich bitte jetzt nur um die Ja-Stimmen, wie immer bei mir. Gegenstimmen? Der Antrag ist mit 14 Gegenstimmen angenommen. Hast du noch was? Dann kommen wir jetzt zum Schiedsgericht. Einen Moment. Der Wahlleiter möchte mich unterbrechen. Ich lasse mich gerne unterbrechen. Er hat euch was zu sagen. Bevor es zum Schiedsgericht geht, haben wir noch ein Ergebnis zu verkünden, nämlich das Ergebnis des 12. Wahlgangs, die Beisitzer. Es wurden 80 Stimmen abgegeben. Alle 80 Stimmen waren gültig. Davon entfielen auf Kandidat 1, Benni, 67 Stimmen. Auf Kandidatin 2, Marion, 73 Stimmen. Damit sind beide Kandidaten gewählt. Ja, und jetzt müssen Sie noch sagen, ob Sie die Wahl annehmen, ne? Ah, ich warte, bis Sie beim Mikro sind. Liebe? Ich nehme die Wahl an. Ich nehme die Wahl an, aber wir haben dann auch ein Problem mit meiner Ämterkommunation, weil ich ja auch noch stellvertretender Vorsitzender in Regensburg bin. Das heißt, wir werden jetzt wieder darüber abstimmen, ob Benni beide Ämter weiterführen kann. Wer ist dafür, dass die Ämterkommunation zugelassen ist? Ich bitte jetzt um die Gegenstimmen. Mit zwei Gegenstimmen angenommen, du darfst so viel arbeiten, wie du willst. So, jetzt noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr euch gratuliert habt, noch kurze Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Arbeit des scheidenden Vorstandes, denn dessen Arbeit ist jetzt hiermit beendet. und gratuliere dem neuen Vorstand und wünsche ihm viel Erfolg für das kommende Jahr. Applaus Ungern, aber naja, gut. Adi Schiedsgericht, der neue Vorstand, genau, für das Vorstandsfoto. Aber ihr dürft euch ruhig dabei beeilen, weil wir wollen ja auch noch irgendwann weitermachen. und es sind ein kleines Erzungsmögen, und es ist so wichtig. So, ist das ein kleines Erzungsmögen? So, in meinem Leben. Vielen Dank. Hallo Klaus! Hallo Klaus! So, Festbeleuchtung wieder aus hier. Ich fühle mich unwohl. Danke. Wir kommen jetzt zu der Vorstellung zum Schiedsgericht, des Schiedsgerichtes oder der Kandidaten des Schiedsgerichtes. Ich möchte bitte alle Kandidaten für das Schiedsgericht nach vorne bitten. Und wir möchten gerne Falk Brecklein zum SKP. SKP ist hier vorne da, wo die tollen Haare sind. Falk Brecklein zum SKP. So, das sind sechs und nicht drei. Aber wie auch immer. Gibt es noch mehr Kandidaten zum Schiedsgericht? Keine weiteren Kandidaten für das Schiedsgericht? Dritter und letzter Aufruf. Ja, dann geht das los mit eurer Vorstellung. Werdet ihr euch selbst einig, wer anfängt und wie und warum? Okay, dann fange ich mal an. Mein Schiedsgericht hat mich jetzt gerade rübergeschickt, weil ich die Kleinste bin. Deswegen muss ich anfangen. Ich bin Corinna, ich twittere unter skaramouche1989. Ich denke, die meisten haben das schon mal gesehen. Ansonsten kennen die mich jetzt. Ich gehöre hier zum KV Regensburg, bin Jurastudentin im zweiten Semester und möchte gerne Richterin am Landesschiedsgericht machen, weil mir die Arbeit mit juristischen Fragen sehr viel Spaß macht und ich das ja auch aus meinem Studium schon kenne, dass ich mich mit gesetzesmäßigen Fragen auseinandersetze und da dann auch meine persönliche Meinung von einer juristischen Meinung abgrenzen kann. Soweit zu mir. Ich würde jetzt dann abgeben an den nächsten Kandidaten. Fragen, glaube ich, machen wir zum Abschluss, oder? Hallo, ich bin der Fenk. Ich bewerbe mich als Ersatzrichter, weil mir einfach nicht die Zeit zur Verfügung steht, als vollwertiger Richter zu arbeiten. Und das andere ist, fachlich hier sind Holger und BIM wesentlich besser und Corinna als Jurastudentin definitiv auch. Wie gesagt, ich war letztes Jahr Ersatzrichter. Ich bewerbe mich jetzt auch als Ersatzrichter. Dankeschön. Servus, ich bin der Bachinger Michael und der Metzger mich hier bekannt. Irgendwie jeder Großteil von euch dürft mich kennen. Ich bin derjenige, der immer sehr schön spricht. Ich versuche immer an die Pop einzuholen. Ich schaffe es immer nicht ganz. Ich kandidiere als Ersatzrichter, weil bei mir vor kurzem Nachwuchs angerauscht kam und deshalb auch die Zeit nicht ganz so dicke ist. Ich bringe dafür schon ein bisschen Erfahrung mit. Ich war schon mal ein Jahr lang im Landesschiedsgericht, nämlich vor drei Jahren. Damals haben wir genau zwei Fälle behandelt, also ein bisschen weniger, als was wir jetzt behandeln müssen. Aber wie gesagt, ein bisschen Erfahrung bringe ich schon mit und kann ich dir, wie gesagt, als Ersatzrichter. Ich bin der Günter Görlich, bin schon ein paar Jahre als Pirat. Ich war schon mal Staatsmeister im Bezirk Niederbayern und möchte jetzt wieder ein bisschen die Partei unterstützen, ein bisschen im Hintergrund. Und deswegen kandidiere ich jetzt auch als Ersatzrichter. Ich möchte mich da ein bisschen einarbeiten in dem Bereich und hoffe da auch ein bisschen beizutragen, dass man die restliche Partei politisch erarbeiten kann. Das wäre es euch schon. Danke. Ich heiße Holger Verlängerich, ich war im letzten Jahr schon Ersatzrichter, nicht Ersatzrichter, Richter. Mir macht die Arbeit im Schiedsgericht sehr viel Spaß. Ich finde diese Diskussion, die wir da haben, sehr interessant und auch wichtig für die Partei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir das Mandat gebt, da im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren weiterzumachen. Mein Name ist Christian Reidel, genannt BIM. Ich bin seit 2011 bei den Piraten, war zunächst politischer Geschäftsführer und dann Bezirksvorsitzender in Niederbayern, bevor ich dann ins Landesschiedsgericht gewählt wurde. Ich habe vorhin im Rechenschaftsbericht schon gesagt, dass der Teamgedanke uns sehr wichtig ist. Wir haben uns im Vorfeld, wie Corinna gesagt hat, auch bereits getroffen. Wir haben uns im Hinblick auf die erforderliche Professionalisierung und auch Effizienzsteigerung bereits auch vorbesprochen, wie wir die Zuständigkeiten innerhalb des Schiedsgerichts gerade im administrativen Bereich verteilen können. Von daher möchte ich euch bitten, dass ihr alle drei Richterkandidaten und alle drei Ersatzrichterkandidaten gleichermaßen wählt, damit wir als ein Team hier die Partei mit weiterbringen können. Dankeschön. Ich möchte euch kurz erklären mit den Folien. Wir haben eine Folie mit den dreien, die für das Schiedsgericht kandidieren und eine Folie mit den drei Ersatzrichtern. Ich kann nur immer hin und her schalten. Ich hoffe, euch verwirrt es nicht, wenn da immer die Namen wechseln. Auch diese Kandidaten dürfen befragt werden. Bitte. Zunächst eine Frage an die Corinna. Du warst Protokollantin am außerordentlichen Bezirksparteitag in Niederbayern und hast dein Amt dort niedergelegt als Schriftführerin und dadurch ist dann der Bezirksverband Niederbayern aufgelöst worden. Wie ernst nimmst du deine Tätigkeit, gedenkst du deine Tätigkeit als Mitglied des Schiedsgerichtes zu nehmen und wann legst du dein Amt nieder? Möchtest du die Frage nochmal wiederholen? Ja, kann ich gerne wiederholen. Du warst auf dem außerordentlichen Bezirksparteitag in Niederbayern Protokollantin und hast dort dein Amt niedergelegt, was letztendlich dazu geführt hat, dass der Bezirksverband Niederbayern aufgelöst ist. Das ist einmal die Frage, wie ernst nimmst du Ämter, die du übernimmst? Und wenn ich schon dabei bin, kann ich was anfügen? Inwiefern fühlst du dich befangen dann im Bereich von Niederbayern, wenn es da zu einer Verhandlung kommt? Bist du da befangen, ja oder nein? Die Frage der Befangenheit werde ich mir dann stellen, wenn es zu einem Verfahren gegen Niederbayern kommt. Die Frage nach der Ernsthaftigkeit meiner Ämter kann ich dir auch beantworten. Ich werde mein Amt dann niederlegen, wenn meine Gliederung, in diesem Fall der Landesverband, beschließt, die Öffentlichkeit von Parteitagen aus zu schließen. Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Dankeschön, danke, danke. Ja, bitte. Die nächste Frage geht anfangen. Du hast dich auf der Mailingliste geäußert, um dich quasi selbst befangen zu erklären. Findest du das ein sinnvolles Verfahren für jemanden, der so ein Amt hat? Also du wolltest einfach dann für befangen erklärt werden, so ungefähr. Das war tatsächlich meine Absicht. Ich bin schließlich auch noch Basispirat, obwohl ich hier auch Schiedsrichter bin. Aber als Basispirat ist meine Meinung dazu genau die, die ich geäußert habe. Okay, danke. Weitere Fragen an die Schiedsrichtskandidaten? Wenn jetzt keiner wild mit den Armen wedelt und mir zeigt, dass er auf dem Weg zum Mikrofon ist, dann beende ich das hiermit. Keiner wedelt. Keiner wedelt. Er ist recht nicht wild. Das ist nicht wichtig. Das ändern wir noch. Das wurde per Antrag geändert. Die Folien sind im Vorfeld schon vorbereitet worden. Ja, mal einen kleinen Applaus für Claudia, die hier den ganzen Tag hart neben mir arbeitet und Open Slice wirklich sehr gut bedient. Das ist nur ein kleiner Fehler, aber ich glaube, jeder ist durch den Antrag darauf aufmerksam gemacht worden, dass drei Ersatzschiedsrichter gewählt werden. Wahrscheinlich fummelt sie jetzt schon wieder rum, um das noch schnell zu ändern, auch wenn ich gesagt habe, sie muss es nicht. Ja, habe ich ja gesagt, ne? So. Das würde bedeuten, an diesem Punkt übernimmt mal wieder die nette Wahlleitung. Morgen habt ihr weniger zu tun, keine Angst. Den da, den nicht. Okay, bitteschön. Ihr übernehmt wieder. Liebe Wahlhelfer, ran an die Urnen. Ich möchte die Kandidierenden für die Richter erstmal auf der Bühne lassen. Bitte die Ersatzsichter bitte nochmal von der Bühne. Ja. Soll ich die Hüste rein, folgende Aufstehen? Soll ich die Richter, ja? Das war das nochmal erklärt. Ja, klar. Okay, nochmal auch das Wahlverfahren zu erklären. Wir haben jetzt drei Kandidaten und wir wählen drei Posten. Auch in diesem Fall gilt, wir wählen per Wahl durch Zustimmung. Ihr könnt bis zu drei Kreuze machen, aber maximal ein Kreuz pro Bewerber. Jeder Bewerber, der das Quorum von mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmzettel erreicht, ist gewählt. Ist das eindeutig? Ist das klar? Genau, also wir wählen jetzt nur die Richter, ja? Erstmal nur die Richter. Genau, Stimmzettelnummer 13. Die Farbe ist pink, hot pink, sage ich einfach mal. Ist das bestimmt das? Puff? Puff, gut. Jetzt die Wahlhelfer, jetzt schauen wir mal, wir haben eine vollständige Runde. Seid ihr vollständig? Zwei vollständige Runden, da fehlt uns noch ein Wahlhelfer. Ein Wahlhelfer, bitte noch, hier genau. Super, genau, dann haben wir, ihr seid vollständig, genau. Ich finde das echt spitze, dass die Wahlhelfer so flexibel sind und da immer ganz schnell immer zur Seite springen, wenn einer mal ausfällt. Genau, also hier vorne bitte, hier vorne, Markus, hier vorne bitte noch dazu. Vielen Dank. Ron will eine Frage? Kann ich bitte das Mikro auf für Ron haben? Kann Ron bitte das Mikro bekommen, er hat eine Frage zum Wahlverfahren? Ich wollte nur kurz wissen, ob jemand die geheime Wahl beantragt hat. Die geheime Wahl ist in der Geschäftsordnung für die Schiedsrichter explizit vorgesehen. Okay. Das ergibt sich aus der Bundessatzung. Gut. Jetzt sind alle Urnen vollständig besetzt, sehe ich das richtig? Dann bitte ich jetzt die Urnen zu präsentieren. Nein, nein, noch nicht. Erst die leeren Urnen bitte präsentieren, genau. Dann die Urnen bitte verschließen. Und damit ist der Wahlgang Nummer 13 eröffnet. Das passt schon, ich kann das auch. Mach lieber die Musik an, Ron. Ja, Ron ist unten. Das passt schon, ich kann das. Auch wenn der Wahlgang läuft, wenn Bea gewählt hat, bitte ich zu mir auf die Bühne. also, ich kann das jetzt besser gehen. – Danke. – Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich brauche den Marc Huger dringend auf der Bühne. Marc, bitte komm auf die Bühne. Wenn ihr das hört, dann schickt ihn bitte zu mir. Das ist wichtig. Ich bin ja eigentlich nie dafür, dass das Zelda-Fame kommen müsste. Oder Mega-Mann-Zwei. Das ist Mega-Mann-Zwei-Fame. Das müsste auch nicht kommen. Das kenne ich. Gut, ich sehe keine Wahlhandlung mehr. Wer jetzt noch seine Stimme abgeben möchte, rennt jetzt zu einer Urne. Ich sehe keine Bewegung, dann schließt dieser Wahlgang in 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. Der Wahlgang ist geschlossen. Der Wahlgang ist geschlossen. Unsere wunderbaren Wahlhelfer machen mal wieder die wunderbare Arbeit, die sie die ganze Zeit machen. Und bevor Bea was sagt, sagt Niki was? Bitte, Niki? Niki. Lass Niki erst. Lass erst Niki. Oh, meine Tochter kann ruhig zu mir. Bringen Sie mir hoch. Hallo Marc, wir haben dich mit einem Trick auf die Bühne gelockt. Marc, wir wollen dir für einen Haufen Arbeit im Landesvorstand und im Landesverband danken und haben was Kleines für dich. Und jetzt darf ich noch mal was sagen, diesmal vielleicht ohne zu brüllen, weil ihr eh schon so müde seid. Also, es gibt Probleme mit dem, wie kommt ihr in die Spiegelgasse. Das ist ganz einfach. Entweder ihr stellt euch um 8 vor die Tür und rennt mir hinterher oder ihr schaut mal in den Twitter-Feed. Da habe ich nämlich eine kleine Wegbeschreibung reingepostet. Das ist echt nicht schwierig. Ihr könnt am Petersweg parken. Das ist aber teuer. Bei zwei Stunden oder mehr zahlt ihr ein Fünfer. Und von da aus ist es echt simpel. Von hier aus zu laufen sind es gerade mal zwei Kilometer. Also, wer laufen will, mir hinterher. Wer St. Petersweg parken will, ist auf sich selbst gestellt und auf Google Maps. Vielen Dank. 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 Liebe Versammlung, noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir haben ein Ergebnis für die Richter des Schiedsgerichtes abgegeben. Vielen Dank. Ich sage es schon mal an. Auf Kandidatin 2. Korinther 2. Kandidat 3. Holger, Holger, 74 Stimmen. Damit sind alle drei Richter. Wer hat gewählt. Was ich vorhin, was ich vorhin, was ich vorhin im Rechenschaftsbericht, was ich vorhin im Rechenschaftsbericht gesagt habe, das werden wir sehr ernst nehmen, was einen Respekt vor einem Schiedsgericht anbetrifft. Und in manchen Situationen ist es nicht gänzlich auszuschließen, dass wir mit den Maßstäben, die wir an uns selbst setzen, bei einer absolut destruktiven Haltung einzelner Menschen dazu kommen, dass nicht ein bayerisches Schiedsgericht über Parteiordnungsverstöße in Bayern entscheiden wird. Herzlichen Glückwunsch. 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 Also, ihr seht die Kandidaten live, sind auf ihren jeweiligen Nummern zugeordnet. Und wir nehmen jetzt den Stimmzettel Nummer 14. Das ist dieser blau-orange Stimmzettel. Und wir verwenden dasselbe System wie bei der Wahl des Schiedsgerichtes. Ihr könnt einzelne Kandidaten ankreuzen, ihr könnt alle Kandidaten ankreuzen, ihr könnt auch keinen Kandidaten ankreuzen. Wichtig aber eben zu wissen, jeder Kandidat muss die 50-Prozent-Hürde überspringen. Das nur noch als kleiner Hinweis. Liebe Wahlhelfer, ich sehe hier einsame Wahlhelfer. Da drüben sehe ich ein Pärchen. Da habe ich noch ein Pärchen. Ich habe noch zwei vereinsamte Wahlhelfer, die Unterstützung brauchen. Jawohl, sind schon da. Passt. Liebe Wahlhelfer, präsentiert nochmal die leere Urne. Bitte präsentieren. Jawohl, vielen Dank. Bitte die Urnen verschließen. Und bevor ich den Wahlgang eröffne, möchte ich mich ganz herzlich für die eifrige Unterstützung der Wahlhelfer bedanken, die wirklich hier Kilometer abgelaufen sind. Applaus Ich kenne es auch anders. Also nochmal vielen Dank und eröffne hiermit den Wahlgang Nummer 14. Ja, das hat es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung, liebe Versammlung, ich habe hier einen Kugelschreiber eingestoben von der FDP. Wer meldet sich? Wem gehört er denn? Michel? 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 Manuel. Danke. Vielen Dank. 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 Danke. 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 Und zwar Danke. Ich wünschen, Danke. Danke.